schönen guten abend zum neunten plankenschnack mit folgenden gesichtern heute katao und sogar in der richtigen reihenfolge und rahmschnitzel hat auch den richtigen untertitel hallo es ist immer schön du schreist in die runde keiner fühlt sich angesprochen was ja mach du mal dickerchen wollte mich nicht vordrängeln bitte du bist der gast mit rahmschnitzel wer bist du randalieren normalerweise nicht rum darf ich herkomme du kannst hau rein okay das war's ja das war dein randale jetzt ja du bist ja richtig wie eine furie durch den raum gefegt mensch natürlich nein ich finde schön dass ich hier bin so das reicht mir so plackenschnack beendet wird alles gesagt super wie geht's euch habt ihr weihnachten gut über die bühne gebracht ja kann man so sagen ne sind schon wieder vorbei seid ihr seid ihr schwanger geworden ich hab noch nicht gemessen weiß es nicht durch die türen komme ich noch aber ansonsten ist alles gut gerade so oder läuft vom ich bin im achten monat im achten schon ihr habt aber ihr habt aber gut zugelegt was habt ihr denn so getrieben zu weihnachten family was soll man machen halt an weihnachten futtert die sau ja was gab's muss man euch alles aus der nase ziehen die leute wollen wissen was ihr zu weihnachten gemacht hat mensch was gab's denn bei mir einiges rolladen bei oma fisch an heilig abend weil ich ja schlesier bin und ja sonst war ich halt einiges kuchen merkt ihr das merkt ihr das leute das ist die faulheit der 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 leute nach weihnachten keiner will irgendwas erzählen keiner hat energie alle garak haben sie schon die farbe rausgezogen der ist schwarz-weiß geworden über weihnachten er ist ganz sentimental weil das jahr als wende geht das ist was anderes ja deswegen haben wir uns ja heute getroffen nicht wahr wir wollten ja noch mal essen reden quatsch ja doch schon man muss den leuten doch mal sagen was getan wurde ich habe zum beispiel gestreamt zu weihnachten ja so es war schön ich bin nicht dicker geworden spiele auch ja hitman ist das weihnachtliches also es geht gar nicht weihnachtlicher und heute habe ich ein weihnachtslevel gespielt also gerade heute zu dem weihnachtstag das war gut ja aber hier am schnitzel stell dich doch mal kurz vor damit die leute den einblick haben wer du denn bist ich bin der herrahm schnitzel ich geistere seit ein paar jährchen auf youtube herum stream seit zwei jahren und habt ihr meine spaß bei hat alles mögliche was so geht habe ich da nicht wirklich festgelegt und jo in der community dabei läuft machst du machst du denn noch so halb halb jetzt oder wie läuft es bei dir gerade mit twitch und youtube das stelle ich mir schon sehr schwierig vor das läuft eigentlich noch beides gleichzeitig ich habe bis vor drei monaten nicht jeden tag gestreamt oder halt nicht ganz so viel sondern zweimal die die woche und ja das ist das verteilt sich halt mal ist ein bisschen mehr auf youtube ein bisschen mehr twitch so wie es gerade mal kommt aber an sich läuft beides gleichzeitig was ein bisschen doof ist weil ich mir dann quasi immer gegenseitig konkurrenz mache das heißt auf youtube kommen kommen die folgen raus werden dessen stream ich dann eigentlich nicht sehr schlau aber macht halt beides spaß ich muss sagen twitch ist schon er hat sich es hat quasi über die zeit den 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 nummer eins platz eingenommen und youtube ist irgendwo unten dann noch dabei das liegt aber auch an der plattform die auch nicht immer so ganz geil ist aber ja ich glaube du meinst du die plattform ja das ist das ist ja das entwickelt sich halt sehr über die letzten vier jahre hat sich das hat sich das sehr verändert da und hat macht auch alles spaß aber wenn man sieht ja hier kommen da da kriegt man auch welche meldungen her da ist nichts in der abo box aufgetaucht wo sind deine videos und den ganzen kram dass da irgendwelche technischen sachen irgendwelche empfehlungsgeschichten dass sie dann dass sie dann manchen leuten die videos die eigenen videos vorenthalten das ist dann schon nicht ganz so toll und da ist es auf tütsch ein bisschen anders da ist man live und dann können die leute gucken und dann und dann ist gut dann sind sie halt da wo man dass man halt diese direkt live interaktion mit dem chat auch hat macht schon eine menge aus wie lange bist du jetzt bei twitch wenn ich fragen darf ich hatte am anfang nicht viel streamen können weil mit internet damals noch in oldenburg totale grütze war ging halt nicht so aus technischer sicht das war aber vor zweieinhalb jahren habe ich glaube ich den ersten stream gemacht und seit fast zwei jahren januar glaube ich 2000 februar 2013 ja 14 ist regelmäßig zweimal die woche und jetzt seit drei monaten fast jeden tag man da bist du bist ja schon ewig dabei dann ja ich bin ich bin ein altes eisen wobei es auf youtube da gibt es leute die die machen schon drei jahre länger let's plays und 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 das ganze zeug aber ist schon eine weile ja ich hätte jetzt fragt man sich wo ist die ganze zeit hin ich hätte jetzt nicht gedacht dass du schon so lange dabei bist verzeihung dass ich unterbreche macht nix macht nix ich hätte ruhig fragen ich hätte ich hätte echt nicht gedacht dass du schon so lange dabei bist also ich hätte ja phasenweise mal mehr mal weniger so wie es gerade kommt so wie gerade die zeit passt so wie gerade das internet funktioniert das gute alte probleme mit dem internet warum wir uns eigentlich getroffen haben heute ich würde oder wir wollen sehr gerne für euch unser 2015 zusammenfassen mit allem pipapo mit spielen mit flops mit unseren stream ereignissen würde ich sagen also slabby ich glaube slabby du möchtest doch quasi hinführen zur ersten thematik zu welcher ersten thematik genau zu der die du gerade am kopf hast am kopf was im kopf haare haare ja frisuren die besten frisuren des jahres 2015 vor allen dingen wir sind jetzt alle haariger garan hat zugelegt heute das ist übrigens glaube ich eine ausnahme nur eine ausnahme sein garan garan hat ja verkündet barprojekt 2016 ist er dabei hat er gesagt ja ich bin gespannt wir werden sehen nein aber slabby zu den top 10 also wir haben ja uns selber gesagt wir werden unsere top 10 spiele wir dieses jahr gespielt haben also unabhängig ob sie dieses jahr rausgekommen sind oder ob sie wann auch immer rausgekommen sind aber unsere persönlichen top 10 und slabby war quasi der anstoß dazu du hast quasi die ehre ach so ja ich würde jetzt mal sagen wir machen das nicht so dass wir da jeder zählt seine zehn spiele auf sondern wir reden immer mal über am besten über eins oder denn ich habe das zwar sortiert als zehn bis eins ich kann auch gerne unten anfangen und mich hocharbeiten aber wir werden wahrscheinlich zu jedem spiel der eine oder andere wird ja gerne was dazu sagen wollen der andere hat es vielleicht ein bisschen besser gestellt manche haben gar keine besten listen so wie ich das verstanden hat bei euch das heißt die haben nur zehn gleichwertige spiele das finde ich auch fair kann man ja auch machen ich bin allerdings ich mag so listen weil da kann ich meine subjektivität mal so richtig aus leuten mal so richtig eins auswischen weil leute hassen wenn leute subjektiv dinge bewerten die sie anders empfunden haben da würde in irgendeiner form festlegt gibt es irgendjemand anders der andere meinung ist ja dann kann man drauf herum hacken und dann ist gut dann hat man freundliches opfer genau das sollte man vielleicht auch als disclaimer am anfang noch mal sagen dass solche listen auch wenn man nur zehn zusammensetzt ohne eins bis zehn halt zusammen zu rechnen aber die sind halt immer subjektiv und ich werde über sachen sagen die mir gar nicht gefallen haben die anderen leuten halt extrem gut gefallen haben da fällt mir schon eins ein aber da wollen wir jetzt nicht direkt mit anfangen von daher ein paar von euch werden mich trotzdem hassen und ich mag das von daher genau fangen wir mal mit meiner nummer zehn an vielleicht ja ich weiß nicht ob ob ihr das überhaupt kennt ich habe das ist nämlich eigentlich ein spiel schon vom letzten jahr aber es kam dieses jahr für playstation für die wii also für die wii u und ich bin mir bei xbox nicht ganz sicher aber für die beiden das ist auf jeden fall dieses jahr erst erschienen und deswegen shovel knight ist bei mir auf der 10 das quasi das erste spiel was ich nennen werde denn shovel knight hat für mich quasi gezeigt dass man heutzutage immer noch spiele entwickeln kann die sehr pixel ich sind ja sehr sehr so wie du gerne immer sagst pixelige spiele aber trotzdem spaß machen können vor allem weil das halt genau in der kerbe geschlagen hat bei mir dieses spiel dass mich einfach zurückgebracht hat an irgendein weihnachten ich weiß gar nicht welches weihnachten das genau war aber ich hatte noch eine nes und meine eltern haben mir damals ich war sechs oder sieben jahre naja ein bisschen älter neun oder zehn jahre alt meine eltern haben mir damals für die nes ducktales geholt und habe ich quasi von weihnachten halbes jahr lang nur vor ducktales gehangen weil das so schwer war dieses spiel das hinterlässt spuren schaffen wollte genau und bis ich dann irgendwann auf dem mond war und das tatsächlich dann durchgespielt habe sind halt echt ist halt glaube ich ein halbes jahr durch vorbeigegangen und genau da hat's shovel knight hat sich halt exakt genauso gespielt im prinzip wie ducktales nur halt auf heutige heutige technik quasi technische ne es steuert sich einfach schöner es hat nicht mehr dieses dieses typische nes delay im controller oder sowas und deswegen ist bei mir shovel knight das erste spiel was ich nenne und ein wundervoller soundtrack das darf man auch nicht du hast übrigens gerade das ende gespoilert ich wollte das jetzt gerade spielen ich ja du hast ja das wollte ich das wollte ich spielen und jetzt ja toll toll slappi toll das jahr ist schon fast 30 jahre alt ist dieses spiel finde ich es ist fair dass man das dann spoilert was war für dich so ein highlight dieses jahr wenn du wenn du sagen wir mal gehst du gehst du auch ohne wertung reingang oder hast du auch sag ich mal so dein ranking du kommst ja mehr aus der sparte der simulation hast ja vorhin schon gesagt so paar sachen hast du davon ja auch mitgebracht gehst du ohne wertung rein oder bewertest du das auch ich habe eher keine keine wertung weil ich nie ich mache eigentlich keine wertung egal was ich spiele es ist weil jedes game ist anders und ich habe den vorteil dadurch werde ich auch nicht enttäuscht also ich habe kein spiel das ich schlecht finde sondern wenn ich ein spiel spiele dann habe ich mich vorher weitestgehend informiert und dann besuche ich mir das und spiele das ich warte nicht auf irgendein game ja weil es ist immer so gewesen in meiner langen langen erfahrung die ich ja nun mal es ist so dass ich immer enttäuscht worden bin wenn ich irgendwie so ein hype erlegen bin und unbedingt ein game haben wollten weil alle das haben wollen das habe ich vor 30 jahren aufgegeben dieses prinzip es macht keinen sinn weil alle anderen haben nicht meinen geschmack ja also das ist halt immer das und deswegen gehe ich kein hype nach sondern ich informiere mich halt wenn geben draußen ist ich kaufe das nie am ersten tag und damit bin ich gut gefahren aber ich habe heute tatsächlich eine liste zusammengekriegt so von acht neun stück mittlerweile wobei die hälfte davon wirklich simulationen sind und der rest sind normale geben so man mich vielleicht gar nicht suchen würde die streame ich auch nicht aber die spiele ich halt so dann und ich hätte dann mal eins womit ich also ich habe keine werte und keine reihenfolge deswegen fange ich einfach mal mit einem ps4 titel an denn so order fand ich eigentlich ganz nett das haben viele zerrissen ja das ist ein game was 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 viele es war wieder so ein fall von es wurde von allen gehypt und hat dann nicht ihr die die den wünschen entsprochen aber der hype ist ja durch nicht durch die producer entstanden sondern durch die leute selbst die nachher enttäuscht waren also sind sie selber schuld in meinen augen ich fand das spiel klasse es hat kurzweilig nach drei vier stunden bist du durch spiel wegwerfen erledigt also insofern habe ich das an erinnerung als ein schnelles schöne spiel weil ich kriege spiele normalerweise nie zu ende und und das ist ein spiel was ich zu ende kriegt ja weil das ist einfach so kurz dass es klappt und es hat auch spaß gemacht für die drei vier fünf stunden also ich habe fünf oder sechs gebraucht aber so order ich bin mir nicht ganz sicher ob es dieses jahr war ja oder schon ende letzten jahres aber aber ich glaube es ist dieses jahr gewesen für ps4 ja habe ich auch auf ps4 bestellt gespielt obwohl ich überhaupt nicht klarkommen mit dieser controller geschichte aber ja ja das kenne ich die steuerung ich weiß gar nicht warum wir alle so rummeckern also ich spiele echt gerne mit controller ich habe da nicht so nicht also ich habe das mal mit kreises versucht ja ich kann überhaupt nicht eben mit so einem ding das ist ja gut und ich bin ja sowieso schon blind also wenn ich eben soll oder so ich gehe das auch schon meine maus nicht hin ja das heißt es ist dann mit dem controller noch schwierig deswegen hast du auch immer so viel flughilfen an dem flugzeug oder gar keine gar keine entschuldigung das wusste ich nicht bin ja unerfahren ich weiß ja du drehst ja immer 200 knöpfen ich habe gedacht du machst die hilfen an oder so entschuldigung so oder sagen also ich habe jetzt keine wertung aber ich würde am anfang des jahres anfangen ich mache das einfach der reihe nach oder wahrscheinlich eins der ersten gewesen ich würde auch sagen wir gehen dafür die runde rum und dann gucken wir bei einer was zu sagen hat und dann gehen wir das einfach durch also der ordner habe ich auch noch auf dem zettel wie auch noch spielen also ich nur gerade so die ganzen konsolen ab ja das ist cool alle spiele und dann her und spielen alles mal angucken herrahm schnitzel ja hallo hauen sie doch mal einen pot wenn sie jetzt zu ducktales oder shovel nein muss ich übrigens ganz kurz noch hinzufügen habe ich mir mal angesehen aber habe ich gleich wieder verworfen gut findest das sowieso alles zu pixellig ne stimmt gar nicht ich habe auch schon pixels spiele gespielt also vor ist gesicht mein freund eins ne 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 schon ein paar mehr ich habe da immer das ist bei mir halt immer so man hat doch nicht hier den high end rechner zu stehen um das dann zu spielen oder also mal ganz da komme ich mir dann immer da gucke ich dann immer unter dem tisch und sage auch mensch kleiner also entschuldigung aber wollen wir nicht heute und dann sagt er immer dann machte die kentenlaufwerk auf und sagt nein wir spielen was ordentliches das ist ja sowieso das hat sich ja sehr entwickelt mit der grafik das ist bis keine ahnung 2011 2012 immer grafik immer schöner möglichst 3d hoch auflösen keine ahnung was und dann ging das ja auseinander mit den triple a sachen und mit den indie games und dann das eine wurde immer schöner das andere wird immer pixeliger immer pixeliger und stellenweise gibt es spiele die bestehen aus neuen pixeln und denke ich mir dann auch ein bisschen zu viel des guten aber ich hätte gerne mal so eine übersicht mit wie sich die grafikstile quasi aufgeteilt haben über die letzten 20 jahre was es da alles gab wann was innovativ war und wann was jetzt plötzlich neu als als stilelement eingeführt worden ist und was genau nicht weil diese ganzen pixel sachen sind glaube ich sehr stark durch die ganze indie games weil einfach mal 3d grafik hochwertige 3d grafik sehr kompliziert und sehr aufwendig ist und die pixel sachen sind einfach deutlich einfacher zu machen und wenn das als kleines team wenn man dann quasi seine vision von einem spiel umsetzen kann ohne dass man da wie ein 300 mann team braucht es kann funktionieren wenn es gut gemacht ist obwohl es sehr viele pixel spiele die nicht schön sind aber wenn die richtigen leute da zusammenarbeiten kann das schon ganz nett sein das stimmt aber das wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen wieder ändern weil mittlerweile werden die engines ja auch wieder hinterher geschmissen mit zehn euro im monat kannst ja schon irgendwie unreal engine eine lizenz bekommen und so das heißt da werden jetzt demnächst sehr sehr viele in die spiele in der unreal engine und in den ganzen anderen engines rauskommen das stimmt das gibt es aber auch schon eine ganze weile ist halt trotzdem noch mehr aufwand zu machen mit dem ganzen animation und 3d modelle und dann dass es einigermaßen realistisch und sinnvoll aussieht ist nicht so einfach da kann man doch schneller also was hinpixeln ja was ich mir aber was ich was relativ am anfang des jahres rauskommt glaube ich was ganz nett fand es ist glaube ich noch nicht mal fertiggestellt das ganze spiel noch lange nicht besiege war das das ist ganz war ganz ulkig ich habe zumindest eine menge spaß gehabt würde ich nicht sagen dass irgendwie spiel des jahres oder irgendwas in die richtung wäre aber es war angenehm einfach alles zu basteln bis siege sind quasi ein kleiner baukasten dass man belagerungswaffen bauen kann und wurde immer wie alle paar wochen mal geupdatet paar neue level hinzu paar neue baumöglichkeiten hinzugefügt und es hat ein angenehmes maß an chaos drinnen das heißt man baut irgendwas schönes man denkt sich immer schönes aus hat eine idee das könnte ich jetzt mal bauen baut das hin drückt auf start nichts funktioniert aber es explodiert so dass es besonders schön aussieht das ist auch immer sehr erfrischend gewesen habe ich auf jeden fall eine menge spaß mit gehabt und gerade wenn man auch im internet rumguckt gerade bei irgendwelchen bastelspielen sei es minecraft sei es irgendwelche andere konstruktionsspiele es gibt ja manche leute übertreiben das sehr aber es sieht dann meist ziemlich ziemlich gut aus und man denkt sich wie viele stunden sind jetzt reingeflossen und wie funktioniert das eigentlich ich fand es ich habe selber auch gespielt also ich habe es glaube ich drei oder vier tage gestreamt es war super lustig bis zu den flugleveln da war es dann nicht mehr lustig die waren verflucht nochmal schwierig wie die sau also habe ich alle alle gemacht das habe ich halt für für youtube als let's play aufgenommen das hat alles funktioniert aber bei ein paar sachen war es echt nicht so einfach gerade wenn irgendwie wind kam und dann musste man irgendwelchen bomben rumfliegen da muss man mit der konstruktion ein bisschen kreativer werden aber ich muss sagen besiege habe ich mir am liebsten angeguckt als es selber spielen das ist auch so ein spiel wo das auch gut geht weil wie gesagt wenn du da auch so einen spezialisten hast der hat der so einen schaden aber eine vision hat die funktionieren könnte das kann sehr interessant sein wenn da welche überdimensionierten konstruktionen sind um eine einzige figur irgendwie aus dem weg zu hauen so ein riesiger roboter mit mit 30 beinen stampft dann darüber ich habe ja noch es gab ja noch so ein ähnliches spiel mit einer brücke wo man so brütteln ist auch early access und war auch verdammt lustig also fand ich das konzept schon der bridge bilder gab es ja damals und wie seitdem gab es so 30 abklatsche von her gefühlt der bridge bilder war bei den neunzigern schon ja das haben wir in der schule gespielt am computer ich habe dieses spiel auf diskette dabei sie passt auf eine aber es war gut es hat spaß gemacht die neue variante war auch sehr lustig muss ich sagen da konnte man mit monster trucks rumspringen und musste über irgendwelche sachen rüberhüpfen das war echt cool also vor allem das hatte ich auch irgendwann in den wahnsinn getrieben also da war das war echt schwer am ende fehlt das geld für einen einzelnen weiteren balken nichts hat funktioniert genau so ungefähr lief das das war echt gut das war für mich auch ein highlight dieses jahr also bis jetzt als auch poly bridge fand ich sehr sehr cool die ich weiß gar nicht ob die aus der early access schon raus sind aber besiege ist immer noch nur die eine map da warte ich die ganze zeit noch auf die nächsten aber da haben sie zwei kontinente fertig von den fünf oder was sie da haben von den leveln her also das dauert leider ein bisschen aber es ist schon eine menge also du kannst glaube ich schon bei besiege bei den zwei sachen kannst du glaube ich schon deine sechs sieben acht stunden für ich weiß gar nicht für den schmalen taler kannst du schon spielen ja und polybridge war glaube ich auch gar nicht so teuer da gab es auch drei vier fünf kontinente schon also so da ist auch schon ordentlich zeit reingeflossen also das kann kann man mal empfehlen für so zwischendurch wenn man mal ein stream guckt dann kaufen sie jetzt polybridge oder so ich hätte ich hätte auch ein kleines spiel was ich gerne einwerfen würde oder wolltest du noch was sagen herr am schnittel ich hätte ich hätte zum beispiel dieses jahr muss ich ganz ehrlich sagen war eins meiner highlights was nicht triple a war skyhill also skyhill fand ich persönlich sehr sehr cool das war mit so einem hotel und ich will nicht zu viel spoilern weil es wirklich ein cooles spiel ist man musste aus dem stockwerk 100 runter in den ersten und man musste dort halt so zu weifen und waffen bauen und dann musste man zwischendurch kämpfen und das war auch so rundenbasiert das war sehr sehr cool also das hat mich persönlich echt schockiert dieses jahr das fand ich schön hat spaß gemacht habe ich auch gespielt ja ich habe es gefunden über die steam demos etwas wo man sonst nie schaut aber ich habe mal ich habe glaube ich zwei streams gemacht wo ich einfach als konzept gesagt habe ich gekommen heute spielen wir mal nur irgendwelche demos wir geben den demos eine chance bei den großen spielen gibt es keine demos dann nehmen wir halt die ganzen kleinen sachen und da war das unter anderem bei das war auch aber auch der größte fund in diesen zwei streams es gab sehr viel schrott dabei außer unterhaltsam gibt es im ziel gerade für 12 euro ja kann ich empfehlen keiner von also slabidio auch gar nicht gespielt oder gesehen oder so bei dir habe ich das gesehen ok ein zweimal fand ich jetzt aber für mich jetzt zum spiel noch nicht so ist nicht so dass die zugucker den glaube ich außer nachher wenn es denn so in die letzten level geht dann wo man schon so ein bisschen anspannung hat dann dann ist es glaube ich ganz interessant ja hatten sehr hohen zufallsfaktor also selbst wenn man irgendwie taktisch agieren möchte es geht nicht immer nur weil man eine gute überlegung hat heißt das nicht dass man besonders weit kommt weil es gibt so viele zufallsfaktoren mir stellenweise zu viele und dass man nicht wirklich planen kann ja das auf jeden fall es ist der trailer sagt auch man stirbt sehr oft sehr oft und man kann sich das ein bisschen einfacher machen es gibt paar sachen die man einstellen kann wenn man gewisse ebenen erreicht hat dass man dann bestimmte modifikatoren einstellen kann dass ich man findet deutlich mehr krempel den man verbauen kann für für die ganzen waffen und und essen und 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 das geht dann schon einfacher aber ich denke mal ist das spiel echt nicht einfach aber manchmal hat man auch sehr viel glück manchmal auch überhaupt nichts das überhaupt nichts gleich beim ersten mal auch deinstallieren naja komm einmal versuchen wir noch ja slappy jawoll der nächste er ist ein spiel was ich jetzt gerade erst spiele also ich habe quasi erst zehn stunden gespielt aber es spielt sich wie ein buch und ich liebe es wenn diese wenn spiele mir dieses gefühl geben ich mache ein buch auf und kann mich einfach für ein paar stunden in dieser welt verlieren und das schafft dieses spiel extrem gut ist extrem gut geschrieben man muss allerdings glaube ich dass auch auf englisch spielen wenn man das wirklich so genießen möchte und das ist pillars of eternity ich kann das also ich wie gesagt ich habe es noch nicht durch ich habe bin gerade erst bei meinem stronghold angekommen und ich kann gar nicht sagen wie lange ich wirklich spielen werde ich werde es auf jeden fall durch spielen aber es ist halt kein streaming spiel deswegen muss ich halt neben dem stream spielen aber es fesselt mich einfach unfassbar es fesselt mich so wie die 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 song of ice and fire bücher einfach oder herr der ringe ich mache es einfach auf und ich verschwinde einfach in dieser in dieser fantasy welt und die story ist unglaublich gut und es ist einfach so richtig richtig schön poetisch geschrieben diese ganzen alles im prinzip und jeder der auf sowas steht damals bolgers gate vielleicht gespielt ich habe es nicht gespielt bolgers gate muss ich zugeben ich habe es immer versucht aber immer viel zu spät deswegen war das schon sehr viel viel zu alt für mich und deswegen habe ich mich über dieses spiel extrem gefreut und ja kann ich jedem nur nur wärmstens ans herz legen der auf richtig richtig gute story stehen sehr sehr klassisches rollenspiel aber mit vielen vielen coolen neuerungen die halt wie die halt zum beispiel dieses stronghold system das hat mittlerweile viele andere spiele auch haben finde ich gibt noch so diesen 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 schub an moderne mit da rein ich habe schon aufgehört bei lesen dass ich kann sowas gar nicht ab also dann lese ich ein buch also weiß ich nicht oder auch zu viel zwischen sequenzen da ist bei mir denn schon okay hier nimm deinen film die ins kino ist es ist es viel also ich habe auch schon von gehört also mir hat mal jemand empfohlen aber es ist wirklich so dass du sehr viel erlesen muss dann quasi es ist viel auch eingesprochen aber vieles halt nicht man merkt schon dass es ein spiel das bei kickstarter gefundet wurde auch wenn sie viel geld verdient haben es blieb einfach nicht genug übrig wahrscheinlich um alle dialoge zu sprechen und ich hoffe dass irgendwann noch so eine andere ja so eine neue version rauskommt wo wirklich zum beispiel divinity original sin haben das gemacht mit der enhanced edition die haben jetzt mittlerweile alles eingesprochen ich hoffe dass sie das bei pillars of eternity genauso machen dass einfach alles dann tatsächlich irgendwann eingesprochen ist aber momentan ist es tatsächlich immer noch viel lesen und ich habe gehört die deutsche übersetzung soll nicht so pralle sein ich spiele es auf englisch und es ist so kompliziert geschrieben ich würde einfach mal sagen ich kann gut englisch lesen wie gesagt ich habe game of thrones auch auf englisch gelesen die alle bücher und die sind schon schwer geschrieben aber da muss ich auch teilweise manche sätze dreimal lesen dass ich verstehe was da steht das ist schon nicht so einfach aber die hälfte der zeit im ganzen spiel verbringt man wirklich mit lesen die gegend rennen welche gegenstände finden das ist nur so nebensächlich wahrscheinlich sehr wie damals weil das geld und die ganze haben auch ein buch zu lesen ist nicht meins ich glaube bis auf slappy ist das hier von keinem irgendeins also man kann auch sehr schwer spielen und dann ist man die ganze zeit damit beschäftigt zu sterben okay das wäre vielleicht mal eine maßnahme aber dann für sich auch wieder nicht wie sieht es bei dir ausgabe hast du noch wir haben hier noch eine liste ich würde sagen in der reihenfolge jetzt kommt meine simulation projekt kars projekt kars kam anfang des jahres nach mehrfacher verschieben nennt man das verschiebung nach mehr mehr schieben bis hier nach mehrfachen verschieben jedenfalls kam es erst anfang diesen jahres und es war ganz gut dass sie das spiel nicht früher rausgebracht haben weil selbst als es dann kam war es noch ein bisschen buggy hier und da aber im großen ganzen war das oder ist es immer noch eine der besten racing simulation wenn man jetzt nicht nur auf formul 1 fokussiert ist sondern auf alles mögliche da ist dann definitiv projekt kars das geilste was man kaufen kann die modelle sind klasse die fahrzeuge lassen sich einstellen bis in die federung also alles im grunde genommen im auto kann man einstellen man kann auf unheimlich vielen tracks fahren das einzige was mich an diesem game halt bis heute naja stören will ich nicht sagen sondern es fehlt mir einfach ich bin ja nascar fan und gucke so gut wie kein formel 1 mehr seit ewigen zeiten seitdem es keine rennfahrer mehr gibt und also also michael schumacher nicht mehr fern den habe ich das der ist ja keine rennfahrer also also als als senna pros die ära zu ende war habe ich aufgehört mit formel 1 und habe mich nur noch um nascar gekümmert und indica wo gesagt nascar fehlt mir also diese oval rennen ja die die einfach total spannend sind was viele überhaupt nicht nachvollziehen können ja da sind natürlich die richtigen rennfahrer die die ganze zeit richtig das ist eine krasse rennfahrer autobandsimulator aber die waren fünf zentimeter hinter ihrem vordermann mit 360 klamotten das könnte ein formel 1 fahrer nicht der macht mein papa auch als bmw fahrer so eine audi fahrer fahren so und aber es ist schon so das fehlt mir jetzt persönlich ein bisschen aber ansonsten ist es definitiv eine der geilsten racing simulatoren wenn ich den pc nehme es gibt noch einen anderen wie heißt das ding noch für die für die für die xbox gibt das noch so ein wortel vorzer ne ja habe ich habe ich ja vorzer wäre quasi wenn man jetzt kein pc hätte dann wäre das die die erste wahl aber auf dem pc ist definitiv würde ich sagen wenn man nicht nur formel 1 fokussiert ist projekt cars und das macht irre spaß und ich habe zum stream sehr häufig gestreamt anfang des jahres und ich habe auch sehr oft community racings gemacht wo ich immer gnadenlos verloren habe also gegen meine viewer gefahren das geht nämlich mit diesem game ganz klasse wenn wenn man da einfach racings gegen die viewer macht super super spaß und ich habe immer verloren ich weiß auch nicht woran das die haben alle gespielt project cars habe ich einmal gespielt also unfassbar schwer oder unfassbar aber nicht im stream aber unfassbar schwer also geht so das war natürlich muss dazu sagen ich hatte ein logitech kontrolle in der hand ja das ist ja sollte man mit lenkrad spielen mit psv controller oder xbox das ist natürlich besser dann das ist tatsächlich so dass einige damit richtig gut klarkommen mit dem xbox controller und das game spielen also ich habe es mit dem lenkrad gespielt und mit pedale das geht dann natürlich viel besser ja gut dann bestimmt aber ja also ich bin sowieso nicht der autofahrer ich habe eh nicht so die fahrkünstler das weiß ja fast jeder ja wir haben das gesehen da kommt meistens nur blödsinn bei raus aber es ist ein cooles spiel auf jeden fall er gab es das schlimme live erlebnis oder was ist da los was mit autofahren ja jedes spiel wo ein fahrbarer untersatz ist gibt ihnen nicht mehr er liegt auf dem dach also egal was häuser magnetisch und die ganzen bäume ich drehe dir ich drehe dir eine riesen ich drehe dir die aida auf den kopf wenn du das möchtest das schaffe ich ja sehr gut sorgst du dafür dass eine kugel umfällt oder ich weiß nicht legendär sind seine autofahrten bei gta oh ja die sind richtig gut also da kann ich zum beispiel berichten ich habe ein auto aus versehen in so ein straßengraben reingehauen habe mir ein zweites geklaut habe es direkt dahinter hingesetzt aber nicht mit absicht ist auch da reingefallen das vierte habe ich mir genommen das ist dann eben explodiert und da bin ich einfach irgendwo zu fuß hingegangen weil ich dann keine lust mehr hatte gta ist aber eins von den spielen das verzeiht dir wirklich viel egal wie scheiße du fährst irgendwo kann du kannst immer noch aussteigen du kannst immer wieder aus der situation raus kommen aber sobald ich irgendeine simulation spiele in der form sobald ich irgendwie irgendeine von den hilfsmechaniken ausschalte gar nichts nee da fahr ich nur noch rückwärts bei von alleine aus sicherheitsgründen oder wie nee ich drück nach vorne passiert nichts schleudert fünfmal rum die ganzen zuschauer brennen ab übliche halten aber hört sich gut an das hört sich an als wenn ich fahr ist gut finde ich es macht sympathisch wir können ja mal gegeneinander spielen auf jeden fall am besten 24 stunden von le mans mal sehen wie viele runden wir schaffen vielleicht zwei oder drei oder so ja 24 stunden für fünf meter ist okay sehr gut hast du auch gespielt slabby project cars zufällig nein ich war dieses jahr mit rennspielen ich habe mir glaube ich grid wie hießen das autosport genau habe ich mir irgendwann gegönnt aber das auch nur fünf stunden gespielt bei mir ist momentan so flaute mit rennspielen ich komme nicht rein wirklich was hast du denn noch auf einen zettel hera am schnitzel ich gebe auch ein bisschen ja durch hier kam auch das war nicht early access war episodenweise life is strange raus im februar und habe ich dann auch in den streams durchgespielt kann man machen ist auf jeden fall sehr schön inszeniert hat sehr schön soundtrack es ist nicht alles gut vor allem es wurde nicht auch alles eingehalten was versprochen wurde aber so rückblickend kann ich so eine nette sache hat mir auf jeden fall eine menge spaß gemacht du grinst du kannst du das mal von meiner liste ja ich fand es gut ich fand es in vielen sachen gut weil ich eigentlich nichts erwartet habe von dem spiel bzw ich hatte keine ahnung was da was es werden soll wurde halt eingeladen hier da kommst du da mal her da ist ein event da kann man es anspielen okay gehst du hin und dann kommen da die erste episode spielen und war schon ganz nett wie gesagt es ist ein spiel wo man entscheidungen treffen kann leider zählen oder es sind die entscheidungen die man macht nicht so so entscheidend wie wie versprochen wurde aber ich will jetzt auch nicht in die story abtauchen um eventuell zu spoilern das wäre natürlich tragisch weil das ist wirklich ein sehr sehr story lastiges spiel bzw das gameplay technisch ist da nicht viel drin man rennt durch die gegend sucht und welche sachen das was man am ende macht ist halt die story irgendwie zu erleben und zu entscheiden die ist eigentlich gar nicht schlecht ich habe es gerne gespielt deswegen hatte ich es auch in meiner liste life is strange ist definitiv diese art der spiele spiele ich gerne und und das hat mich jetzt nicht enttäuscht das geben also sie haben wirklich nicht alles eingehalten was sie haben sehr vollmundig viele dinge versprochen und man konnte im grunde genommen wirklich ja fast drücken was man wollte aber ja so krass war es dann auch wieder nicht aber tatsächlich spaß gemacht mein genre ist es eigentlich auch nicht alles was mit telltale games sind mit 1000 quicktime sequenzen und dass man da wie nur hin und wieder mal ein knöpfchen zu drücken hat ist eigentlich auch nicht meins aber es war zumindest so gut dass ich es nicht weggelegt habe sondern immer die episoden waren angenehm lang irgendwie hat man da seine vier fünf stunden gespielt pro episode dann hat es auch erst mal gereicht für den monat und das war schon ganz nett wie gesagt rein von der rein von optischen visuellen sachen da die inszenierung fand ich sehr sehr schön alles sehr sehr nett gestaltet auch mit dem sound zusammen wirklich schön auch also dass das ist es sah stellenweise sehr wie ein film aus wo man hin und wieder mal eingreifen konnte nichts was ich jetzt normal spielen würde weil wenn man die story kennt brauchen das halt nicht noch mal selbst wenn man andere entscheidungen treffen kann aber ja war trotzdem schön das war es jetzt zu sagen wer weiß ich nicht also bei mir fällt das jetzt dann das wird dann ich habe keine hohe meinung von life is strange aber ich möchte halt auch niemanden hier einfach kaputt erzählen ja auch nicht deswegen ist das schöne an meinungen dass man unterschiedliche meinung das stimmt das stimmt bei mir ehrlich gesagt bei mir ist es nicht gut findest bei mir ich mein okay ich habe es nicht gespielt ich habe es nur gesehen zugegeben aber mir kam es immer so vor als wäre es quasi das wie soll ich sagen wie hießen der film noch mal mit den vampiren und den werwölfen twilight 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 in videospielform ehrlich gesagt ja so sieht es halt für mich aus ich weiß nicht das ist natürlich meine subjektive wahrnehmung aber ja rein von der story rein von den charakteren ist es passiert sehr viel klischeehaftes zeug wo man sich denkt jungs stellt euch mal ein bisschen schlauer an dann würde dann würde der ganze quatsch überhaupt nicht passieren das ist es ist halt sehr schärft amerikanisches high school wesen dass man da wie die ganzen teenager die sich dann erst mal selbst finden wollen und finden müssen und die einen sind die total coolen die anderen sind die offensichtlichen loser und dieses ganze zusammelspiel man muss ein auge zudrücken damit man also komplett ernst nehmen kann man es nicht aber wenn man das hin nimmt dass es so ist dann ist es schön ja also ich fasse das mal in einem satz zusammen für mich war das der vorpuppertärende die vorpuppertärende regelwoche die sie zum ersten mal hatten gepaart mit einem für single mamas weinsimulator für mich war das beschreiben für mich war das das spiel also ganz ehrlich ich habe davor gesessen habe das gespielt habe mir gedacht wollt ihr mich jetzt verarschen hast du nicht euer ernst oder und dann habe ich an den streams reingeguckt da war der alle rumgeheult und hier und da und tralala und dann sitzt du davor okay wow das ist hier kommen die eine möchte halt vom dach springen oder darf ich das nee da dürfen wir nicht also mir hat es nicht wirklich spaß geworden und ich habe ich habe wirklich alle fünf episoden habe ich gespielt von der ersten staffel und also ich sag mal so es ist ein sehr schönes spiel was dir für sarkasmus richtig gute vorlagen gibt also wenn du da einfach dich etwas darüber belustigen möchte ist ist das sehr gut wie gesagt man darf es nicht zu ernst nehmen ja aber ich glaube so für wenn man mit seinen kumpel zu hause sitzt und weiß packen das sagen wir mal emotionale spielen möchte ist life is strange definitiv das richtige wenn man nicht so ein emotionales kruppel ist wie ich dann geht das ja wenn da drückt dann etwas zu sagen möchte bitte nicht dann würde ich noch die für dieses jahr noch einen raushauen also für mich ich greife einfach mitten ins jahr rein für mich war ein highlight dieses jahr assassin's creed syndicate warum weil es mal wieder ein funktionierendes schönes inszeniertes assassin's creed war und sie das sehr gut hingekriegt haben in form von audiovisualisierung im gesetz der soundtrick die synchron die synchron stimmen selbst auf deutsch im englischen waren sie noch viel cooler das spiel hat funktioniert das kampfsystem war wirklich super schön es hat extrem viel spaß gemacht dieses spiel zu spielen und es ging runter wie öl also ich habe nahezu fast alles gemacht und habe einfach so sagt war ich durch und es hat extrem viel böcke gemacht und die story war auch geil hast du auf dem pc gespielt oder 4 bei assassin's creed ist ja pc version immer so ein eigenes thema ja leider aber für ps4 hat es wunderbar funktioniert hat geklappt was schön das wäre auch noch ein thema über das wir später sprechen können ja warum spiele auf dem pc so kacke sein müssen obwohl es die beste plattform ist das würde ich das würde ich gar nicht sagen aber ich glaube wir sollten diese grundsatz diskussion nicht anfangen ich habe dafür eine antwort aber ich auch weil sich mit konsole mehr geld verdienen ist weil konsole einfach für den normalen menschen gemacht ist das ist der normale mensch der normale mensch ist der sich der sich an seinen rechner setzt und einfach keinen plan davon hat der kein google benutzen kann und sich einfach nicht zehn minuten mit der thematik auseinandersetzt damit das fixen kann nimm diskette schiebt sie in den schlitz brater das toast durch tada ich kann mein spiel spielen da hast du den grund warum leute konsolen benutzen ganz einfach und ich persönlich bin ganz großer fan von konsolen geworden also ich bin froh dass ich sie jetzt alle habe ich mag mittlerweile den pc sogar nur noch für shooter benutzen um ehrlich zu sein dein nächstes ding slappy ja da sind wir perfekt im thema ja mein nächstes ding ist nämlich ein spiel das eigentlich schon vor drei jahren drei oder zwei jahren rausgekommen ist aber halt dieses jahr für den pc das endlich mal entwickelt wurde es ist gta 5 kann ich einfach nicht aus der aus also wenn ich zehn spiele dieses jahr aufliste die halt da reingehören kann ich selbst nicht gta 5 daraus lassen einfach weil es dahin gehört das ist immer noch eine der fesselndsten geschichten muss ich sagen die ich in einem video spiel gespielt habe also ich habe wenige spiele muss ich sagen halt echt von einem stück bis zum ende in einem also in einem stück von anfang bis ende durchgespielt egal wie lang sie waren und da fallen glaube ich dieses jahr nur zwei drei spiele rein und gta 5 ist auf jeden fall das gehört da rein der online modus war natürlich auf dem pc wesentlich also bis auf am anfang natürlich wo es die ganzen bugs gab aber der online modus war unfassbar spaßig muss man ja sagen und der ist einfach auf dem computer gemacht online spielen macht einfach auf dem computer mehr sinn als auf der konsole finde ich aber du bist du warst gerade weg ich war weg ach so ja zu leise gesprochen wahrscheinlich ist egal ich habe nichts wichtiges gesagt einfach weil sie sich einfach so viel getraut haben bei so einem großen bei so einem großen titel dass so viele leute erwarten sich tatsächlich zu trauen einfach die geschichte oder was neues zu machen indem sie einfach die geschichte aus drei verschiedenen perspektiven erzählen das ist schon ist nicht sehr mutig aber schon ein bisschen mutig weil da hätte auch viel schief gehen können und sie haben einfach bewiesen dass sie immer noch ein gutes studio sind mit rockstar und dass sie immer noch obwohl sie schon so viel erfolg haben immer noch gute spiele rausbringen können da sind sich gerade dann solche sachen dass ich wirklich was getraut wird dass man eine andere spielmechanik eingebaut das wird dass eine andere erzähl variante gewählt wird die das spiel dann sowas besondere machen wenn es gut umgesetzt ist weil ansonsten ist es halt ein abklatt wie oder dann ist genauso wie alle teile vorher auch gefühlt ja eben das ist das ist auch eine sache warum viele in die games halt so viel erfolg haben weil die halt was anders machen genau und nicht diesen gleiche diese gleiche diese gleiche rezeptur verwenden wie alle anderen 30 spiele vorher auch richtig das ist eben genau das weswegen ich das in die liste genommen habe einfach weil ich das würdigen muss dass ich so große entwickler mit so großen titeln immer noch was sich was trauen das war das erlebt man halt heutzutage kaum noch mal meistens wartet man bis ein titel bis bis der fünfte teil oder so irgendwo hier unten nur noch rum plätschert und eh keinen mehr interessiert und dann fängt man sich wieder an zu trauen sowie bei tomb raider zum beispiel ja wo der wo der letzte nicht der jetzt der herausgekommen ist sondern der letzte teil war ja quasi irgendwie ein bisschen zumindest da haben das hat man sich zumindest getraut irgendwas neues wieder in tomb raider reinzukriegen davor immer weiter runter und bis es halt kein interessiert hat deswegen gibt es bei manchen spielen ja einfach nur reboot dass sie sagen gekommen an sich das konzept ist nett aber es muss komplett was anderes her es gab mit dem namen glaube ich es gab die ganz alten teile dann gab es für dieses zwischending mit legends und underworld und den ganzen krams da und dann haben sie gesagt hier kommen irgendwas komplett neues 2013er teil und da ist jetzt der neue dann auch wieder in diesem konzept mal gucken wie lange das hält genau teile es davon gibt bevor wieder noch etwas neues aufgesetzt wird der neue tomb raider ist sehr gut ja für mich ist er noch nicht erschienen eben das pc mensch ich freue mich auch schon sehr drauf der kann soll schon im januar rauskommen habe ich heute gelesen für steam keine ahnung im frühen januar habe ich heute gelesen wenn er da ist ist er da dann wird gespielt aber gda habe ich auch glaube ich meine um da kurz mal zurückzukommen meine 200 stunden geknackt also das spiel ist wie für mich gemacht also gta steht mein name als untertitel drauf das a steht für die sie in gda eines der besten spiele dieses jahr für mich auf jeden fall also egal wie alt das ist das war ein traum die heißt diesen ganzen nonnesens der da passiert ist einfach so beiläufig ist war klasse die story also ich meine ich muss ganz ehrlich sagen stehe nicht auf dieses ich nenne es mal dieses dieses abgefuckte gossenslangen gequatsche so wo jeder zweite satzen fackern aber gda bringt das einfach so geil rüber mit trevor der sein halb gewaschenes shirt an hat total ungepflegt ist und dann die ganze zeit nur am rumböken ist und dann sitzt davor so du bist lustig also mir hat es echt gut gefallen ich war sehr skeptisch muss ich sagen vorher aber die skepsis ist dann weg gewesen es hat mir echt gut gefallen habt ihr das auch gespielt also gar und rahmschnitzel oder gar nicht ich habe es nicht gespielt ich habe es auch nicht gespielt ich habe es zu viel geguckt bei dir und dann ist es zu lang also ich habe kein ich kriege das nicht zu ende ich habe aber dadurch dass ich bei dir permanent zugeguckt hatte die story halt ganz gut mitbekommen auch diese online aktion die ihr gemacht habt die waren ja immer recht lustig und ich bin ja sowieso nicht so ein shooter ding gut ist es kein shooter aber aber es ist halt doch sehr schießlastig und man muss treffen ja und das ist ja nicht so meine baustelle und deswegen ich fand das aber lustig ich habe das sehr gerne zugeguckt das war so ein klassisches zugucker spiel für mich und ich würde es auch als eines der top spiele auch wenn ich es nicht spielen würde jetzt aber es ist einer der top spiele definitiv es hat sehr viel spaß gemacht dazu zu gucken ich habe es nicht selbst gespielt ich habe auch einige sachen zu angeschaut sah auch immer sehr nett und sehr ansprechend aus würde ich auch gerne selber spielen ich habe mir aber dieses jahr so ein bisschen als ziel gesetzt nicht immer einen neuen kram zu kaufen ob wenn ich das schon irgendwie noch 200 spiele liegen habe die ich noch nie gespielt habe und auch gerade wenn ich irgendwelche nachfolge mir holen würde wo ich den vorgänger habe aber noch nie installiert habe und deswegen dachte mir ja gta 4 wollte ich auch noch mal hier irgendwie noch mal auspacken und dann kann ich mich auch gta 5 widmen dann geht das und sonst kaufe mir immer mehr krempel und dann das ist ist nicht so gut sag ich mal wir sind sammler ok ja aber digital sammeln ist auch so eine sache das ist da siehst du da einen eintrag mehr auf das team liste und dann ist gut ich mag verpackungen da so ja ich habe ich nicht ich stehe ich stehe auf die pixel ne ich habe immer zu oft bei welchen steam sales zugeschlagen und deswegen mit dem gedanken irgendwann spiele ich das irgendwann spiele ich das noch kann man für ein stream nehmen passt ja aber dann irgendwann jetzt stell dir mal vor so ist mein gedanke jetzt stell dir mal vor nächstes jahr 2017 also ich bin jetzt schon gedanklich in 2016 jetzt 2017 streikt die welt gaming industriebehörde schießt mich tot gewerkschaft lalumbi und dann kommt 2017 nichts raus und steam kannst du auch nichts mehr kaufen weil die zombies die lan kabel zerfressen haben zum beispiel aber du hast sie verstehst du so denke ich immer dann wenn es denn so weit ist habe ich alles da also ich verstehe das ja auch nur in dem moment wo ich tatsächlich bereit bin das zu spielen gibt es das spiel für ein viertel des preises ja ok gut du hast du hast recht du hast recht ja aber es ist manchmal reizt mich schon sehr dann gibt es auch mal neue spiele und dann macht auch ja immer spaß aber naja wenn ich halt irgendwie deswegen habe ich bei wutcher habe ich jetzt auch erstmal bei teil 1 angefangen und dachte mir ja gut hier ziehst du es halt ganz durch es dauert halt ein bisschen sehr lange aber die anderen teile sind auch nicht schlecht es waren nicht alle schlecht damals definitiv nicht wo wir wieder zu gara kommen möchtest du dein nächstes spiel vorschlagen war ich dran ja ja ich habe da nochmal körper space programm ja das ist ein programm was völlig abgefahren ist und für die masse der gamer mit sicherheit überhaupt nicht geeignet ist weil es echt komplett komplex ist und kompliziert also das thema ist dort ein er man ist raketen forscher und man kann komplette raketen bauen in so einen riesen hangar sowie bei der nasa typisch hatten launchpad und hat entwicklungsabteilung und so weiter muss dann quasi sich seine raketen zusammenbauen und die haben eine gewisse physik nämlich real sein und es musste real sein weil meine raketen in der regel explodieren also ist es wohl real und ich habe natürlich manche habe ich in orbit bekommen das habe ich schon hinbekommen es ist aber wahnsinnig schwer man muss da sehr viele dinge bedenken und entwickeln und machen und tun da braucht man zeit für und da muss man sich rein fuchsen und es ist eine sehr sehr gut gelungene simulation finde ich auch die typen die da rumrennen sind voll witzig also das ist schon ist schon gar nicht schlecht aber es setzt eben doch eine ganze menge ich sag mal nachdenken voraus um um da zum ziel zu kommen aber es ist ganz lustig und man lernt auch eine ganze menge dabei über der flugphysik und was mir alles also das ist schon sehr sehr schön gemacht körgel space program würde ich auch unter den simulationen in die reihe einreihen der guten games dieses jahr steht bei mir auf der liste würde wahrscheinlich in den top ten sein hätte ich es jemals gespielt und ich freue mich auch schon wahnsinnig drauf dass man und ich würde sagen das ist schon im massengeschmack angekommen also es ist schon einer der verkaufsschlag auf steam wird es jetzt nicht so sagen dass das nicht die meisten nicht spielen sondern ja aber schon ja das kann sein wobei ich glaube dass viele das einfach nicht lange spielen werden es ist wirklich schwer also aber aber es ist definitiv es lohnt sich da rein zu schauen manchmal gibt es das ja auch im ziel das ist ein relativ teures spiel auch finde ich aber im ziel ist gerade glaube ich mit sicherheit im ziel im moment ist ja alles im ziel insofern ist das eine gute wahl sich das zu beschaffen gerade bei teuren spielen lohnt sich der ziel denn ja auch umso mehr und ja es ist schon ganz cool da seine eigenen raketen zu bauen und dann zu sehen ob das gute geht oder eben nicht das wieder eins von den spielen wo ich am liebsten leuten zuschauer die es absolut drauf haben oder leute die absolut keine ahnung haben und so viel spaß bei haben weil alles schief geht aber es ist wieder eins von den spielen was glaube ich sich sich viele angeschaut haben und die wenigsten haben es wirklich gemeistert weil das sehr komplex ist oder sehr sehr viele möglichkeiten bietet wenn man sich doch nicht rein fuchst wenn man da seine zig stunden drin vor verbracht hat dann ist es schon glaube ich was besonderes wenn alles funktioniert und dabei dann zuzuschauen da drückt man da wieder seine 300 knöpfe und dann plötzlich funktioniert was dann ist schön gar keine erfahrung mitgemacht also also ich habe wieder ich glaube ich habe einmal ganz kurz so 20 minuten bei wem zugeguckt aber mehr auch nicht das ist hier wird es auch auf jeden fall gefallen glaube ich ja das glaube ich also ich finde es persönlich nicht schlecht ich finde die idee sehr cool und ich habe auch schon ein bisschen was gehört so vom höhensagen ich habe noch nie daran gedacht das mal anzufassen und mal zu spielen das coole glaube ich an dem spiel ist dass die nicht nur halt dieses ganze basteln und raketen in die luft schießen und sowas mit reingebracht haben sondern die haben einfach diesen appeal durch diese kleinen männchen haben sie es einfach für den für den für du kannst einfach dann dadurch deine eigenen geschichten schreiben so zu sagen wenn du einen ins ins all schmeißt aber plötzlich der nicht mehr runter kommt oder auf dem planeten gefangen ist sollten suchtrupp hoch schicken der den dann rettet oder so solche solche sachen und dadurch entwickelt sich das halt so zu so einem näher eigenen geschichten die sind halt super niedlich die wie heißen die kürbels oder kürbels und die fürchten sich auch also genau die haben echt die besten grimassen überhaupt drauf also das ist schon recht gut das macht dann auch ist auf der eine bis auf den einen der absolut nichts schnallt was eigentlich los ist und erfreut sich die ganze zeit das hört sich ja ja das ist lustig ja und das ist liegt ja garantiert auch also nicht sicher okay ich schreibe mir das mal auf meine liste drauf garag hat gesagt ich soll kehrball space program spielen ich schreibe mir das jetzt wirklich auf aber rami du kannst mal einen ausblick auf der nächsten geben mein nächsten punkt auf der liste was habe ich denn hier noch schönes kam märz glaube ich raus habt auch einige von euch gespielt glaube ich city skylines kennen ein paar menschen hat mich sehr überrascht ich war vom 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 letzten city nicht so wirklich begeistert weil da hast du fünf stunden gebaut und die map war voll und hast nichts zu tun gehabt und ich fand es auch sehr schön in dem trailer von city skylines es wurde genau auf diese punkte angespielt die sim city 2013 komplett falsch gemacht hat riesige maps du kannst hier alles frei bebauen und 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 hast die möglichkeiten und haben so ein bisschen salz in die in die wunde rein gestreut und halt das deutlich bessere sim city draus gemacht und da habe ich irgendwie auch 100 200 stunden rein versenkt und verschiedene städte groß gezogen und und verschiedene sachen probiert und hat eine menge spaß gemacht es ist aber auch eines von den spielen wo ich irgendwann an dem punkt bin wo ich mir denke ja okay jetzt hast du gefühlt alles erreicht was ist jetzt dein reiz dass es noch weiter geht weil es leider nicht so was wie katastrophen gibt wo man dann quasi zwischendurch aus seinem konzept rausgeworfen wird und improvisieren muss sondern sobald man seinen 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 stil gefunden hat wie man bauen kann wie irgendwelche sachen funktionieren könnte man theoretisch diesen stil einfach weiterführen oder ohne masters dafür dann die herausforderung aber ansonsten hatte sehr sehr viele sachen sehr gut gemacht und ich will einer von euch also ich meine ihr habt ja alle gespielt ich hab's nicht gespielt ich hab's auf meiner liste gehabt ich habe es dann jetzt gestrichen absolut starkes spiel ich habe es bei nils auch wieder stundenlang gesuchtet ja und habe es mir dann aber selbst gekauft und habe es dann auch mal wieder stundenlang gesuchtet ich war aber nicht ansehend so gut mit den mit den fußgängerbrücken aber das konzept war ganz witzig ich habe es dann anders gemacht hat es ist gescheitert aber ich fand es einfach eine gute also ich sag mal die beste sim city simulation also irgendwie ist das ding komplexer und sim city kenne ich halt aus den 80ern oder von aus anfang der 90er keine ahnung also aus den ganz ersten sim cities und wenn man das mit dem mit dem vergleicht mercedes skyline vergleicht dann ist das schon enorm wie sich das weiterentwickelt hat und es hat richtig spaß gemacht und aber stimmt schon die langzeit motivation ist halt das problem dann weil weil es einfach dann irgendwann ist es immer das gleiche ja und man muss sehen dass man irgendwo energie herkriegt und dass man irgendwie den müll wegkriegt und das war und darum geht es ja eigentlich nur noch am ende kommt ja nichts anderes mehr dabei rum und dann ist irgendwann auch die luft raus funktioniert das ding hat ja sprich weiter ich wollte nur kurz sagen für mich war das spiel halt auch das ist meine art von zuguck spiel nebenher zu gucken kann man auch gut machen klar vor allem weil jeder da seinen eigenen baustil hat der eine baut irgendwie versucht komplett ohne mich auch autos auszukommen und baut dann nur an welche fußgängerwege weil der verkehr ist halt wirklich der große punkt bei dem dem spiel dass du die straßen nicht nicht voll gestopft hast und da irgendwelche ideen zu haben wie man es am besten am sinnvollsten aber wie verteilen kann dass die leute trotzdem zu ihren orten dahin kommen das ist dann die herausforderung und da ist halt sehr unterschiedlich wie wir wie man bauen kann gefühlt ob man jetzt viel auf züge untergrund bus keine ahnung was setzt oder oder hat nur fußgängerwege oder in wie oft man da welche kreisel irgendwo hin klatscht manche leute bauen städte nur aus kreiseln also man kann schon eine menge machen und ist aber glaube ich auch in ersten dingen dann spannend wenn man sich selbst mit dem oder mit diesem konzept spiel beschäftigt hat wenn man absolut keine ahnung von von städtebau simulationen hat und nicht nicht wirklich ein mensch ist der gerne auch mal irgendwelche sachen plant dann mag es nicht sonderlich spannend sein es ist halt so ein bisschen bisschen spartenspiel nicht für die komplett breite masse aber es war schon so gut umgesetzt dass man das auch ohne viel vorahnung spielen konnte fand ich für mich eindeutig eins der games auf die also das war für mich gemacht das spiel ja ich war also ich war nicht mal geistig anwesend im stream weil ich nur ich habe das angemacht und dann war ich weg für eins von den spielen dann macht man das an dann macht man es aus schon sind fünf stunden rum ja es ist da vergibt die zeit einfach wir am anfang waren so so 15 und ich habe alles gemeistert was ich meistern wollte also ich habe alles zum funktionieren gebracht und ich habe ein ich habe einmal habe ich alle neuen kacheln voll gebaut das habe ich gemacht und dann noch ein zweites mal und das finde ich auch dass irgendwann also es macht am anfang ist es immer so ganz cool also ich habe auch heute noch ideen aber es ist dann irgendwann so ja okay und jetzt ist schluss irgendwann hört es auch auf dann spaß zu machen weil dann ist keine schwierigkeit männer und das ist auch jetzt was ich mach du es erst ist es ist jetzt auch nichts war was ich endlos spielen kann auch nicht wo ich ständig zu bock habe aber in zwei drei jahren pack ich es wieder aus basteln eine neue stadt hoch und dann habe ich wieder erst mal seinen drang gestillt nach dem thema ja das denke ich auch bin ich eigentlich schon dran jetzt also wollen wir weiter gehen ich bin ich bin dran nachdem ihr ja nun meine ganzen favoriten irgendwie weggenommen habt würde ich sogar gleich mal die lanze auf den tisch legen und also für mich ich habe eben gerade mal so ein bisschen durchgeguckt für mich war dieses jahr eines der besten spiele die mir in die hand gekommen sind xcom enemy usn habe ich persönlich nie auf dem schirm gehabt dass dobsi einer meiner langzeit zuschauer mods und freund hat dann immer hat nicht drauf gepocht aber so ja xcom wann wolltest du das noch mal spielen und das hatte anderthalb jahre hat er das getan ich habe es dieses jahr vor ein paar monaten ausgepackt und ich war so das hat so viel spaß gemacht also xcom war für mich dieses jahr echten highlight und ich muss ganz ehrlich sagen ich freue mich wie ein schneekönig auf xcom 2 ja eins meiner highlights dieses jahr das macht mir persönlich immer am meisten spaß wenn ich das spiel zwar irgendwie vom namen her kenne und weiß ungefähr was es ist aber ich schiebe das dann jahre vor mich her und dann installiere ich das tatsächlich mal und dann macht es so was von spaß und dann plötzlich wundert man sich warum man das so lange aufgeschoben hat das ist so ein persönlicher überraschungserfolg ist wenn der hype schon lange vorbei ist und dann entdeckt man das dann für sich selber dann weiß man das wirklich ein gutes spiel ist man nicht vom hype geblendet also ich fand sie vor spiel auch total scheiße und alle haben das geheimt also ich war da auch nicht ich habe es nach drei stunden auch ausgemacht habe ich sei ja ne war der kurz die 70 euro hätten wir auch das klo und der spielen können da gab es ein paar titel dieses jahr da kann ich mich gar nicht daran erinnern an so viele ich habe dir ich habe den miss glaube ich dann gleich ausgelassen dann lernt ihr irgendwann auch ein bisschen mit manchmal ja man muss halt sich selber kennenlernen ja habt ihr nur mal so eine frage habt ihr das auch dass ihr euch erst mal so kennenlernen müssen was was ihr eigentlich wollt also ich meine garg ist klar da geht es auf camelord und simulation also fliegen da brauchen wir die frage nicht stellen oder hast du die momente auch manchmal garg das so du guckst du spielst ja selber auch aber dass du sagen ich glaube das ist nichts für mich und dann dass du dein herz so in die richtige richtung bewegst quasi also also ich weiß schon in welche richtung das meistens so geht und ich spiele gerne so so titel wie dark age of camelot und ähnliches ja also zum beispiel kommt skyrim ja kommt ja auch so in grob in die richtung und also solche rollenspiel games so fantasy so sodass das spiele ich ganz gerne die sind nur sehr sehr aufwendig meistens das heißt ich habe heute die zeit nicht also ich hatte früher die zeit weil ich da habe ich nicht gestreamt ja da habe ich gespielt und jetzt drehe mich und seit anderthalb jahren und habe die zeit einfach nicht mehr weil ich müsste dann quasi das was ich normalerweise spiele im stream spielen das ist aber eigentlich nicht das was ich will so also ich entdecke spiele lieber gerne so für mich und mit mit mehr zeit ohne dass ich jetzt ein durchgängiges programm habe und dass das wäre nichts für mich deswegen bin ich da mit der simulation ganz gut bedient weil das ist für mich ideal also aber ich war schon so ab und zu kommen aber so überraschungen wo ich dann auch sage also das hätte ich jetzt nicht erwartet fallout ist zum beispiel ja fallout ist ein game was ich nie mir gekauft hätte wenn ich weil das überhaupt nicht in meinem fokus ist und auf einmal dann habe ich ein bisschen zugeguckt war immer noch nicht so mein ding und irgendwann dann so kannst du mal gucken und dann irgendwie so und bomb geiles spiel ja also werde ich nie zu ende bringen weil das wieder viel zu umfangreich ist und ich nicht an jedem stein irgendwie anhalte und den hochnehmen und drunter durchgucke ob da nicht noch irgendein item liegt und aber es ist halt so ich hätte nie gedacht dass mir sowas spaß machen könnte das eigentlich gar nicht meine games und das passiert schon ja wie ist das bei euch also das habt ihr ich weiß gar nicht wie ich das erklären soll dass ihr euch selber quasi findet was für euch ich meine ich sag mal so streamen ist ja nicht gleich streamen streamen ist ja oder spielen ist nicht gleich streamen also für mich zum beispiel was ich am meisten liebe sind so sachen wie gta die sind für mich gemacht gta ist absoluter oberhammer oder just caused genau dasselbe fallout sind auch solche sachen oder wo man mit sau viel ironie und sarkasmus rangehen kann wie until dawn und so was das sind einfach spiele die sind einem die sind einem auf dem leib geschossen dann gibt es halt natürlich auch wieder andere sachen die spielt man gerne so wie hitmen aber da bist du halt eher ruhiger habt ihr auch so was dass ihr quasi euch selber erst einmal findet so in welche richtung ihr ihr geht oder wollt meint es jetzt für für die streams oder fürs für das private spiel so generell also unterscheidet ihr also spielt ihr privat was anderes als auf dem stream oder sagte ihr auch zu einem stream ja nee das wird nichts mit dem stream das ist nichts für mich so zumindest paar spiele wo ich weiß das wird im stream nicht gut funktionieren oder wo ich mir denke das mache ich zwar an sich ganz gerne aber im stream wird es nicht funktionieren weil meine aufmerksamkeit ist immer sehr geteilt und wenn ich dann ein spiel habe wo ich wirklich aufmerksamkeit für brauche dann habe ich immer finde ich finde ich es immer schade wenn ich dann irgendwie den ganzen chat ignoriere so halbwegs weil ich einfach zu fokussiert auf das spiel bin oder oder es hängt wirklich vor dem spiel ab ein bisschen unterscheidet sich das oder wenn das irgendein spiel ist wo halt wirklich tausend zwischen sequenzen ist und man sitze dann eine viertel stunde lang rum und sagt genau gar nichts das ist dann auch ein bisschen anstrengend oder es wäre nicht unbedingt so meins aber an sich es gibt klar es gibt bereiche oder spiele spiele genres die die mir liegen oder wo ich wo ich lange schon interesse habe aber hin und wieder kommt auch mal irgendwas neues rein das ist das sind dann je nachdem wie viel man sich anschaut ich ich schaue mir eigentlich ziemlich viele sachen oft auf twitch an die gerade neu sind und und gucke immer ob das was für mich sein könnte oder wie spannend ich das jetzt gerade finde es entwickelt sich halt über die die ganze zeit wenn man schon seit 20 jahren spielt manche sachen fand man früher toll manche genre gab es damals noch überhaupt nicht und die muss man erst mal neue kennenlernen damit man die toll finden kann ich habe ich habe also ich weiß ganz genau was ich gerne spielen was ich nicht so gerne spiele da fallen natürlich am rand mal ein paar sachen ab oder werden mit reingenommen also ich weiß ganz genau ich mir gefallen einfach keine strategie spiele im allgemeinen gibt natürlich ein paar so civilization zum beispiel spiele ich gern mal ein ründchen ein zwei tage aber im allgemeinen sie sind so runden strategien im allgemeinen strategie also echtzeitstrategie sind halt nix für mich und first person shooter das ist auch nicht für mich und mobas ja die darf man natürlich auch nicht vergessen aber mobas sind sowieso die die denke ich gar nicht das ist so eine welt die ist irgendwo da oben das ist so wie wenn man handball-fan ist dann ist fußball auch irgendwo da ja ignoriert man auch komplett und so ist das bei mir halt auch deswegen das sind so drei sachen die ich niemals spielen würde weil ich ganz genau weiß das hat einfach für mich keine langzeit motivation und gesundheit dann möchte ich einfach keinen keinen hirn schmalz investieren es gibt das lerne ich momentan beim streamen gibt es auf jeden fall spiele die ich sehr sehr gerne streame minecraft ist so eine sache ehrlich gesagt ich streame nur weil ich halt gerne minecraft spiele weil ich minecraft für mich wenn ich nur noch hier spielen würde fände ich total langweilig nach irgendwie 1000 stunden die ich da investiert habe aber es macht einfach so viel spaß einfach den stream anzuschmeißen modpack zu installieren und einfach zwei monate durchgehend halt dieses modpack zu spielen und den leuten halt entweder das zu erklären was ich weiß oder rum zu derpen bei den sachen die ich nicht weiß das ist einfach beides für mich zumindest wie gemacht für den stream und deswegen zock ich es am liebsten im stream und deswegen bin ich so dankbar dass jetzt so langsam echt brauchbare brauchbare spiele rauskommen die halt quasi auf diesem konzept aufbauen und das ganze noch ein bisschen weiterführen also ich freue mich schon unfassbar darauf space engineers irgendwann demnächst mal so richtig zu spielen wenn es tatsächlich mal spielbar ist und es nicht dreimal pro stunde abschmiert und ich ist 100 jahre wieder installieren nachher starten muss und so und da so richtig gute mods für rauskommen und solche geschichten da freue ich mich drauf und das ist so meine art von lieblings stream spiel muss ich sagen und dann natürlich dark souls einfach diese diese anstrengung dieses dieses ja diese challenge wenn wenn so ein spiel so richtig shell eine richtig harte challenge hat wie dark souls oder die ganzen soul spiele und ich habe ja immer noch keine ps4 und ich habe immer noch nicht blatt geworden gespielt das heißt das sind so meine lieblings spiele und ich hoffe dass ich bald auch vielleicht einfach mal ein paar noch mehr ja ja sehr witzig wird's gern auch noch mal spielen einfach mal ein paar mehr story spiele einfach ins stream reinbringen aber das kann ich momentan noch nicht so gut weil ich quatsch so gerne während des streams das ist glaube ich auch eine sache minecraft und die 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 spiele die die du aufgezählt hat das als für streamen geeignet sind einfach sachen wo man auch zwischendurch mal stehen bleiben kann wo man zwischendurch zeit haben kann nicht einfach oder geht eine story weiter oder oder werde ich jetzt abgeknallt wenn ich jetzt nichts mache dass man zwischendurch einfach einen augenblick zeit hat auf den chat eingehen quatschen kann autopiloten rein na genau das sind dass das das gar nicht mal das spiel dann im vordergrund steht sondern dass man halt sich um stream kümmert die ganze interaktion dass man irgendwie in seinen seinen redeschwall verfällt die man als streamer sich mittlerweile angeeignet hat und andere leute dann damit nervt weil man den ständig ins wort fällt also ich habe einmal ein spiel gestreamt wie hieß das mit den zombies noch von telltale walking dead genau solche spiele sind im stream auch schwierig ne also finde ich jedenfalls weil da ist man die ganze zeit man muss ja selber der story folgen und da ist sehr viel text und man muss zuhören und das ist total langweilig also ich mag solchen also ich gucke sowas gerne zu ja aber aber selber finde ich das irgendwie nee also da da ist es schon angenehmer ich fliege halt und ich bin auch erst mal eine stunde verschwunden wenn ich in der flugvorbereitung bin wenn das aber alles fertig ist und ich bin abgehoben autopilot rein und nach bescheid sagen dass ein kaffee kommt und so und dann geht das los dann kann man sich mit dem mit den zuschauern unterhalten das finde ich ganz angenehm diese anderen ist sehr sehr ich meine story lastigen dinger sind sehr schwierig zu streamen ich werde immer angepöbelt wenn ich nicht aufgepasst habe was sehr oft vorkommt aber dann wundere ich mich irgendwann irgendwann taucht irgendein fakt auf und ich wundere mich dann wie der hat jetzt mit dem was und dann war das schon von anfang an klar das wurde schon dreimal erwähnt aber ich habe nur auf den chat geschaut und 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 das was aus leutsprechern kamen gegen bei einem ohr rein aus dem anderen raus das ist immer nicht ganz so geil das ist so multitasking problematik habt ihr das auch ist das verhältnis schwer also ich lese prinzipiell alles falsch interpretiere alles falsch was aus dem chat kommt und das wissen die leute und das ist auch in ordnung verabschiedest du auch immer leute die eigentlich andere leute verabschieden ich grüße auch manchmal leute zehnmal tag habe ich auch kein problem geht auch also bei mir ist das echt wumpe also manchmal ich sage den leuten dann pass auf ich sage dass bei jedem spiel am anfang hier ist aufpassen angesagt wir spielen das spiel wir zelebrieren das spiel und wer da was geschrieben hat hat halt pech gehabt ich lese das mit dem auge aber ich rede nicht zurück also die leute sehen dass ich das lese aber für mich ist das ganz klar also das habe ich für mich 2016 auch festgestellt ich will spiele lieben lernen und das in die letzte pore runter und am ende will ich rumschreien und sagen ich habe babys gemacht oder irgendwie sowas aber so ist das für mich halt mittlerweile ist sogar bei mir so krass dass leute gar nicht mehr schreiben also das wirklich so wenig geschrieben wird dass das alle zehn minuten mal jemand hallo sagt oder dann jemand fragt wie es einem geht und das dann am ende vom stream dann also ich bin sehr dankbar für meinen wundervollen chat das geht immer ganz gut ja es muss auch nicht ständig was los sein leute können gerne zuschauen und wenn sie da irgendwie spaß bei haben dann das schön das habe ich manchmal auch dann ist dann ist sowieso gerade nicht so viel los immer im ganzen stream man hat irgendwie ein spiel wo man halt sich sehr um das spiel kümmert und dann wundert man sich mal her ist der chat kaputt oder warum schreibt das seit fünf minuten keiner was und dann macht man einen blöden spruch und dann reagieren die leute das geht dann ja das meistens wenn du so fünf sechs stunden gestreamt hast irgendwann dann geht es einfach runter und dann ist egal ob welche uhrzeit du könntest theoretisch um 18 uhr erst anfangen zu streamen und dann hört sich gegen 23 uhr auf aber du kannst genauso um zwölf anfangen hört um fünf uhr auf egal wenn du um fünf anfängst alle schreiben und schreiben einfach finde ich auch komisch hat soll man auch ständig was sagen ja eben ich schreibe meistens nie was in den chat außer ich habe gerade bock zu trollen dann schreibe ich was entsteht emote spam finde ich mittlerweile ganz fetzig wenn was passiert dann sollen die acht spammt emotes dann haben wir spaß daran also passiert gerne klar dass da ein bisschen stimmung kommt dass man ja irgendwie mitbekommt dass auch andere leute irgendwie noch reagieren und gefühle haben vielleicht ja aber slappy lass uns mal bei deinem nächsten weitermachen weil ich glaube sonst wären wir heute nicht mehr fertig ja nächste titel ist auf jeden fall eins hast du auch gespielt hast ich habe es noch nicht durch aber ich weiß dass es auf jeden fall dahin gehört weil mittlerweile weiß man ja unter welchen bedingungen ist einfach entwickelt worden ist und wenn man das bedenkt dann ist es echt eine leistung eine große leistung ich rede von metal gear solid 5 das ja aus dem konami von konami entwickler kommt und halt von kojima produziert wurde und wenn man hört wie konami sich einfach im vergangenen jahr das wäre auch noch mal so ein thema für sich wie sich konami einfach abgeschafft hat auf dem spielemarkt und wenn man das mal bedenkt da ist eine firma die will seit einem jahr komplett raus aus der videospiele branche und zwar so schnell wie möglich die wollen einfach nur noch reines geld verdienen indem sie alle rechte die sie haben alle alle lizenzen zu einarmigen badenten verarbeiten und wollen einfach nur noch in die spielhallen ja quasi merkur oder wie diese ganzen firmen heißen wollen sich quasi dazu machen aber kojima muss einfach in dieser firma dieses spiel rausbringen weil er hat einfach keine andere möglichkeit er kann nicht einfach sich sagen okay dann mache ich es für mich dann darf es nicht mehr metal gear solid nennen und er hat einfach seit 20 jahren an dieser dieser titelreihe produziert es ist ein baby ja und er möchte sein magnus opus rausbringen quasi und er hat spiele geschrieben die heutzutage als kunst angesehen werden mit metal gear solid 2 zum beispiel und dann kriegt er quasi gesagt du musst dich so schnell wie möglich hier verhauen und und dann ist schon krass was er daraus noch geschafft hat also man merkt das quasi am ende das ist so leicht abeppt und das spiel eigentlich gar nicht fertig ist und es eigentlich einen dritten akt haben sollte den es niemals bekommen hat und so trotzdem ist es immer noch ein unfassbar gutes spiel geworden und deswegen muss es bei mir auf jeden fall an der siebten stelle stehen geht nicht anders und es ist wirklich also die die story ist leider halt wirklich zu knapp geraten in dem spiel aber das gameplay ist einfach unfassbar gut also ich liebe stealth spiele und das ist einfach eines der besten stealth spiele man kann es ja stealthen du hast es ja gemacht äh nils viele sagen es ist aber nicht so stealthy wie die anderen weil du kannst ja auch durch rennen und alles abknallen wie wilden westen und so ja aber man kann es auch durch stealthen wenn man unbedingt stealthen möchte ich konnte skyrim auch stealthen und die wenigsten haben es quasi so gespielt doch das bei hitmen auch so bei hitmen wollen auch mal alles abschießen da hat die ganze map voll hier atommombereien schießt ja alle tot und obwohl hitmen eigentlich egal ja genau jetzt ja deswegen es ist immer noch ein extrem gutes spiel klar es gibt auf der einen seite die leute die sagen die alten metalgears waren so viel besser aber es ist halt ein modernes und ja wird das nicht bei jedem spiel gesagt ja eben bei jedem zelda heulen alle rum dass es so viel schlechter ist als ocarina of time ja und dann ist es trotzdem gutes zelda von daher ich liebe es einfach also metalgear solid 5 bis auf diesen online modus der mich nicht so interessiert hat mit diesem basis front wie ist das front fob das das war jetzt nicht so spannend fand ich weil da hat dann da hat man schon gemerkt okay konami hat da wollte unbedingt irgendwie noch ihre geld raus ballern und das kann man dem kojima gar nicht ankreiden ich freue mich auf jeden fall da darüber dass endlich raus ist aus dieser geschichte und dass er jetzt tatsächlich unter sony wahrscheinlich ein silent hill weiß ich nicht ruhigen berg muss es anders nennen aber es wird wahrscheinlich das nächste silent hill endlich werden nur unter einem anderen damen wenn er sich da besser verwirklichen kann dann ist es auf jeden fall was gutes für ihn ja gerade diese spiele haben durch seinen eigenen stil hat sehr gelebt oder wurden dadurch halt bekannt berühmt was weiß ich was wenn dann irgendjemand nur sagt hey mach mir bis dahin das spiel so und so das muss maßenkompatibel sein das darf nicht anders sein und dann man soll dann welche vielleicht ist ein genie ich weiß es nicht irgendwelche solche leute sollte man nicht bremsen sei denn die drehen halt irgendwann völlig am rad und kein interessiert es mehr ja und ich habe also ich habe großen respekt vor sony teilweise nicht so in die online sondern sony sind zwei sachen zwei verschiedene die darf man nicht miteinander genau und blattbohren war ja auch ein gutes spiel und warum solltest und die haben ja noch nicht mal ein exklusiv vertrag es wird exklusiv für die playstation rauskommen aber später dann auch für den pc das wurde ja auch schon gesagt das nächste spiel und daher ich glaube der ist da schon ganz gut aufgehoben der herr kojima also wenn du gehst heute fünf fand ich ja gut spaß gemacht war gut ja aber bei metal gear ist das genauso wie bei dark souls und bei diesen ganzen eingeschweißen communities sie sind wie godzilla sie fressen nicht einfach sie wollen nicht nur auffressen das ist ich kann das nicht erklären das wird wahrscheinlich genauso sein wenn ich jetzt flugsimulator stream würde um einfach nur mal ein greifbares beispiel zu bringen die leute würden einfach zugekommen und dich zu bomben mit sachen die du scheiße machst und ja komplett am rad drehen und so war das bei metal gear solid auch und du musst nicht auf zu schleichen du musst alles tot schießen kannst du machen musst du nicht drei stunden da rein und den gefangenen befreien doch will ich aber leck mich am arsch halt die schnauze und das war furchtbar ganz furchtbar hier hast du die anderen teile gespielt nein hast du nicht verstanden okay hat keinen sinn bei der gesunde war raus ersten essen zweiten dritten vierten fünften und dann alles durcheinander spielen und dann kannst du fünf spielen okay darf ich einfach das spiel spielen und dann versuchen das zu verstehen ich guck zum beispiel jetzt bei jungs metal gear solid 1 bis 5 regelmäßig und habe mir dadurch die andere story also dann geholt sozusagen wir wollen halt nicht dass du das spiel spielt sondern beherrscht und absolut profi bist und vor allem die entscheidung triffst die andere auch gemacht haben gerade bei irgendwelchen spielen wo man wirklich sachen sehr verschieden machen kann nein das muss immer genauso sein wie die person die gerade am meckern ist diese entscheidung ist die richtige und sonst funktioniert gar nichts und oftmals macht man was komplett anders und es geht super ja da habe ich auch mein lustigstes ereignis dieses jahr im stream gehabt das werde ich auch nicht vergessen für ganz lange aber das machen wir ich hoffe mal ich kann mir das merken bis nachher aber das war mein lustiges auf ja ich schreibe es mir auf lasst uns fortfahren leute dass uns vor wir driften schon wieder jawohl oder bin ich ja schon wieder dran ja ja ich habe hier noch von dingen was so glaube ich keine große fanbase hat aber aber was eben auch im simulations bereich anzuordnen einzuordnen ist obwohl es nicht so richtig gut simuliert ist aber aber irgendwie macht es doch spaß und zwar hacknet das ist ein game in dem man sich in ins internet beziehungsweise in andere rechner netze rein hacken muss und das kann man sowohl auf der konsole machen also nicht spielkonsole sondern auf der konsole auf unix ebene quasi in anführungsstrichen das ist natürlich auch nur simuliert aber es gehen so zwei drei unix befehle oder ein paar mehr aber im großen und ganzen ist das doch sehr eingeschränkt oder aber eben per der maus wenn man nicht weiß wie das geht dann kann man das auch per maus klicken und dann kann man fremde rechner ausforschen und und ja hexe planet also man hackt sich durch die netze und macht einen rechner nach dem anderen auf und findet überall so hinweise wie man eben den nächsten rechner aufmachen kann und und so weiter also mich erinnert das an meine zeit in den frühen 80ern als es in real noch so war dass man über was habe ich letztens gehört das fand ich total toll wir waren ja damals anfang der 80er jahre alle über unsere data modems die wir uns selbst gebaut haben weil es gab noch nichts zu kaufen beziehungsweise das was zu kaufen war kostete sechs sieben tausend dollar haben uns die dinger illegalerweise selbst gebaut ist war ja straftatbestand die dinge anzuschließen bei der deutschen bundespost und haben uns dann quasi über das kernforschungszentrum in der schweiz das war quasi was ich letztens gehört habe die hackerschule wer da nicht reinkam war sowieso schon unten durch also eigentlich jeder hacker der was auf sich hält ist damals im zern über die rechner in die usa gegangen oder sonst wohin und hat dort ein bisschen hacken gibt weil die kisten waren halt total offen muss man allerdings sagen dass die hacker von damals oder anfang der 80er jahre waren halt echte hacker die haben nichts kaputt gemacht sondern die haben nur die technik geil gefunden und die haben versucht über die netze zu gehen und wie groß ist die welt eigentlich und wie funktioniert das eigentlich alles nicht so wie heute wo sie alle im grunde nur noch wirtschaftliche interessen haben und gar keine richtigen hacker sind sondern irgendwelche computer kriminelle das kann man nicht vergleichen mit dem damals und dieses spiel dieses hacknet nicht hackmett ist natürlich ist es verjährt und ich wäre auch für hackmett ist da habe ich nichts gegen das wollte ich gerade sagen also das wäre auch gut gewesen ja ist also sehr interessant also wer da lust zu hat kurz das machen ich finde es sehr kurzweilig man kann da ja mit meinem background ist es nachher irgendwann irgendwie auch scheiße das geht auch nicht und weil es einfach nicht tief genug geht ist ja auch klar ich meine das soll ja auch nicht das hacken an sich beibringen aber trotzdem es macht unheimlich spaß und ich muss doch an vielen ecken schmunzeln also hacknet ja ist ein nettes spiel finde ich also das ist dieses jahr glaube ich rausgekommen bringt das einem auch das hacken bei quasi oder muss man schon können nicht wirklich also das spiel jetzt bezogen nicht jetzt das real hacken jetzt meine jetzt kann man das spiel spielen ohne jemals irgendwie programmiert zu haben ja ja das kann ja ja ist nur ein bisschen nachdenken also nicht mal das viel also körper ist schwierig also aber es ist kurz weil es macht spaß und so ein bisschen kriegt die kiste jetzt auf oder nicht das so ähnlich wie die wie bei fallout die schlösser knacken also so na also so ein bisschen wie deus ex hatte ja auch so ein hacken wo man sich dann ja wobei das einfach nur ums hacken geht so und dann hast du also das hat auch keine großartige grafik oder so sondern einfach so du hackst dich quasi durch durch das netz macht super spaß sind vor allen dingen sehr sehr schöne sachen die man dann findet so in den home verzeichneten von usern dann kann man da ein paar texte durchlesen illegalerweise natürlich und und hat dann findet da wieder informationen über andere und also das ist schon sehr spannend gemacht finde ich wenn keiner von euch wahrscheinlich ich habe es glaube ich mal gehört aber es ist dann an mir vorbeigegangen ich habe vor zehn jahren ungefähr mal so ein ähnliches spiel gespielt da musste man sich auch durchhecken ich habe dieses jahr da denke ich gerade daran tis 100 hieß das das ist so ein programmier simulation das könntet ihr dann vielleicht ein bisschen gefallen das ist so ein bisschen auf assembler glaube ich oder so maschinensprache mehr ist aber sehr kompliziert und ich glaube man muss schon programmierer sein oder schon ein bisschen zumindest erfahrung im programmieren haben wenn man das so eine art rätsel spiel mit programmier hintergrund oder sie sagen die seien interessant ja ja was ja es ist recht neu ich habe ich habe mir ich komme mir das nachher mal an das hört sich interessant an gibt es auch zum reingucken ist ganz gut der vogel das ist eigentlich ein flugsimulant der hatte auch in youtube videos drüber gemacht also da gibt youtube videos wie er so ein gameplay quasi durchgeht ja da kann man kurz mal reingucken ob man das direkt zusagt oder eben nicht und youtube da findet man ja alles wollte ich gerade sagen und wo wir das ist ja die perfekte überleitung zu herren rahmschnitte der kommt ja auch von youtube quasi ja haben sie noch ein spiel was ich sehr gerne gespielt habe und eins der wenigen spiele ist bei denen ich mittlerweile alle achievements habe ist orient the blind forest kam glaube ich auch dieses jahr raus ich fand schön sehr schön ich habe so ich fand so schön dass sie mir gedacht haben ja die achievements die sehen schön aus da kann ich mal was machen das geht und ich habe nicht geheult aber es es war es gab ein paar stellen wo man sich dachte und war schon schön sehr schön von optik ich bin halt ich schaue mir gerne an welche schön gezeichneten bilder und sowas an ich habe da auch irgendwie keine ahnung mein ganzes leben immer an welche sachen gemalt und glaube ich da habt ihr habt da diesen diesen anspruch dass ich da irgendwie schöne sachen halt schön finde spannenderweise ich finde schön aber halt ja ja aber dass ich auch auch gerne so einen schönen gezeichneten stil mag und das hat mir sehr gut gefallen und es fühlte sich alles so flüssig an alles sehr ordentlich an der soundtrack war super ich bin kein großer plattformer absolut nicht super mario ist mein persönliches dark souls da geht ich schaffe das nicht aber orient the blind forest fand ich echt gut hat für mich zumindest ich habe mich da gut 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 reingefunden und hatte mich auch sehr überrascht weil damit da das habe ich halt auch nicht vorher auf dem schirm gehabt habe ich irgendwo glaube ich drei minuten von gesehen und dachte mir ja das packe ich jetzt mal selber aus und spiel das und habe ich habe ich nicht nicht bereut ihr dürfte sagen ich werde dazu noch was später sagen ich kann das nicht also aber das hat nichts zu sagen ich fand ja also mich hat das emotional gar nicht mitgenommen nehmen das ist ja auch nicht das ist also ich kann auch da muss ich wieder sagen entweder hat man eine vertonung oder man hat keine und in diesem spiel hätte ich doch lieber keine gesehen weil dieses ja das können sie sich auch gerne schenken also es sah schön aus definitiv es war echt hübsch aber nichts für mich also ich habe es aufgegeben weil ich damit nicht klar kommen also die story an sich war mir nicht wichtig die 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 zwischensequenzen an sich oder das was da passiert ist oder dass irgendwie emotional sachen verpackt wurden war mir auch nicht 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 wichtig und hat auch eher begrenzt gezogen sag ich mal aber es hat sich halt gut angefühlt es war ein spiel mit dem ich sehr gut klar gekommen bin auch ein bisschen dass man merkt hey die stelle die die da scheitere ich aber wenn man irgendwie drei vier fünf mal macht dann funktioniert das auf einmal und und es gibt drei stellen im spiel wo du gar nicht speichern kannst und halt wirklich unter zeitdruck stehst und wirklich schnell dadurch pesen muss dass du da den baum hochkommst dass du da irgendwie aus dem berg rauskommen muss und das sind so momente da scheiterste irgendwie 30 mal dran und dann schaffst du dir und dann ist super dann 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 erstmal körper entspannen erst mal zurücklehnen sequenz angucken schön das ist schön da kann ich mich dann für begeistern an sich plattformen wie gesagt nicht so oder zumindest mittlerweile entwickelt sich das ein bisschen ich mag die lieber aber ich bin eigentlich nicht gut drin aber das war ein spiel wo ich mich dann ein bisschen festgebissen habe dass das das mein persönlicher anspruch war das durchzuspielen und halt auch dass ich die tiefen zeit so ansprechend fand dass ich gesagt habe welche kommen spielen wir das halt in drei stunden durch statt acht und es hat bis auf ich glaube ich habe hatte am ende zehn sekunden noch über also hat gut funktioniert zehn sekunden ja nice aber die achievements sind teilweise schon echt hart also das spiel zu spielen ohne einmal zu sterben ist da kann man ein bisschen schummeln man kann ja speicherste kopieren und dann immer noch einen zurückgehen also komplett am stück ohne sterben kann ich nicht könnte ich mir auch nicht vorstellen also das spiel ist schon echt wahnsinnig hart macht auch keinen sinn darüber gleich zu sprechen also ich hab's ich sag's gleich nur wo ich es auf meiner liste stehen habe ich bin ja scheinbar der einzige hier der tatsächlich zahlen an seine liste geschrieben hat deswegen macht das die ganze sache ein bisschen komplizierter es ist einfach eins der schönsten spiele dieses jahres gewesen also form vom artwork ist es einfach perfekt es hat eine story die halt disney mäßig ist also es hat halt so ein anfang wie disney ist oben oder ab halt je nachdem in welcher sprache man es geguckt hat wo man halt schon wenn man sich darauf einlässt das ist im stream halt schwierig ich konnte es im stream auch nicht als ich selber gespielt hat war es noch was anderes aber als ich gestreamt habe da fast man dann halt immer so späßchen reinzubringen oder so und dann ist es halt dann macht man sich halt eher darüber lustig so so ne auf die art und weise wer macht jetzt sowas ich liebe aber ich muss auch dazu sagen ich liebe plattformen ich bin mit plattformen aufgewachsen super mario brothers war mein erstes videospiel als fünfjähriger und ich habe es damals versucht schon zu meistern ein paar jahre später dann als ich dann häufiger auch an die kansole durfte und ja ne ich habe auch mal boschi gespielt im stream und life of ne wie ist das wings of v habe ich auch gespielt nicht nie durchgespielt um gottes willen aber so so zwei drei level habe ich davon halt schon geschafft es sind halt anspruchsvolle spiele und uri war halt eine schöne story ein knackiger schwierigkeitsgrad aber bei weitem nicht da wo die richtig schwierigen plattformen angesiedelt sind also selbst ein super meat boy ist noch weit weit glaube ich über uri von daher vor allem wenn man das zu 100 prozent durchspielen möchte oder zu 116 das ist ja schon wieder so ein indikales spiel bei solchen plattformen kommt es einfach darauf an liegt einem die spielmechanik oder liegt es einem nicht ja und es gibt spiele die 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 fasse ich an da da falle ich jeden bordstein runter und bei dem hier da ging es halt hat sich gut angefühlt eben und es war ich fand es war so ein bisschen wie die rayman teile die letzten die rausgekommen sind also origins und legends in halt schwierig und mit einer etwas besseren steuerung also es war direkt intuitiver wenn ich rayman die zwei rayman titel halt liegen lasse für ein jahr und wieder reinkomme brauche ich erstmal einen tag um überhaupt in die steuerung wieder rein zu kommen weil die steuerung halt nicht so intuitiv ist bei uri habe ich es ein jahr nicht gespielt und ich konnte quasi genau da ansetzen wo ich aufgehört habe und das ist bei so einem schwierigkeitsgrad halt extrem befriedigend wenn du einfach das was du von einem jahr gelernt hast immer noch weißt und es wieder weiterführen kannst und ich habe es dem letztens irgendwann als ich krank war und nicht streamen konnte habe ich es mal für in fünf stunden glaube ich durchgespielt so alle orbs eingesammelt und sowas so ein bisschen casual mäßig halt und es hat unfassbar viel spaß gemacht gesundheit alle wieder wach deswegen also uri auf jeden fall ganz oben bei mir dieses jahr also ich wie gesagt ich kann nichts dazu sagen gar du wahrscheinlich auch nicht oder wollen wir dann zum nächsten weiter gehen also natürlich ihr wollt euch beide noch weiter ich meine nein nein ich habe alles gesagt ja dann haue ich god of war in den pod god of war 3 remastered dieses jahr ps4 es war schön mehr muss ich nicht sagen also ich habe mir die seele aus dem leid beschrieben ich habe für mich festgestellt ich brauche einen kompressor damit mein stream nicht irgendwann den stream mutet weil oh gott habe ich viel rumgeschrien ich trage es immer noch im kehlkopf mit mir mit es ist noch nicht ganz weg ich habe die letzten zwei tage drei tage ein bisschen ruhig gemacht warum ich habe das zelebriert diese dieses dieses hack and slay mit effekten und lichten und riesigen ketten und zyklopen und titanen und göttern und epische musik und dann hast du eine feuchte hose und dann willst einfach nur noch aus seinem hals raus und du schreist einfach nur noch alles zusammen hast du deinen persönlichen man versus game ausgepackt ja gut es war einfach nur göttlich und ich mag also ich muss ganz ehrlich sagen ich könnte sehr oft solche spiele spielen ich habe es so dermaßen gefeiert einfach nur komplett auszuticken dass ich weiß nicht es war schön es war es fühlte sich gut an war ein schönes spiel du hast doch jetzt eine wii u ne noch nicht ne kommt nächstes jahr dann ach ne bist bestellt aber kommt nächstes jahr ist was ist das oh ja bayonetta habe ich schon gehört das soll sehr cool sein ja das wird dir dann sehr gefallen wenn dir das es ist allerdings ein platinum game ne also es ist schwierig ich weiß jetzt nicht auf welchem schwierigkeitsgrad du normal normal das ist glaube ich dann doch noch ein ticken da musst du schon ein bisschen das blocken und ausweichen und so noch ein bisschen lernen aber das kannst du ja du kannst ja dark souls jetzt auch endlich mal gespielt dieses jahr und bloodborne oh wie er auf dem putz haut weißt du wie er auf dem putz haut warum nein 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 ich habe bayonetta 2 ich habe gerade mal zwei oder drei ähm kapitel gespielt davon aber hätte dir auf jeden fall extrem gut gefallen ich habe ähm god of war äh zwei damals auch unfassbar äh viel gespielt also ich habe es richtig nicht unfassbar viel aber ich habe es einfach die story einfach auch in einem stück das ist auch eins dieser spieler sich an einem stück durch gespielt habe god of war 2 auch weil es einfach unfassbar episch ist also diese diese ausmaße die da einfach anbringen unfassbar gutes spiel und ich habe das den dritten noch für die ps3 hier rum fliegen und freue mich auch unfassbar drauf also ich muss es auch spielen liebe die reihe auch ja dann äh ich weiß nicht dann hau einfach gleich den nächsten hinterher oder jawoll wo wir schon beim thema waren äh auf meiner nummer 6 was heißt auf meiner ich bin ja der einzige die nummer 6 hat ähm bei mir steht auch quasi ja was heißt ein remake quasi die game of the year version ist es auch nicht ähm dark souls 2 ähm in der äh ähm scholar of the first sin edition ist ja dieses jahr auch rausgekommen und für mich als jemand der dark souls und dark souls 2 einfach sehr sehr viel gespielt hat war das einfach noch in so ein ich sag mal so ich habe damals dark souls 1 gespielt und habe es einfach geliebt vor allen dingen nicht nur wegen des schwierigkeitsgrads und nicht nur wegen der coolen atmosphäre sondern auch wegen diesem genialen level design ähm weil der wie heißt der nochmal miyazaki glaube ich ja ich glaube miyazaki derjenige der halt bei from software für für halt demon souls dark souls und bloodborne halt zuständig ist oder überhaupt für from software zuständig ist der ähm ist einfach ein genie im level design also dieses rumrennen endlich etwas geschafft zu haben und dann einem diese abkürzung zu geben die einen wieder endlich zum feuer bringen dieses gefühl ist einfach so unfassbar gut halt vor allen dingen bei bei dark souls 1 war das schon so war das gerade so und das hat mir damals einfach bei dark souls 2 gefehlt weil man hat einfach gemerkt miyazaki war nicht mehr mit drin so der hat sich davon weg gehalten der bloodborne entwickelt und hat nur seinem team gesagt hier das ist dark souls macht daraus dark souls 2 quasi hat das nur überblick und es fehlt auf jeden fall was in dark souls 2 und was mir auch gefehlt hat war einfach diese ähm geschichte einfach die die dark souls 1 so perfekt erzählt hat durch durch die items durch die welt und halt durch das level design das hat halt in dark souls 2 auch so ein bisschen gefehlt und da haben es einfach die addons so ein bisschen wieder rausgezogen also die addons haben a dieses level design wieder reingebracht die drei ähm was heißt addons die dlcs die man es ja heutzutage nennt ähm und durch diesen diesen scholar of the first sin also diesen ich hab seinen namen schon wieder vergessen das ist schon zu lange her ähm der hatte einfach dann quasi zumindest das was sie angedeutet hatten hat er zumindest ein ticken mehr angedeutet wo worauf woher man sich die story dann doch ein bisschen mehr erklären konnte und dann war es ein bisschen befriedigendes befriedigeres spiel dieses dark souls 2 einfach weil es dann tatsächlich die geschichte hatte die man einfach erwartet hat in dark souls 2 und äh ja abgesehen davon dass ich einfach viel zu viel stunden in dieses spiel investiert hab ähm ist das einfach auf platz 6 bei mir mal zu Ende zu bringen ja ich liebe äh soul spiele hast du dark souls 1 mittlerweile eigentlich gespielt ne werde ich auch nicht das glaube ich äh werde ich nicht tun das ist halt auch wieder sehr speziell also ich hab auch sehr lange gebraucht bis ich mich äh zu bloodborne durchgerungen hab es wieder zu streamen weil äh es ist sehr sehr speziell und nicht jeder hat diesen fable sag ich mal für das spiel und äh das ist es ist ein bisschen speziell wie schon gesagt um es zu lieben muss man ein ganz verwirrter typ sein man muss sich rein finden ich habe auch dieses jahr das erste mal dark souls ist durch gespielt tatsächlich also durch gespielt halt ne bis new game plus irgendwie halb dann auch noch durch äh das erste mal wo ich angefangen habe größe absolut nix gerissen und dann irgendwie ein jahr später nochmal wieder ausgepackt und dann sah das schon ein bisschen anders aus es hat sehr viel mit lernerei zu tun timing und die ganzen sachen und äh ich muss sagen dark souls habe ich von der story habe ich irgendwie gefühlt kaum was mitbekommen weil ich irgendwie mich da so langsam durch bewegt habe dass ich eher verwirrt war wo ich eigentlich jetzt gerade bin und wie ich zu dem anderen punkt hinkomme aber dass ich halt dann wenn irgendwie story aufgeploppt ist dann habe ich das halbwegs nach einer minute schon vergessen gehabt ich könnte keine zusammenfassung von geben was da eigentlich passiert mhm der erste playthrough ist auch nicht für die story ja den kriegst du erst durch den zweiten oder durch den dritten mit wenn es dich wirklich interessiert ja die richtig es gibt nur deutung es gibt keine story ja genau nur deutung und die kannst du dann wenn du möchtest halt bei youtube reinziehen da gibt es ein paar gute youtuber das fand ich aber auch sehr gut umgesetzt oder oder halt das ist für mich eine art präsentation dass es reizvoll ist sobald man irgendwas findet liest man das hat erstmal keine ahnung was genau soll und denkt man drüber nach und versucht irgendwelche verknüpfungen herzustellen dass nicht einem alles präsentiert wird und dann ging der und der dorthin hat den kaputt gehauen sodass man halt irgendwie sich selbst zusammen reiben muss was da eigentlich passiert ist dass man halbwegs wie so ein detektiv der durch die welt rennt das war schon ganz cool der massakriert wird ja am ende kriegt man keinen preis weil man alles erraten hat aber es ist schon ich finde die ganze welt hat so viele seltsame sachen dass da irgendwie eine gewisse faszination bleibt dass man nicht versteht was da eigentlich passiert und dieses wenn wenn spiele es schaffen auch bei film dass sie nicht alles erklären sondern halt andeutung machen das kann kann sehr reizvoll sein dass man halt danach dann nochmal drüber nachdenkt oder dass das halt als als erlebnis irgendwie bleibt wenn du eine komplett abgeschlossene story hast hier ist endpunkt da fertig das ist dann 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 schiebe ich das meistens aus meinem kopf einfach raus sondern erinnere mich später da kommen noch irgendwie dran aufgrund der tatsache dass ihr beide schon garack ich sage dazu nix also ich sage überhaupt nicht mein ding also überhaupt nicht ja ich weiß aber du hast schon so lange ich fühle ja immer mit dir weißt du also ich höre ja immer gerne zu wenn du den ganzen tag so im stream erzählst und immer viel dann hörst du und dann kommen da auch so vernünftige gespräche zustande wie mirko und slabby gerade dann angefangen haben und dann guckst du so zu gar rüber man der hat jetzt echt schon die letzte viertel stunde nicht mehr gesagt jungs du bindet ihn noch mal mit indien der sitzt da so garack was hast du für ein spiel ja ja was soll ich dazu sagen wenn die beiden sich unterhalten was ja sehr gehaltvoll war ja für mich komplett langweilig aber weil es einfach nicht mein ding ist ja also es nicht diese dieses überhaupt nicht meine welt also insofern aber ich finde das faszinierend also es ist ja auch wichtig dass wenn alle alles mögen würden oder das wäre auch nur wieder langweilig und dann hätten wir auch nur noch ein einheitsbrei insofern ist es ja auch wichtig dass da jeder seine eigene richtung hat ich habe aber interessiert zugehört ja und es hat meine meinung bestätigt dass ich da nicht zu hause bin mein nächstes ist mal was ganz anderes keine simulation eher so ein funding finde ich jedenfalls hat mir unheimlich spaß gemacht weil ich habe die serie in den 80ern gesehen und nicht die wiederholung die habe ich auch gesehen aber zurück in die zukunft da gab es dieses jahr ja aufgrund der tatsache dass wir jetzt hoverboards haben und die kündigung irgendwie aus der wand kommen weil das nicht so ein komisches gerät und irgendwie ist das ja alles nicht so richtig eingetreten was da voraus geschaut wurde aber es wurde diese ganze serie ja komplett einmal schön in steam gehypt und ich musste das unbedingt haben weil ich die story ich habe das damals echt gerne gesehen und wer es nicht gesehen haben sollte sollte unbedingt bei youtube mal danach gucken denn emmett brown und martin martin mcfly sind beide in einer talkshow gewesen in den usa ist ein englischer youtube beitrag da sind sie mit dem delorean rhein gefahren und haben sich da unterhalten über was ist jetzt kaputt gegangen hier ist doch irgendwas völlig faul die 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 sind ja überhaupt nicht vorwärts gekommen was das jetzt und sehr 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 lustig kann man sich gut angucken das spiel mehrere teile also das umfasst eben das ganze amte geben und es ist super spaßig es entspricht halt dem film mehr oder weniger hier und da sind abweichung aber im großen und ganzen es ist einfach so ein kurzweiliges ding das macht einfach spaß man muss nicht viel denken man man kennt die filme und ja also ich habe da sehr viel freude daran gehabt also das mal so durch zu zocken dass es ist eben auch schnell gemacht mehr oder weniger ein paar stunden sitzt man da schon dran aber also mehr als spaß gemacht aber was ich glaube auch spiel war das jetzt ich habe das so ich habe überhaupt nichts von mitbekommen das ist so telltale mäßig also so eine mischung würde ich sagen ja war doch von telltale oder nicht ja ja es ist auch von telltale genau deswegen war es so telltale mäßig es ist auch von telltale und ist sehr storylastig halt und dann hier und da mal längst laufen und so aber es ist halt ja wie der film ne also es sind viele es ist immer wieder schön die charaktere dann wieder zu treffen vor allen dingen biff und es ist einfach zu gut gibt es auch grad für fünf euro ja also ich würde ich würde ich kaufen die fünf euro sind gut investiert echt definitiv das ist das ist echt also ich habe es auch gern gespielt ich habe es auch durchgespielt dieses jahr das hat mir gut gefallen sie können dann auch gleich den nächsten nachlegen herr rahmschnetzel ja ich guck grad mal hier weil sie auch nett fand nicht unbedingt so überragend aber was ich ganz nett fand und und gern gespielt habe war the beginners guide begeisterung auf ganzer linie ne war ein schönes spiel wie ist das andere the stanley parable sagt vielleicht ein bisschen mehr von euch was ne und der typ der das damals halt gemacht hat der das ganze geschrieben hat das ganze konzept gemacht hat hat quasi noch mal ein weiteres spiel gemacht the beginners guide wo er so ein bisschen als als auffassung genommen hat oder oder wo der aufhänger ist dass ein kumpel von ihm den bei irgendwelchen coding wettbewerben was ich irgendwelche treffen community treffen da kennengelernt hat dass er immer irgendwelche spielchen programmiert hat aber die nie irgendjemandem gezeigt hat aber dass diese spiele immer ganz interessante aspekte gehabt haben und dass er quasi in diesem spiel jetzt hier diese ganzen spiele quasi nach und nach noch mal zusammengefasst hat immer gezeigt hat was jetzt hier besonders ist was was jetzt nicht besonders ist und 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 was jetzt was die person sich wohl gedacht hat als sie es gebastelt hat und das schlägt immer eine sehr interessante richtung ein dass es nicht um die spiele wirklich geht sondern um die andere person selber wie deren beziehungen zueinander ist von wegen dass der andere sich dann oder warum der andere die spiele nie veröffentlicht hat das ist zu so eine abschottung dann dann kommt und ist auf jeden fall sehr interessant am ende man läuft eigentlich die ganze zeit nur durch die gegend aber durchlebt quasi diese level diese spielideen die 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 andere gehabt hat und das quasi einfache spielideen teilen können dass diese idee eigentlich eine gewisse funktion hat irgendein rätsel was irgendwie immer wieder auftaucht an verschiedenen stellen dass das quasi als als haltepunkt gilt und solche ganzen sachen also das ist im prinzip so ein bisschen erklärt wird wie spiele funktionieren könnten wenn man sich ein bisschen mühe gibt aber halt gepackt in eine schöne story und 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 interessant aufgezogen das ganze mit paar wendungen sag ich mal ohne das spoilern zu wollen das ist auch wichtig ich habe mir das gerade geklickt 5 euro 39 finde ich interessant ich kenne das nicht aber das spielt man oder da läuft man in zweieinhalb drei stunden durch aber wenn man das alles mal auf sich wirken lässt und sich darauf einlässt was da alles erzählt wird und was genau nicht erzählt wird das ist dann schon ganz nett hat halt es ist recht humorvoll gemacht und irgendwann driftet das in so eine ganz komische richtung ab ich habe immer so spielt beziehungsweise ich habe das eher dann bei musik ich habe so alben die höre ich mir mal an aber es gibt momente im leben da kann man es einfach gerade nicht hören und ich glaube beginners guy trifft gerade so ein bisschen in die gleiche kerbe ich bin aber nicht in einem moment in meinem leben wo ich so ein spiel wie beginners guy spielen möchte ich weiß worum es geht und was darin verarbeitet wird und ich glaube nicht dass ich das quasi mit verarbeiten möchte so mit dem das würde viel zu sehr viel zu krasse wirkung gerade glaube ich auf mich haben deswegen habe ich nicht gespielt es ist nichts was man auspacken sollte wenn man gerade eine halbe stunde happy gaming machen will das ist wenn man sich hin man 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 muss sich quasi darauf vorbereiten dass man das einsaugt und 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 irgendwie darin sich ein bisschen zeit nimmt und eventuell ein paar gefühle hat vielleicht war das aber das genau das problem was ich mit dem spiel habe ich hätte so manche gefühle möchte ich halt in meinem eskapismus des videospielens er weg schieben als mich damit zu beschäftigen und deswegen ja das ist so wie wenn ich weiß ich nicht papo indio spielen würde und ich hätte halt das worum es geht halt in meiner familie gehabt dann möchte ich es vielleicht auch nicht haben ist jetzt auch nicht das fröhlichste spiel ist das eben genau und ich habe stanley parable geliebt ich liebe spiele die einfach diese fourth wall einfach durchbrechen ne stanley parable hat das perfekt hinbekommen es hat einfach einen als spieler angesprochen und sie hat ja das beste ende verpasst weil er sich geweigert hat das baby zu verbrennen aber nur mal so nebenher gesagt es war einfach eins dieser spiele und da habe ich jetzt gleich auch noch eins das dieses jahr rausgekommen ist aus eben auch genau damit gespielt hat mit dieser fourth wall ich liebe es wenn einfach spiele das machen ein ein halt durch den bildschirm angucken und sagen du bist gerade nicht im spiel du spielst gerade im spiel und das liebe ich deswegen und ich glaube das schlägt schon in die gleiche kerbe aber viel ernster nicht so auf humor aus und deswegen ich werde schon mal spielen auf jeden fall ich finde schön wenn man zwischendurch immer merkt dass auch die spiele sich nicht allzu ernst nehmen das an sich klar ist es sehr große bestandteile gibt die die durchaus ernst zu nehmen sind oder wo halt das wirklich gut erklärt und erzählt wird dass was passiert aber dass immer wieder an welche sachen kommen wo man sich denkt woher ne kinders warum habt ihr das jetzt eingebohrt das passt jetzt überhaupt nicht in die stimmung rein irgendwie todtraurige sache bei to the moon halt ne dann heulst du da fast rum ne und dann auf einmal kommt irgend so ein blöder witz daher aber das ist auch das macht es dann auch wieder besonders dass das sich getraut wird einmal noch mal so einen einen rauszuhauen dass man nicht komplett da in seiner in seiner gefühlslage versinkt das sind immer ganz cool also beginners guide habe ich nicht gespielt seine parabel war cool ja gut gefallen aber zu beginners guide kann ich nicht sagen ist das so eine sollte man das mal gespielt haben herab schnitzel es hängt davon ab wie sehr man sich für verschiedene spiele interessiert ob man wenn man jetzt da sehr der eingefleischt ist hier ist go spieler ist und irgendwie nichts anderes spielt nur nur shooter haben will dann dann wird das langweilen aber wenn man so ein bisschen überlegt und und gerne verschiedene spiele ausprobiert auch gerne bei in die spiele schaut dann kann das schon ganz nett sein ist also nichts für die spiel design und sowas zu tun hat dann ist das auf jeden fall blick wert würde ich sagen ich habe mir das gerade geschoppt ne also das ist locker was für dich wie ich halt wie ich halt abgestempelt werde hier ja also ganz ehrlich vor allen dingen vor allen dingen slappy guck dir meine spiele an liste an und guck dir deine an was ich im jahr runter baller und was du runter baller ist ja also ja ich weiß nicht drei mod packs gespielt ja herzlichen glückwunsch also ich habe glaube ich dieses jahr über 100 spiele gespielt jetzt kommst du äh mhm ja aber nur counterstrike spielen von der ganzen zeit nur schießen und deswegen ist das nächste äh mein favorit dead rising 3 dieses jahr gespielt auf der auf dem pc habe ich zum sale gekriegt das spiel ist einfach göttlich da muss man auch nicht viel nachdenken bei dem spiel nein doch muss man doch eigentlich man muss sich überlegen wie man her der stadt wird und diese ganzen massen an zombies einfach plattwalzt ich liebe dieses spiel aber auch einfach nur weil das nimmt sich so dermaßen auf die schippe das ist einfach königlich also in strapsen und und geilen stiefeln rumlaufen mit so einem riesen afro in der sonnenbrille so ein porno balken und dann schredderst du da auf der walze durch die stadt ja und machst da herrscharen von tausenden von zombies tot und triffst dann irgendwelche charaktere die einfach saulustig sind also ich habe ich habe es im koop spiele ich es immer noch gerade aktuell ich finde es hammer also richtig cool war für mich eines der besten spiele dieses jahr ganz klar ist ein shooter kann ich nichts zu sagen das ist kein shooter ne wie ist das das spiel ja der rising 3 das ist kein shooter das ist kein shooter nein das ist kein shooter nein womit verwechsel ich das denn gerade weiß ich nicht auf jeden fall du verwechselst mich auch weil ich überhaupt nicht schießen kann und ich ja anscheinend ganz viel shooter spiel ich bin ein richtiger shooter spiel jetzt leidig fallout 4 aber hallo war schon krass deswegen haben wir nur was benutzt weil ich ja so ein shooter spieler aber du kannst deinen nächsten noch raushauen wenn du willst ich habe schon genannt das war nämlich orient the blind forest okay ist bei mir auf der fünf gelandet aber wir können wahrscheinlich sowieso auf die vier die denen auch direkt auf die vier gehen ja natürlich wir warten ja bis deine top 10 fertig sind ja genau die ganze Zeit nur zwischenfüller ne 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 die liste ist fertig mein freund ne auf vier steht ein spiel und da komme ich jetzt genau zu dem teil ein spiel zu dem spiel genau das mit der fourth wall glaube ich so gespielt hat wie noch nie glaube ich ein spiel das ich je gespielt habe also selbst stanley parable kann ein packen wenn es darum geht zumindest es sieht auf den ersten blick unfassbar billig aus es ist einfach ein jpg wie earthbound quasi und es ist ich sag den titel undertale es ist es hat eine fangemeinde die ist toxisch muss man sagen ich bin manchmal auch mit dabei das ist einfach so wenn du einmal realisierst wovon du fan bist und was für andere leute auch fans sind dann musst du dir überlegen lohnt es sich und bei undertale lohnt sich auf jeden fall ich vergleiche das manchmal so mit tool ja meine lieblingsband ist tool und die fans da sind wahnsinnig so was die teilweise meinen meinung meinung haben von von dieser band das ist einfach erschreckend und genauso ist es halt bei undertale trotzdem liebe ich tool und trotzdem liebe ich jedes album was jemals produziert haben und genauso liebe ich halt einfach undertale man muss es gespielt haben ich kann halt nicht viel spoilern es ist einfach es spielt einfach mit mit all diesen sachen die sich über diese 30 jahre an spiele design angehäuft haben und als regeln schon festgesetzt sind damit spielst einfach und du wirst einfach als spieler da rein gesaugt und der erste play through ist halt nicht das ganze spiel sondern es ist darauf ausgelegt dass du drei mal mindestens durchspielst weil es einfach diese diese tür für dich aufmacht du möchtest du bist halt neugierig du möchtest du möchtest sehen was passiert wenn ich das und das mache und was passiert wenn ich das und das mache und du hast halt so viele verschiedene enden in diesem spiel und allein dass das das kampf prinzip da drin ist einfach du hast du kannst angreifen du kannst dich aber aus jedem kampf raus reden ja und das einfach ist schon so genial so du kannst wie das spielst du ein bisschen wie so ein pokémon kampf mit ein bisschen boschi mit drin so also ausweichen und manchmal hüpfen oder so aber du kannst auch tricks bei jedem gegner und jeder gegner ist anders und du musst erst rausfinden wie kannst du den quasi weich klopfen dass du ihn auch einfach ziehen lassen kannst du nicht umbringen muss und ich weiß nicht es spielt nämlich genauso was du gerade meintest mir ko mit dem mit dem diese spiele die halt gefühlsmäßig zu hoch sind und dann wiederum mit humor ankommen dieses spiel hat halt für einfach die perfekte balance es fängt einfach an mit dieser mit diesem humor und am ende wenn du dich darauf einlässt holst du also es gab streamer die das spiel gespielt haben ich denke da an an chino die haben am ende von einem playthrough geholt einfach falls ein wirklich wirklich mitnimmt und wenn ich über das spiel rede kriege ich einfach eine gänsehaut weil es einfach so gut ist es ist natürlich nur lesen und man muss spaß haben aber dann kannst du halt im stream halt deine stimmen verstellen und spaß haben und ich kann es jedem wirklich nur ans herz legen man ist in sieben stunden durch mit einem playthrough und dann kann man immer noch entscheiden ob man es nochmal durch spielt ich habe es nur einmal durch gespielt und habe mir den rest halt angeguckt in anderen bei anderen streamern kann man machen wie man möchte aber es ist trotzdem mein viert liebstes spiel das dieses jahr rausgekommen ist aber da sind jetzt keine shooter elemente drin nein 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 es ist kein shooter es spielt sich wie earthbound oder halt so ein typisches japano rpg ja das ist das ist ich habe von dem spiel noch gar nichts gehört aber als du schon lesen gesagt das war ich schon wieder vorbei deswegen habe ich diesmal erst am ende erwähnt ganz gut aber also es hört sich echt interessant an aber lesen wirkt bei mir keine emotionen außer die emotionen schlafen zu gehen mehr nicht bei dem spiel darf man sich nicht abschrecken lassen wenn man da das erste mal einen screenshot sieht also hübsch ist es nicht damals mal so ich habe es selbst noch nicht gespielt ich habe aber sehr viel gutes davon gehört deswegen mehr kann ich da nicht zu sagen außer dass ich es wahrscheinlich irgendwann selbst auch noch mal auspacken werde und der soundtrack ist der beste dieses jahres jetzt 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 haut er auf den putzer den muss man aber extra kaufen ja was genauso viel wie das spiel ja das ist genauso wie bei hacknet das ist genauso da kostet der soundtrack aus sorry lest euch die systemvoraussetzung beim soundtrack durch da kriegt ihr schon einiges mit über den humor des spiels okay komm das das gebe ich mir jetzt all right all right an an der undertale system vom soundtrack nicht vom spiel system voraussetzung schön ja okay ich zeig das mal im stream sollte machbar sein ich zeig das mal im stream also minimum ist any man braucht ein gigabyte arbeitsspeicher grafik äh well it's just music files speicherplatz verfügbar ein gigabyte betriebssystem vom empfohlenen windows neun milliarden very fast processor that can play 9000 songs per seconds ein 999 gigabyte ram die grafikkarte special graphics card that makes music soundkarte looks like cool 3d for no reason all right all right die scheinen wohl lustig zu sein ich meine ich glaube dass das lustig ist das problem ist einfach nur es ist so ja lesen so viel lesen ist das auch wieder nicht ja du willst es mir nur schmackhaft machen du willst es mir nur schmackhaft machen ganz einfach pillars of eternity ist wesentlich mehr lesen muss ich sagen und wie hieß dieses rätselspiel was du gespielt hast moment das schade aus principle ja genau talos principle ist noch mehr lesen also das war aber auch viel lesen wenn man alles mitgenommen hat na eben ja deswegen habe ich es auch raus gemacht du solltest dich mal bei einer spielezeitung bewerben slabby für eine besprechungsstelle da für spiele ja da kann ich nicht mehr spielen ja das macht nichts aber die würden dann spiele verkaufen wie blöd ich habe kurzzeitig überlegt das zu kaufen aber nur kurzzeitig dann habe ich die grafik gesehen ähm aber ne es ist zu viel lesen also ich weiß nicht wann ich das machen soll ja das ist immer das problem ähm solche games ähm ich finde die toll ja da ist die grafik auch völlig egal ähm es geht ja um den den inhalt aber du brauchst natürlich auch echt zeit ne du musst dir irgendwo zeit nehmen können und wirklich tür zu abschotten und dann das game spielen und dann kannst du da eintauchen reinfallen und und so ne so ne games finde ich schon cool man muss nur eben in der lage sein sie spielen zu können wie sagt sieben stunden ja ja ist ja viel ein playthrough also so lustig schon allein diese themaforderungen klingen glaub mir slabby ich glaub dir dass das verdammt lustig ist und verdammt schön ist aber ne weil ich mach das spiel nur kaputt also ich würd's kaputt machen weil es mir dann irgendwann okay lesen wir ah wie ah wie heißt das wort ah ich kann einfach nicht ich kann a nicht lesen und ich lese nicht gerne das ist äh vielleicht slabby irgendwann wenn wir uns mal sehen und du vielleicht für eine woche zu besuch kommst kurz vor der zombie apokalypse ich werde dir eine e mail schreiben du wolltest ja mit mir dann durchstarten haben wir ja gesagt dann können wir jetzt gerne am ende nochmal stream du liest es vor ich setze mich daneben und genießt das einfach ja okay machen wir high five sehr gut ähm garag was hast du denn noch so auf deiner wundervollen liste ja da mir ja eine einige zu vor gekommen sind hier wird die liste langsam eng also ich hab jetzt noch was gab es wird immer spezieller hier bei mir ähm ich hätte ich hätte da noch aber das ist nun wirklich total speziell also für mich die die nummer eins äh ich bin mir nicht ganz sicher es gibt da noch was mit c was besser ist aber egal ich hab ähm ähm ich hab äh glaube ich so es würde ich so als 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 ja aber dann würde ich zugeben dass es ein game ist es ist ja kein game also es ist kein richtiges game ja ähm äh und zwar ist das äh der von locket martin eine eine ähm ziemlich spezielle geschichte nämlich flugsimulator und zwar ähm der eine weiterentwicklung des microsoft flugsimulators der von locket martin weiterentwickelt wurde locket martin ist vielleicht bekannt die machen so flugzeuge und raketen und so ein zeugs also in echt waffen waffen genau und ist ein rüstungskonzern und die haben ähm den flugsimulator aufgegriffen und haben den weiterentwickelt und ähm ja für mich die überraschung des jahres eigentlich äh denn äh es gab es ja schon vorher das ding ist nicht neu das gibt es seit fünf jahren in verschiedenen versionen heißt prepaert ähm ist ähm in der version 3 erschienen inzwischen gibt es sogar schon die 3.1 ähm die haben alles über den haufen geworfen die haben irgendwie alles reingeniert und auf einmal haben die einen flugsimulator produziert der nicht mehr abstürz wegen speichermangel was äh für einen flugsimulanten die katastrophe schlechthin ist weil äh man fliegt man macht eine flugvorbereitung von einer stunde wenn man das gründlich macht äh man macht äh sagen wir mal man startet in hamburg und fliegt nach nehmen wir mal mal das versteht noch jeder irgendwie äh in echtzeit ja weil wir simulanten fliegen ja in echtzeit ja und nicht irgendwie schneller und äh das heißt äh wir sind ja zwei stunden unterwegs und kurz vor der landung und bom bom ja out of memory error fertig blatt das ist bei fast allen flugsimulationen passiert je nachdem wie viel äh addons man hatte oder da heißen sie übrigens noch addons und ähm ja das ist inzwischen nicht mehr der fall äh Lockheed Martin hat einen sehr sehr großen Durchbruch geschafft obwohl es ein 32 Bit Programm geblieben ist ist es ähm heute so dass äh durch dynamisches laden und entladen quasi von von speicherinhalten es geschafft wurde diesen simulator quasi auf ein neues level zu bringen äh heute ist es nicht mehr möglich dass der speicher ausgeht äh was gerade bei Langstreckenflügen wenn man einen Flug macht von ich sag mal von Hamburg nach New York dann ist man halt sechs Stunden im Cockpit ja und wenn das Ding zwischendurch abschmiert weil plötzlich ein kleines Windo kommt äh ähm Programm reagiert nicht äh da beißt du den Tisch ja also ähm weil die ganze Zeit ist weg ja und ähm ja also für diejenigen die es verstehen können dass man sinnloserweise für viele äh sechs Stunden vorm Rechner sitzt und zuguckt wie das Flugzeug fliegt äh für diejenigen ist das ein Highlight ja kann ich sogar nachvollziehen ja weil es stürzt nicht mehr ab eben wen freut das nicht aber dass das immer noch eine 32 Bit Anwendung ist äh ist crazy oder ist das dieses Jahr rausgegangen ja also die die 3.0 ja 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 die arbeiten wohl auch in irgendwas anderem aber aber es ist äh das Programm ist halt der 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 Sourcecode des Programms ist halt von 2006 ja ähm ähm den haben die von Microsoft gekauft äh unter Auflagen also darf nicht zum Game deswegen ist es auch kein Spiel äh es darf nicht fürs Game benutzt werden sondern nur für Ausbildung und äh Schulung also Schulung Ausbildung und ähm ähm und sowas machen wir ja auch und ähm sonst muss man halt den FSX kaufen also den den klassischen Flug Simulator von Microsoft aber der ist so out of date das letzte Patch ist von 2007 und äh da läuft natürlich nicht mehr viel deswegen ist der Priperd eine gute Lösung auch wenn er sehr teuer ist dass der Simulator kostet ähm wenn man die reguläre Version kauft die man kaufen sollte wenn man nicht gerade Schüler ist äh muss man 200 Dollar auf den Tisch legen und hat noch nichts außer dem Simulator und ähm ja das kostet schon Geld ah die Flugzeuge können immer noch abstürzen ja das wäre sehr langweilig das liegt ja am Pilot das ist doch stolze Sohle du mhm wenn der Sale irgendwann mal ne also es gibt den äh es gibt den äh Flug Simulator von Microsoft der ist gerade im Sale für 5 Euro oder 6 oder so aber der soll ja nicht so toll sein hab ich gehört naja er geht auch äh wenn man da mal einsteigen will so ein bisschen reinschnuppern will dann ist es genau das Richtige ah ok ist bei Steam seit einem Jahr aber erst ähm ja ein bisschen aufgebrezelt ein bisschen optimiert äh der läuft auch also ich möchte nicht auf der ähm Liste von Lockheed Martin stehen weil ich mal was da gekauft hab äh ja Herr Slapstick äh Sie möchten hier in Amerika einreisen ich hab hier ne Liste ha 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 Sie waren Bart was haben sie denn bei Lockheed Martin gekauft oh Flugsimulator das ist eine amerikanische Firma da kommst du in Amerika gut rein schwieriger wird das wahrscheinlich im Mittleren Osten oder in Russland ja ich bring nur Geschenke ha ha ist nicht Ostern ich hab Ostereier dabei ach ganz zufällig Schoko eingezogen aber ihr glaubt gar nicht wie viele Leute ich in meinem Stream zur Flugsimulation gebracht habe das ist äh ja man muss ja auch nicht teuer einsteigen man kann ja auch günstig einsteigen und das ist halt auch eine faszinierende Geschichte und der ein oder andere hat vielleicht immer schon mal gedacht hm muss ich mal probieren aber ist alles viel zu kompliziert und ähm bei mir sieht das dann immer so leicht aus und außerdem fehle ich ja auch dauernd also ich krieg ja auch nicht immer die besten Landungen hin und so ich stürze in der Regel nicht ab aber ansonsten ähm ja also sind ja alle nur Simulanten und keine echten Piloten obwohl ich hab in meinem Channel echte Piloten und auch echte Flugloten die zugucken ja vielleicht solltest du neuer Trainer von FC Bayern werden ne ne lass mal das ist ja Fußball da hab ich keinen Schimmer von ja gut aber da musst du ja nur Simulieren beibringen ach so ooooh Slappy 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 der war gut der war gut der war nicht schreckt mhm da hat er mal wieder einen rausgezaubert Herr Rahmschnitze sie können äh den nächsten herbeizaubern was haben sie denn das auch ja äh ich hab grad mal ich überlege grad mal es gibt so ein paar Spiele die ich zwar gespielt hab und ganz nett fand aber ich weiß nicht auf so ne Bestenliste müssen die nicht unbedingt drauf wir können sie ja auch einfach auslassen das können wir auch machen ich kann ja nochmal ein Spiel sagen an dem ich zuletzt recht viel Spaß gehabt hab na dann äh ein Spiel was die meisten wahrscheinlich aus dem eSports kennen aber was ich auch von der Story und von der Kampagne sehr sehr cool finde ist Starcraft 2 Legacy of the Void kam dieses Jahr raus oder halt in diesem Herbst ähm alle drei Teile fand ich jetzt vom zweiten Teil wirklich gut von der Kampagne Story hebt irgendwann sehr ab ist halt Blizzard ne du hast irgendwie deine 30 Charaktere und irgendwann hast du keine Ahnung mehr was eigentlich passiert aber wenn man seit 20 Jahren irgendwie an Echtzeitstrategiespielen hängt und ein bisschen traurig ist dass das Feld da mittlerweile so dünn ist ähm muss ich sagen hat mich sehr gefreut ähm hat sehr viel richtig gemacht fühlt sich fühlt sich sehr ordentlich an und ähm da die Kampagne durch durchspielen macht wirklich eine Menge Laune wenn man ein bisschen was von dem von dem Thema versteht sag ich mal auch für Anfänger geeignet aber dann muss man nicht unbedingt den letzten neuesten Teil spielen der ist schon schwer dann oder was? äh das ist so schwer wie man sich das einstellt und wie man sich das selber macht äh man kann das Spiel auf dem einfachsten Spielkeitsgrad spielen und dann kommt man dann locker mit seinen drei Marines gegen die höchsten Einheiten von den Gegnern durch ähm man kann sich das aber auch so einstellen dass es eine Herausforderung ist ähm aber es wird halt alles sehr sehr gut erklärt und sehr sehr gut gezeigt die ganzen Einheiten da wird man sehr gut herangeführt was man da für Möglichkeiten hat ähm ich habe dieses Jahr auch nochmal die Siedler 3 gespielt da ist es komplett anders wenn man Siedler kennt und 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 äh schon mal gespielt hat dann dann kommt man da auch gut rein aber das ist so eine Sache du bist in der zweiten Mission von den 30 40 Stück und du hast alles zur Auswahl kannst alles machen und nirgendwo eine Ahnung von warum eigentlich ähm und ähm das macht Starcraft sehr sehr gut dass du da wirklich herangeführt wirst Schritt für Schritt kriegst du jede Mission eine neue Einheit hast auch quasi immer in der Mission ähm ähm direkten Anwendungsbeispiel warum du diese Einheiten jetzt gerade gebrauchen könntest oder warum du das Gebäude jetzt bauen kannst wie du quasi in dem Fall strategisch sinnvoll vorgehen kannst aber man kann auch äh seine ganzen Einheiten so auswählen dass es dass man komplett anders spielt als das Spiel eigentlich erwartet und ähm dann trotzdem irgendwie siegreich sein oder auch absolut gar nicht also es ist ein Echtzeitstrategiespiel das ist ein Genre was durch die MOBAs so ein bisschen ausstirbt weil das quasi die die oder was von vielen als logische Weiterentwicklung angezeigt wird dass du halt nicht mehr dieses ganze Management mit mehrere Basen irgendwie Ressourcenmanagement hast du irgendwie deine drei Armeen über dem ganzen Feld verteilt und ähm es ist es ist wenn man gerade sich so irgendwelche E-Sports Sachen anschaut ich schaue sehr gerne zu aber ich weiß so wie die spielen da 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 nee kann ich nicht werde ich nie nie können aber aber es ist trotzdem richtig geil anzusehen ja gerade Starcraft ist für mich zumindest ein E-Sports Spiel was ich auch verstehe wenn ich bei zuschaue vielleicht werde ich da selber das gespielt hat da ist League of Legends und Dota da bin ich raus ähm aber gerade die ganze E-Sports Sache wie das stellen was aufgezogen wird ist schon sehr sehr cool mit anzuschauen und wenn du dann gute Kommentatoren hast ähm macht das wirklich eine ganze Menge Laune hast du denn den Home Story Cup äh begleitet sozusagen hast du zugeguckt äh ich hab die letzten Monate nicht ganz so viel gesehen ähm ich hab da von den letzten Jahren das schon mitbekommen aber jetzt das letzte Mal nicht ne war sehr cool ich hab alles gesehen also ich guck das auch schon seit Jahrzehnten seit das noch bei Hand Take in der ersten Wohnung war seitdem guck ich das mit 16 Mann damals war das ja 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 sehr cool ja als Konzept auf jeden Fall auch sehr cool dass man nicht so eine hohe Prestige Veranstaltung macht sondern einfach hier kommen wie wie so eine alte LAN bringt eure Rechner her wie daddeln jetzt mal ja 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 weil ich halt auch diese groß aufgezogenen Sachen mit riesiger Bühne und dann irgendwie Light Show und alles drumherum das sieht dafür dass es eigentlich nur ein Videospiel ist es ist also es hat sich so entwickelt die letzten Jahre und auch durch durch Twitch ähm die ganzen Übertragungen das ist ja enorm nicht nur bei StarCraft sondern halt auch wenn man da irgendwie sieht bei bei Counter-Strike hast du da eine halbe Million Live Zuschauer oder ganze Millionen gleichzeitig in einer riesigen Arena und dann wird gefeiert und Emotionen überall das ist schon enorm ja definitiv also eSports hat sich gut gemacht ja ja fand ich sehr schön aber da ich halt in StarCraft zu schlecht bin war meine eSports Karriere bisher sehr kurz und das ist auch eines von den Spielen die ich nicht im Stream spiele als Multiplayer Version weil sobald also das ist auch ein Spiel wo sehr viele Profis dann unterwegs sind wenn man das plötzlich spielt und das ist klar dass man alles falsch macht es ist klar dass man irgendwelche keine Build Order irgendwie drauf hat man müsste sich sehr viel beschäftigen damit andere Leute zufrieden sind und da habe ich meist keine Lust zu ich will einfach spielen und dann spiele ich halt so wie ich das selber meine manchmal habe ich Erfolg und manchmal nicht ja deswegen äh ich muss mich bei dem Spiel auch sehr konzentrieren auf das was ich eigentlich tue und auch da ist das dann wieder dass ich irgendwann gesagt habe ne ich kriege vom Chat nichts mehr mit das ist das gefällt mir nicht aber Kampagne auf jeden Fall sehr sehr schick ganze Story die ganze Inszenierung dafür dass es theoretisch nur ein Strategiespiel ist ist doch sehr viel drum herum gepackt also die meiste Zeit oder nicht die meiste aber ein Drittel bis die Hälfte der ganzen Sache von der Kampagne verbringt man tatsächlich nicht in diesen eigentlichen Strategiespiel Ansichten mit Kubäude bauen und Einheiten durch die Gegend schicken sondern halt irgendwelche Zwischensequenzen irgendwelche Einheiten auswählen an welche Story abklappern und das ganze Zeug das haben sie sehr schön gemacht dieses Jahr kam auch ein 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 sehr schönes Strategiespiel raus also was ich sehr schön fand das war Until Dawn das war äh Strategie? ja ja die Strategie wie werde ich alle diese doofen Hühner los die mir auf den Sack gehen ja das war äh ein sehr schönes Strategiespiel also wie bringe ich alle um wie bringe ich alle um wie werde ich die blöden Hühners los also da musste man schon sich ein bisschen was hin und her rücken ja da gab es aber auch ein paar Charaktere die wollte man gerne loswerden weil die so nervig waren ja wollte alle loswerden ja also das war definitiv für mich dieses Jahr äh schon ein Strategiespiel was erschienen ist natürlich nicht auf dem Niveau wie du das gemacht hast äh äh Mirko aber es ist definitiv mit Strategie verbunden ja das war lustig war das jetzt deine Auflistung oder was? ja natürlich achso ich hab das wieder so gekonnt ich ich musste ich muss die ganze Zeit warten bis er fertig ist mit reden damit ich das Ding reinbringen kann und er wollte nicht aufhören jetzt hab ich es getan ja Until Dawn ist meins Until Dawn ist meins ja ist meins gar nicht muss ich sagen Until Dawn ja du hast ja auch keine PS4 wenn ich schon ein Story Spiel spiele das hauptsächlich aus Story besteht und ich bin jetzt nicht so der Horror Fan deswegen komme ich da gar nicht in die Zielgruppe rein deswegen kann ich das auch einfach so sagen ähm aber dann will ich auch Charaktere haben zumindest ein oder zwei mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann und das hatte genau das gleiche Problem wie Life is Strange es war einfach so ähm supertäre Charaktere Highschool Gedöns oder dann halt College bei denen aber immer noch diese Quarterback und Cheerleader Tussis und ja am liebsten will man halt alle umbringen also wenn ich das spielen würde dann nur aus dem sadistischen Hintergrund weil ich einfach sehen möchte wie alle sterben aber das wäre der einzige Grund und dann muss man auch sagen ja gut da ist ja da da die Entwickler einem die Option geben das da zu tun kann man es wiederum als cooles Spiel sehen weil du kannst natürlich auch alle Charaktere einfach kacke finden ja also ist schon ein gutes Marketing tritt schon ein Moment der der Genugtuung ein wenn jemand wirklich stirbt genau also ich fand es grandios also ich habe ich sehe das so wie du Slappy ja aber es ist grandios du willst eigentlich alle loswerden und du machst dich permanent darüber lustig also du da durch die Jumpscares bist du ja zwischendurch man ist es klar dass man erschreckt also es gibt keinen der davor ist trocken davor davor sitzt man erschreckt sich also die Paarung von du spielst die Spiele nicht und erschreckst dich trotzdem und willst eigentlich alle loswerden und sie töten weil sie dir nur auf den Sack gehen und du die ganze Zeit also bei mir war das zumindest so voller Sarkasmus geladen bist und dich über das Spiel lustig gemacht hast war es für mich echt ein sehr geiles Spiel also ich hatte immens viel Spaß ich habe es selbst nicht gespielt ich habe es bei zwei verschiedenen also ich habe das in zwei verschiedenen Let's Plays gesehen ich habe das ich habe den Fehler gemacht als das Spiel raus war und ich keine Ahnung gehabt habe was das jetzt genau ist war das ja auf Twitch doch einigermaßen groß habe einfach mal random in irgendeinen Stream reingeschaltet ja da als ich dann die Let's Plays gesehen habe habe ich gesehen ja ich habe genau zu der Stelle eingeschaltet woran es ein Plottwist war super geil wo das dann ein bisschen erklärt wurde was da los war deswegen wusste ich quasi schon ein bisschen vorher was passieren wird aber das eine wo ich das gesehen habe das fand ich ziemlich cool das haben vier Leute also vier Leute waren dann halt gemütlich auf dem Sofa haben sich ordentlich einen reingezwitchert und einer durfte dann halt spielen ne ja und dann wie die durcheinander brüllen welche Entscheidungen die jetzt zu machen haben und was man sinnvollerweise machen sollte das war schon sehr sehr cool da selber spielen weiß ich nicht klar können wir machen aber rein vom Gameplay her fand ich so man läuft durch die Gegend Entscheidung Quicktime Event passt aber zum Zuschauen fand ich es auch sehr ansprechend gerade wenn du da irgendwelche Leute hast die leicht holerisch sich dann gegenseitig hauen wollen weil irgendjemand ein Quicktime Event falsch gemacht hat oder irgendeine falsche Entscheidung gemacht hat das war dann schon sehr nett also wenn ich irgendwann mal mit jemandem spiele der was dagegen hat dass ich keine Quicktime Events machen kann lande ich im Krankenhaus glaube ich ja also bei mir ist das echt also quick ich habe ich kann mich noch die eine Stelle erinnern ohne jetzt zu spoilern aber da musste man sehr ich habe auch keine Ahnung was in meinem Hirn zu dem Zeitpunkt abläuft ja aber es sind Dinge die die sind eine halbe Stunde drück die Kreisteste ungefähr in diesem Tempo erscheint das auf dem Bildschirm und bei mir geht das dann noch 5000 mal langsamer in meinem Hirn oh nein doch nicht oh Quicktime Event verkackt oh man Desi du Idiot und das ist äh ja ich bin absolut ich weiß nicht ich kann keine Quickies bin mehr so der Longy aber es hat Spaß gemacht das Problem hatte ich beim Tomb Raider 2013 Teil den ich am PC gespielt habe erst mit Maus und Tastatur gibt es auch Quicktime Events aber die die Tasten die man drücken drücken soll sind so winzig und vor allem wenn man mit Tastatur spielt haben die alle die gleiche Farbe und so ein E sieht auch schnell mal aus wie ein F ne und ich bin da so oft durcheinander gekommen ich habe es dann irgendwann später nochmal mit dem Gamepad gespielt ähm da wurde zumindest die Knopf Farbe angezeigt das war dann wieder sehr viel einfacher aber Quicktime Events da kannst du mich auch mitjagen eigentlich ja ja Sleppy das ist eine Entwicklung weil man das ist das ist für Spiele die man auf dem Sofa gemütlich spielt damit man zwischendurch mal irgendwie interagieren muss drückst du den Knopf drückst du das was das Spiel dir anzeigt ja ich mag das sowieso nicht wenn mir einer vorschreibt was ich machen muss deswegen bin ich so schlecht in Quicktime Events natürlich äh Sleppy aber du musst doch Großmeister der Dinger sein war wenn du deine Jumper deine Dinger da spielst du also naja wenn ich wenn ich weiß dass es kommen dann mache ich es aber meistens finde ich Quicktime Events als solche auch eher nervig also manche Spiele kriegen es ja ganz gut hin ähm mir fällt jetzt keins ein gerade aber ähm es gab auch schon Spiele wo ich mir dachte okay das ist jetzt nicht mehr Quicktime Event ich meine Fahrenheit war damals das erste Spiel glaube ich was so richtig ähm auf Quicktime Events ein bisschen aufgebaut hat und da war es noch was schönes weil es was Neues war aber das haben dann irgendwie viele aus dem Konzept rausgenommen und einfach nur eingesetzt damit die Zwischensequenzen nicht ganz so langweilig sind ähm es sind dann stellenweise Spiele wo man sich denkt boah nimm diese fünf Minuten Gameplay pro Stunde raus die es gibt mach eine Serie draus und ich lieg auf dem Sofa und guck mir das an so gefühlt das sowieso alles so inszeniert ist wie ein Film dass man letztendlich auch nur in engen Schläuchen irgendwo lang laufen kann und zwischendurch muss man irgendwie auf den Knopf drücken als Gameplay als Spieler selber fände ich das nicht sehr ansprechend zum Zuschauen ist es wieder was anderes ja ich meine bei Metal Gear Solid kann ich mit einem Quicktime Event aussuchen ob ich äh quiet umbringe oder nicht das ist mein Quicktime Event weißt du im Nachhinein im Nachhinein im Nachhinein hätte ich den Knopf drücken sollen wenn ich so recht überlege aber ähm das weiß man ja vorher nicht am Anfang sieht es ja auch nur hübsch aus und hat mal Mitleid was hätte ich es immer umgebracht Nichts verraten Nichts bollen ich bin noch nicht durch ne ich hab ich bin ja auch noch nicht durch also es kommt ja relativ am Anfang aber lass uns mal zu deinem Top 3 kommen jetzt Jawoll Nummer 3 ist ein Spiel dessen Grundspiel zwar schon letztes Jahr rausgekommen ist aber die Erweiterung erst vor kurzem und da ich einfach 450 Stunden gespielt habe in diesem Spiel muss es einfach auf die Liste äh das Binding of Isaac Rebirth oder halt Afterbirth ähm ich weiß nicht ich hab mir irgendwann zum Ziel gesetzt schon in in Rebirth halt also zwei Wochen bevor Afterbirth rausgekommen ist alle alle wirklich alle Achievements zu holen willst du Platinum God werden genau und ich hab's geschafft zwei Wochen bevor Afterbirth rausgekommen ist und dann war alles wieder futsch dann stand ich wieder auf 69% Achievements von den 100% ähm ja aber was soll ich sagen es ist einfach Gameplay es ist reines Gameplay nichts anderes du hast ja keine du hast eine kleine Story aber die ist äh ne kannst du vergessen sonst hast du auch nichts es ist einfach nur gehe von Raum zu Raum die werden zufällig angeordnet und bis zum Boss und ähm es ist im Prinzip wie die ersten Zeldas äh die Dungeons in neu du kriegst bei jedem Run kriegst du neue Items wenn du stirbst bist du tot fängst wieder von vorne an Roguelike halt typisches Roguelike und wenn ich das so sagen kann es ist das beste Roguelike was dieses Konzept halt umgesetzt hat also es ist das beste Roguelike aller Zeiten deswegen ja und ich hab nicht umsonst 450 Stunden dieses Spiel gespielt ja ist ein schönes Spiel kann ich nichts zu sagen es passieren manchmal Dinge da rechnet man nicht mit ja weil die Item Kombination die haut dann ordentlich was raus oder geht's überhaupt nicht ja ihr habt auch viel zu oft Däumilk beim Beispiel mein Problem ist da immer ich kann mir keine Namen mehr auch nicht von den ganzen Items da und deswegen habe ich immer keine Ahnung was genau was jetzt macht nehme ich das jetzt mit oder nehme ich es nicht mit ja das sind die ersten 100 Stunden ja da bin ich nicht drüber hinaus Karak Karak ich weiß wie du dich übrigens fühlst gerade ich sehe ich verstehe da auch nichts von ne ich auch nicht überhaupt nicht meine Welt ne das macht ja auch nichts auch gar nicht aber ähm trotzdem ich habe es mir ein, zwei Mal angeguckt für drei Sekunden ja ich auch ungefähr ich habe glaube ich sieben Sekunden überlebt und äh bei einem Stream der das wo das gestreamt wurde und hab dann weiter geschaltet das ist nicht so mein Ding ne vielleicht dann geht dann da ja auch was also das frage ich mich ja immer die ganze Zeit warum spielen Menschen sowas wahrscheinlich da muss ja irgendwas dran sein und aber ich habe beschlossen irgendwann ne ist nichts dran weil es nichts für mich ist bei solchen Spielen geht es halt wirklich um die persönliche Herausforderung dass ähm man das dass man mit den Sachen die man da findet mit denen man vorgesetzt wird dieses dieses Universum in das man reingeworfen wird dass man mit dem klarkommt ist genauso wie Dark Souls ist genauso wie irgendwelche äh äh Super Meat Boy dass du da irgendwie mit den Sachen die da vorgesetzt werden dass du dich damit anfreundest und versuchst äh da äh deine eigenen Fähigkeiten quasi auszubauen und und zu zu kapieren wie das ganze Spiel funktioniert dass nicht das Spiel mit dir spielt sondern du mit dem Spiel ähm es ist halt es ist nicht für jeden was manche Leute setzen sich gerne auf Sofa spielen auf ihre Konsole irgendein sechs Stunden Spiel durch wo sie auf drei Knöpfe drücken muss und das war es dann da ist halt das Erlebnis ein anderes ja und entweder einem gefällt das oder nicht ja es ist im Prinzip ein Dark Souls von oben ja wenn man so will naja jetzt übertreibt man nicht da fehlt das da fehlt das Rollen oder wie heißt das diese Chalice Dungeons bei ähm Bloodborne waren glaube ich auch so ein bisschen roguelike ich weiß es nicht ich habe Bloodborne halt nicht gespielt selber und die Chalice Dungeons habe ich auch eher nicht beobachtet bei anderen aber die waren so ein bisschen so dass du da diese zufällig angeordneten Dungeons hast und am Ende wartet halt ein Boss oder so keine Ahnung wir müssen wir müssen mal irgendwas anleihen für Garak was mit Fliegen zu tun hat wo er mit beim Fliegen irgendwie so Bosse bekämpft sag mal nix ich habe immerhin das das Adventure begonnen in den Indie-Bereich abzutauchen ja und habe Emily Wants to Play angefangen ja und was ja im Grunde genommen für mich ein völliges komisches Ding ist und finde ich sehr spannend aber ich bin auch ganz am Anfang und kann auch nicht genau darüber irgendwas sagen ob es jetzt am Ende mir gefällt oder nicht also ich mache schon Dinge die nicht unbedingt mit Fliegen zu tun haben und ich versuche gerade in diesen Horror-Bereich abzutauchen da müssen die Storys aber gut sein weil Horror am Bildschirm kommt ja nicht rüber und ich bin auch kein Freund ich gucke zum Beispiel keine Horrorfilme weil das kann ich nicht da muss ich geht nicht ich kann auch kein Blut sehen aber ich finde es für die Games die wo man so wirklich wegtauchen kann und finde ich schon interessant sie dürfen nur nicht so ich weiß nicht das muss alles irgendwie zusammenpassen es darf nicht eine 8 Pixel Grafik sein ich brauche ein bisschen was fürs Auge und und dann muss da auch noch irgendwie Atmosphäre rüber kommen und naja das ist halt nicht leicht zu finden wenn man dann aber mal abtauchen kann dann ist es natürlich ein irres Erlebnis weil dann dann hat man wirklich das Game gefunden aber es ist halt nicht so häufig und ich versuche gerade im Bereich der Indies da ein bisschen zu gucken weil bei den Mainstream Titeln findet man sowas nicht weil es einfach nicht Mainstream ist hast du denn das war jetzt dein Vorschlag ja würde ich würde ich sagen so also ich bin das aber noch nicht durch deswegen kann ich abschließend sagen ob es geil ist aber im Moment fasziniert mich das ziemlich und weiß nicht gibt es glaube ich auch im Sale im Moment ich habe lange überlegt und es ist noch nicht so alt und ja ja also wie gesagt ich kann noch nicht so viel dazu sagen weil ich da erst in in der ersten 2-3 Stunden bin aber bis jetzt fasziniert mich das schon also ich habe schon Schiss also schon schon Horror also ist cool also bis jetzt ist es ganz nett aber vielleicht hat der eine oder andere das schon gespielt von den Zuschauern Emily wants to play also ich finde es ganz cool bis jetzt auch so ein Genre das würde ich nie verstehen glaube ich ich habe ja gerade bei Steam kurz geschaut rein von den Screenshots rein von dem was man so auf den ersten Blick sieht sieht es für mich eins wie diese wie von den 200 anderen Indie Jumpscare Spielen aus kann gut sein da ich ja keine Indie spiele ja also es ist zumindest also wenn es es sieht immer so es sieht manchmal immer so ein bisschen billig zusammengeklickt aus in Unity und keine Ahnung was angefreundet habe ich mich da mit diesem speziellen Genre auch nicht wirklich hm ich probiere es im Moment auch nur aus weil ich einfach mal was ausprobieren will und ähm bin mal gespannt wie das dann endet ja berichte mir gegen Horror habe ich an sich nichts gegen aber diese 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 in drei Stunden zusammengeklickten Jumpscare Geschichten da wo man durch den Wald rennt und plötzlich hinter einem steht jemand der mit irgendwelchen dramatischen Sounds angekündigt wird dass man da diese innere Spannung hat es ist zwar alles ganz nett aber na ich mag das wenn ein Horrorspiel ist wo das wirklich schön inszeniert ist wo sich Mühe gegeben wurde wo ein paar Ideen eingebastelt wurde und dann wenn man nicht damit rechnet dann geht es rund das ist immer schön der Waschbär unter dem Waschbecken bei Antildorn der war ganz da hat man gar nicht dran gedacht dass der kommt aber es war ein Waschbär das hat Antildorn schon ganz gut gemacht ja das ist eine schöne Szenenweil ich kenne nur eins und das ist PT das einzige Spiel das richtig Atmosphäre aufbauen konnte das woran ich jetzt gerade denken müsste das war letztes Jahr ich glaube es kam dieses ich glaube letztes Jahr dieses Jahr? ich weiß es nicht genau es ist zumindest eines von den Spielen wo im Prinzip nichts passiert aber man denkt die ganze Zeit es passiert was ja gut aber wenn sie mal durchfliegt dann äh und das kann halt zum zehnten Mal passieren das erschreckt einen trotzdem immer noch ähm Garak darf ich dich kurz fragen wie du darauf gekommen bist das genau das Spiel zu spielen hast du explizit danach gesucht oder? ne 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 ich habe bei ähm Lunarkia also habe ich ein bisschen geguckt im Stream und ich spiele gerne Horrorspiele also so ja Horror ja so im großen Ganzen also sie spielt zwar eigentlich Leak ja eigentlich das ist ja ihr Ding aber so zwischendurch kommen immer so Sachen und ich glaube ähm also das hat mich so ein bisschen angefixt ne auch mal in diesem Genre zu gucken und äh ja dadurch ist es eigentlich gekommen ne okay durch den klanken Schnack äh haben wir sie ja kennengelernt näher und äh ich habe dann halt einfach mal ihren Stream geguckt also sie ist ja Kielerin ne also ähm ist ja klar muss ja mal gucken was im eigenen Dorf passiert und äh ja ich mag da gerne zu gucken und insofern ähm ja dadurch ist es gekommen ich hätte auch nicht gedacht dass ich da überhaupt Interesse für entwickeln kann ich weiß auch im Moment noch nicht wo das hinführt aber im Moment finde ich das ganz spannend cool ist ja meine Zeitfrage ich weiß auch nicht wie lange das dauert also ach das ist nur so ein Spleen ja mal gucken aber ist doch cool aber nicht dass du Herzinfalt kriegst pass auf ne ne geh schon das war jetzt ernst gemeint ich mach mir ja Sorgen ich hab irgendwo noch eine Tüte Beta-Blocker liegen hier kriegen wir schon hin okay gut also keine Sorgen alles klar ne ne brauchst du nicht Mörgo was ja ich hab wohl grad mal den Sachsen raushängen lassen Mörgo ja du hast den nächsten lehrt sich so ein bisschen hast du nichts mehr? na ich hab noch ich hab noch ein Battle mit Slappy heute ich hab noch so einen richtigen Kung Fu Fight gleich da wartet Slappy auch schon den ganzen Tag drauf wir haben noch so ein Kung Fu Fight heute huuuu ja es gibt so ein paar Spiele äh die ich nicht uneingeschränkt empfehlen würde oder uneingeschränkt sagen würde ja ja geil super wo man aber trotzdem irgendwie seine zig Stunden drin verbracht hat auch unter anderem weil ich die früher immer gern gespielt habe die ganzen anderen Teile den neue Anno Teil Anno 2205 fand ich an sich in sehr sehr weiten Stücken sehr gut fand ich auch schön dass immer was Neues gewagt haben ein paar Veränderungen gebracht haben im Gegensatz zu den vorherigen 5-6 Teilen die immer sehr ähnlich waren aber es sind stellenweise auch Änderungen die die Magie dieses alten Spielprinzips ein bisschen rausgenommen haben ähnlich was auch City Skylands gehabt hat dass irgendwann ab einem gewissen Punkt war theoretisch alles erreicht da war der Reiz weg warum man noch weiter spielen sollte klar kann man mehr Einwohner haben klar kann man dann noch was optimieren aber irgendwann ist einfach mal Feierabend da gibt es ja nichts mehr zu machen aber bis zu dem Zeitpunkt wirklich eine schöne Sache sah super aus hat eine Menge Spaß gemacht ich fand es wie gesagt schön dass ein bisschen was Erfrischendes Neues probiert wurde das Setting war ganz nett ja klar aber einfach die Mechaniken die Spielmechaniken wie man da seine ganzen dass man nicht diese festgelegten Baubereiche hat wie man die vorher gehabt hat sondern dass es da andere Schwierigkeiten dann quasi gab wie man seine Stadt zu planen hat wie gesagt es gab viele gute Sachen es gab so ein paar nicht ganz so gute Sachen deswegen würde ich das nicht als mein Top Spiel hinstellen aber es hat zumindest einige Stündchen Spaß gemacht ich glaube ich habe fast 80 Stunden gespielt in Anna 22.05 ich weiß es gerade nicht nicht genau ja am 3.11. habe ich es angemacht und dann glaube ich drei oder vier Tage später hatte ich es durch dann ja irgendwann gibt es halt den Moment wo man sieht ja klar ich kann auch was machen irgendwie aber theoretisch die Story habe ich durch die die paar Quests die es da halt gibt die irgendwie besonders sind die habe ich dann irgendwann durch und es gab halt nichts sowas wie irgendwelche Katastrophen es gab auch keine wirkliche Feinde so dass man quasi aus seinem aus seinem Zen den man mit seiner Stadt geführt hat herausgerissen wurde und das ist dann ein bisschen schade dass quasi irgendwann man alles erreicht hat es war halt so casual gemacht so dass jeder immer seinen Spaß hat in Anna und nicht gleich untergeht genau habe ich das immer gesagt aber es war cool also 80 Stunden hat es Spaß gemacht definitiv und das ist schon für den Preis eine Menge Zeit das ist immer ein bisschen schwierig dann zu sagen oder wie man das betrachtet ob man ein Spiel empfehlen würde oder nicht das sieht man auch wenn man da auf Steam manchmal schaut bei den Bewertungen bei irgendwelchen Spielen Spielzeit 300 Stunden ich kann das Spiel nicht empfehlen dann fragen man sich auch hm klar mag das für jemanden der das Spiel so lange gespielt hat mag das nicht die Erfüllung schlechthin sein aber es gibt dann doch zumindest vorher eine ganze Menge Zeit wo man vielleicht damit Spaß gehabt hat ist halt die Frage für wen empfiehlt man das jetzt was ist denn das für eine Logik das gibt es oft genug ja aber nee lassen wir das sonst da kriege ich wieder das ist so dieses neumodische Internet Gedöns wo die Leute nur noch Scheiße erzählen den ganzen Tag deswegen auf Bewertungen darf man da auch nicht zu viel ziehen man muss halt quasi seine drei Leute haben von denen man weiß die haben einen guten Geschmack die wissen wie das so ist das was die mögen das könnte man vielleicht auch mögen aber irgendwie wenn man irgendwas sieht von wegen hier der hat 200 Spielstunden da entweder ist das ein sehr anspruchsvoller Mensch oder der hat irgendwie zu viel Zeit gehabt dass er sagt nee das war schlecht wenn mir ein Spiel nicht gefällt dann schalte ich es aus und spiel nicht 200 Stunden ja also ja aber für jemanden der halt einfach mal gemütlich so eine kleine Stadt aufbauen möchte und so ein bisschen Handel betreiben damit sich selber und so ein bisschen wirtschaftsmäßig was machen will ist Arno schon ein schönes Spiel ich würde es nicht als den besten Teil bezeichnen da gibt es dann noch 1404 und dort weiß ich was vom Setting her gefällt manchen Leuten halt das ältere Zeug auch ein bisschen besser ähm aber es ist ein schönes Spiel ja ja fand ich gut ich hab auch so sowas ähnliches das ist nur mehr mit Abreißen gewesen das war äh Rise Sons of Rome mhm ist auch ein sehr lineares Spiel war äh ist nur nur Story acht Stunden ungefähr aber kick dich komplett aus den Latschen Römerzeit ähm es zu es wird zur Römerzeit gemacht und es ist komplett von vorne bis hinten jede einzelne Sekunde in diesem Spiel ist einfach nur episch die Grafik ist episch das Kampfsystem ist episch äh die Musik ist episch die Story ist episch und das Ende ist noch viel besser weil hat kein Happy End ich hab nichts gespoilert aber so ist es und ähm es hat Spaß gemacht hab ich schon jetzt dreimal glaube ich durchgespielt mittlerweile war für mich auch dieses Jahr wieder mal ein Highlight war das dann viel Wiederspielwert oder geht es einfach nur um die Nostalgie nein es hat Wiederspielwert weil es einfach so verdammt gut ist also ich persönlich könnte es heute wieder spielen und würde es wieder geil finden also es hat Wiederspielwert nicht dass du viele Sachen neu entdeckst da gebe ich dir recht aber es ist einfach nur weil es eins der wenigen Spiele ist die in meinen Augen komplett sind also die da würde ich sagen da würde ich sagen 9,5 von 10 und die 0,5 sind halt die kleinen Fehler und Bugs die da drin sind ansonsten rund um das Spiel ist das einfach so feuchte Höschen let's go da bin ich glaube ich auch einer der wenigen das Spiel wird sonst immer kaputt geredet von allen da wird oftmals gesagt dass das einfach nur eine spielbare Grafikdemo ist für die für die Konsolen damals Xbox One ne war ja auch so ein Timed Exclusive habe ich keine Ahnung zu ich habe es nicht selbst gespielt keine Ahnung ich glaube mir wird das auch für die 8 Stunden Spaß machen einfach eine coole Story mal eben durchspielen ich war auch großer Fan von dem Gladiator Film gucke ich auch immer wieder gerne und ich so wie ich das gesehen habe ist das so ähnlich wie glaube ich sogar zur gleichen Zeit also exakt zur gleichen Zeit ja die Frage will man ein Spiel mit viel Tiefgang und dass man viel nachdenken muss oder will man einfach nur alles kaputt hauen und es soll toll aussehen das hängt sehr von der Stimmung ab eben und vom Menschen die einen die das Spiel total toll finden der nächste kann da überhaupt nichts mit anfangen wir sind bei 2 glaube ich jetzt jawoll jetzt gehts ab jetzt gehts ab Leute jetzt schnallt nochmal die wollen wir noch kurz Pause machen wollt ihr euch hier auslüpfen wollt ihr euch kurz bewegen weil jetzt gehts ab müsst tatsächlich mal zur Toilette aber da können wir auch auf gleich verschieben willst du gleich die oder meinst du jetzt diesen diesen willst du den Ring willst du gleich in den Ring ok komm bring die 2 lass mich wissen was deine Top 2 sind meine 2 ne nimm nur 1 nimm den 2 jaja meine Top 2 also meine Nummer 2 ist ein Spiel das ich nicht eine Sekunde gespielt habe achso da rufe ich mir halt keine Konsole ähm obwohl es dann mittlerweile auch mehr gäbe aber ne wollen wir uns nicht zu unterhalten ähm ein Spiel einfach der Man hat's unfassbar viel gespielt genau ne das nicht das nicht äh Dizzy hat's gespielt alle haben's gespielt im Prinzip die eine PS4 haben streamen können ähm Bloodborne das ist einfach das was Dark Souls 2 ähm ja mehr oder weniger hätte sein sollen und das ist einfach nicht wahr damit möchte ich nicht sagen dass Dark Souls 2 kein schlechtes Spiel war es stand ja immerhin auf Platz 6 aber Bloodborne ist einfach das bessere Souls Spiel und ähm ja was soll ich dazu mehr sagen es ist einfach Bloodborne ich kann dazu mehr sagen wenn ich's mal selber gespielt hab und wirklich sehr selbst in die Welt eingetaucht bin sag ich auch mehr dazu aber jetzt weiß ich dass es das zweitbeste Spiel war das dieses Jahr rausgekommen ist und äh ja deswegen steht's auf der 2 bei mir ja also ich hab inoffiziell das ist mein Game of the Year inoffiziell das ist Game of the Year also ich hab eben grad auch schon gelesen so iiiih Bloodborne ähm I don't care I love it also mir könnte echt nichts egaler sein ich liebe dieses Spiel und ich bin sehr froh dass ich die Playstation habe und das spielen kann ja ich hab's selbst nicht gespielt ich hab halt keine Konsolen bis auf die Wii U bin kein Konsolenkent aber ich hab sehr viel bei zugeschaut und hab's genossen und es war schön es ist äh ich ich würd's wahrscheinlich sehr gern auch selber spielen wollen aber dafür so einen so einen Kasten anzuschaffen der deutlich schwächer ist als mein PC muss ich nicht Videorekorder mit einem halben PC drin ja aber ansonsten das was ich gesehen hab wenn es sich so anfühlt wie das was ich gesehen hab dann ja sehr gut ich bin mal gespannt wie Dark Souls 3 wird ähm ob die da so ein bisschen gelernt haben sag ich mal ich hab mir die Playstation dieses Jahr gekauft ähm ich hatte mal eine Xbox eine 360 die steht hier noch rum ähm ich hab mir die X äh die Playstation nur deswegen gekauft weil es ein Spiel dafür gab das ich unbedingt spielen wollte und zwar war das äh The Last of Us und äh ich hatte jetzt das Glück dass Bloodburn dabei war es gab so ein Bundle ja ich will das aber nicht spielen ich hab's immer noch und äh ist nicht mein Game weil ich da absolut losen würde und äh ich hab's gerne geguckt äh in Streams also äh ich fand das faszinierend ich wusste sofort okay das kannst du nicht spielen du brauchst das nicht mal aufmachen ist bei mir noch original verpackt ähm ähm es ist sinnlos ich würd's nicht können ja also da bin ich nicht der meine Motorik würde da nicht lang an den Kontrollern das würde nicht funktionieren aber ich fand's sehr cool also äh der Grund warum ich das Ding aber gekauft hatte war The Last of Us und äh da bin ich immer noch nicht mit durch ich brauch schon mal ewig für Games und äh bin auch ganz froh dass ich noch nicht durch bin so hab ich noch ein bisschen was nach also das würde ich auch eher bei mir an die Nummer 2 tippen ja obwohl es nicht von diesem Jahr ist ja ja genau obwohl es nicht von diesem Jahr ist aber so für mich ähm ist das glaube ich ja das ist auch ein sehr schönes Spiel ja mhm hast du noch eins? Mögo? äh äh nicht wirklich ne dann slabby bring it bring it on bring die 1 ne 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 ich warte auf deine 1 ja meine 1 ist eigentlich klar wer die letzten 4-5 Folgen geguckt hat der weiß ganz genau was jetzt kommt ähm mein absolutes Lieblingsspiel dieses Jahr und kann man einfach nicht abstreiten ist äh Witcher 3 soll ich dazu sagen es ist einfach die beste Story die ich seit langem gespielt hab aber Fallout ist doch viel coole ich hab eigentlich damit gerechnet dass wir uns beide gegenseitig auf den Arm nehmen weil wir ja doch sehr äh dachtest ich sag jetzt Fallout na ja ich hab eigentlich das kann ich noch nicht mal spaß ich hab gedacht wir nehmen das jetzt so ein bisschen auf die Schippe das Ganze und machen uns darüber ein bisschen lustig aber es hat leider nicht funktioniert ne 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 das ne weil irgendwer schneidet das dann zusammen und dann kommt irgendwann raus ich hab Fallout auf die 1 gesetzt ich will nicht dass das da rauskommt äh in die Welt deswegen ne 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 das nehm ich zu ernst hier das nehm ich zu ernst hier ja aber ich weiß gar nicht da braucht man gar nicht groß was zu sagen hat so jemand auch zu sagen es ist einfach das perfekte Spiel allein also die Grafik nicht perfekt aber es ist ein Masterpiece ja aber es kommt es gibt kein perfektes Spiel aber es kommt einfach an das perfekte Spiel dran so es ist für mich das hab ich schon mal gesagt es ist für mich nachdem ich es durch hatte 90 Stunden hab ich gebraucht für den ersten Playthrough als ich es durch hatte wusste ich es steht jetzt seit 15 Jahren Ocarina of Time oder ich weiß nicht wann Ocarina of Time rausgekommen ist steht da oben auf der 1 wurde nie angetastet und plötzlich kommt Witcher und stellt sich daneben und seitdem jetzt wenn mich jemand fragt was ist ein Lieblingsspiel muss ich zwei Spiele nennen nicht nur eins deswegen ich sag immer gib Ausrufezeichen Games ein das ist meine Antwort darauf also ich würde bei mir ist das immer schwer ich mag diese ich mag diese Ratings einfach nicht abgeben aber ich als alter Shooter Spieler werde ich ja genannt in Kreisen von irgendwelchen anerbärtigen Feen ich hab echt ich war begeistert also das ist wirklich von vorne bis hinten einfach mal bis auf den sinnfreien Kram mal wieder wegzudenken ist das wirklich ein Masterpiece sowohl in Deutsch als auch in Englisch und jetzt kommt es auch in Polnisch also in drei Sprachen haben die komplett abgeliefert und noch vielem ne 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 auch in Mähren noch aber die drei da weiß man auf jeden Fall aus sicheren Quellen das ist äh allende Masterpiece also ich bin wirklich auch sehr begeistert gewesen ja würde ich sogar ich hab's nicht gespielt weil ich hab mich dazu hinreißen lassen äh mir dann Teil 1 zu kaufen äh als Teil 3 rauskam ist genauso wie Mirko gemacht quasi und bin jetzt in Teil 1 versunken und äh ich kann unbesehen obwohl ich Teil 3 noch nicht gespielt habe sagen das ist best ever ja äh aber ich möchte gerne die gesamte Story haben das heißt äh ich hab ich bin jetzt in 1 und wird da wahrscheinlich ewig verbrauchen ich weiß nicht wann ich bei 3 ankomme deswegen hab ich mir 3 auch noch nicht gekauft weil bis ich da bin ist es im Sale so billig dass es dann äh sehr akzeptabel sein wird äh äh das Spiel ist garantiert das Geld wert was es jetzt kostet aber äh ich muss noch 1 und 2 zu Ende kriegen und äh definitiv wird und 1 ist wenn obwohl das schon ich glaub 2009 oder so ist äh ist das grafisch äh also echt echt schon gut ja also das ist das ist kein schlechtes Game das macht sehr viel Spaß ich hab ein paar Macken aber es ist es ist schon sehr gut und ich bin mal auch wirklich gespannt auf den dritten Teil ähm ich hab nicht viel davon gesehen aber mit Absicht weil ich nicht zu viel davon sehen wollte das was ich gesehen hab das hat mir gereicht dass ich mir dachte ja es muss wohl gut sein hab ich genauso gemacht und es hat sich gelohnt ja das ist wie Fallout da knallt ihr irgendwann die Socken weg Fallout 4 hat mir auch die Socken weggeknallt nur leider gibt es da Aspekte die ein bisschen die fehlen mir halt so ein bisschen bei Fallout 4 wollen wir jetzt über Fallout 4 reden? nö aber ich würde ey für mich ist das weil Witcher also Witcher und Fallout 4 sind sich nicht so würde ich jetzt da ist kein großes Gap dazwischen von den Massen die es spielen ne nicht vom spielen sondern vom Spiel Spiel her es ist halt äh ich sag mal so nehmen wir Michael Bay und Nolan und dazu nehmen wir noch Bale oder Bale ist das Kind von denen so und und so ungefähr würde ich sagen ist Witcher Witcher ist quasi Christian Bale als Batman ohne den Joker und das andere ist halt dann der Joker also Fallout 4 hätte ich schon gesagt ist der Joker es ist sehr nah dran aber noch nicht ganz aber es war definitiv waren zwei richtig ich persönlich muss sagen es waren zwei richtig schöne Titel dieses Jahr leckt mich am Arsch ich habe mich über beide Titel gefreut ich habe beide Titel 130 40 50 Stunden gespielt und sie waren klasse aber Witcher 3 war besser also für mich ehrlich gesagt ich sehe das so und da war der Nolan Vergleich auch schon gut äh Witcher ist für mich wie eine Nolan Produktion und jetzt nicht die letzten aber halt von vor fünf Jahren so ne wie Arkham ähm die Batman die guten Batman Teile die ersten beiden Beginns und der danach ähm das für mich Witcher einfach ein Spiel das genau in der Mitte steht alle viele haben es gespielt und es ist einfach doch es hat es verdient jetzt habe ich schon zu viel gesagt verdammt Fallout 4 ist für mich Avatar das ist alles was ich dazu sagen wollte Avatar welchen Aspekt davon jetzt genau ja es ist einfach äh durch die ganzen Gimmicks die drin sind ein overly overhyped game und ähm es ist kein schlechtes Spiel so wie Avatar kein schlechter Film war aber es ist overhyped ja es ist kein gutes Rollenspiel es ist ich werde bestimmt meinen Spaß drin haben ich werde ein absoluter Penner sein ich werde dieses äh das minimale Rollenspiel was es mir da gegeben wird werde ich ausnutzen und ich werde wahrscheinlich komplett alleine durch die Welt ziehen und alle werden mich hassen ich werde auf jeden Fall am Ende ähm gegen die Sins sein und für für die ne bla möchte nicht zu viel spoilern aber ähm darf ich dir was sagen das geht gar nicht siehste und was kann ein gutes Rollenspiel es kann dir die Möglichkeit geben halt und das kannst scheinbar nicht wenn ich selbst nicht die Wahl hab das geht nicht dann ist es kein gutes Rollenspiel ne aber das ist meine Meinung das ist nur meine Meinung also ihr könnt mich gerne dafür hassen ich fand Fallout war die eine der größten Enttäuschungen es gab noch andere die viel viel größer waren aber dafür wie es gehypt war und was es dann war war kein also ne sorry ist auch wieder eins von den Spielen wo äh Leute das 100 Stunden gespielt haben und am Ende gesagt haben ne war nicht aber wie Avatar nicht der Knaller alle sind ins Kino gerannt und zwei Jahre später kann sich keiner mehr dran erinnern oder wie lange das her ist weiß ich nicht also ich sag also ganz ehrlich ne ich fand es richtig klasse es hat super viel Spaß gemacht äh wenn man Slappy das ist bei dir glaube ich auch oder bei einigen ist das ihr müsst halt euren Kopf erstmal auf das Spiel einstellen so Grundeinstellungen wie beim Autofahren ja ich fahr ja auch nicht so Auto ne sondern ich fahr erstmal so Auto verstehste aber so aus eigentlich was du bist ganz schön frech jetzt gerade du bist ganz schön frech auf jeden Fall man muss halt sich erstmal im Kopf im Klaren sein was darüber passiert also Fallout ist kein Rollenspiel in diesem Sinne es gab schon immer beschissene Vertonung also Vertonung im Sinne von keine richtigen krassen Dialoge es gab kein kein in diesem Sinne Rollenspiel im Endeffekt ist Fallout einfach hier nimm einen Beutel und dann verpiss dich und geh in die Welt und mach auch immer was du da willst aber komm nie wieder und dann guckst du dir alles an und dann kommst du wieder okay jetzt hast du alles gesehen Story ist durch hau ab geh zurück in dein Vault so bam fertig und das ist Fallout 4 halt und wenn man da halt schon mit der Erwartung rangeht ähm dass man irgendwie das große Rollenspiel haben will dann ist man da sowieso schon falsch finde ich ja musste ich auch erst lernen ja ist dann wirklich ein Problem der Erwartungshaltung da bin ich mittlerweile einigermaßen von weg ich lass mich auch selten auf irgendwas hypen nur weil da irgendwie ein neuer Teil von irgendwas rauskommt wo man die vorherigen Teile jetzt irgendwie toll fand aber ist halt die Frage ne wie ernst nimmt man das Spiel was erwartet man davon erwartet man jetzt das nächste Fallout 3 oder Fallout 2 oder was weiß ich was oder 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 so wie die Teile früher waren exakt genau das gleiche oder diese gleiche Erfahrung zu machen ist dann glaube ich schwierig weil man selbst mittlerweile schon viel mehr gezockt hat und weiß irgendwie wie was das alles noch so gibt ähm dieser frische neue Charme ist dann vielleicht nicht mehr da über die Jahre eines Spielers und wenn man sagt hier komm das ist jetzt hier das wenn man sich erhofft das ist jetzt die Erfüllung manchmal klappt es manchmal nicht bei Witcher mag es geklappt haben bei Fallout halten sie sich die Meinung Garak darf ich dich fragen was dein persönliches Highlight war egal also kein Spiel du kannst auch gerne irgendeinen Flughafen oder was auch immer du jetzt nennen willst aber dein Highlight oder deine drei Highlights aus diesem Jahr was das was das ich sag mal spielen slash simulieren angehen also 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 das schlimmste was ich geladen habe und gekauft habe war der europäische European Schiff Simulator nicht zu empfehlen das hätte ich dir auch sagen können den habe ich auch schon gespielt das ist einfach nur Schrott das ich würde sagen Witcher wobei in meinem Fall eben erst eins aber perspektivisch auf drei deswegen habe ich mir eins und zwei halt gekauft das glaube ich schon Fallout kommt gleich danach das spiele ich immer noch allerdings eben nicht so viele Stunden wie ihr ich brauchte halt ein bisschen länger ähm ja und für mich persönlich denke ich das ist halt kein aktuelles ich glaube das gibt es schon länger das Spiel für mich aber erst in diesem Jahr entdeckt Last of Us also die drei würde ich sagen ich würde das gar nicht bei der Simulation suchen sondern da also was Gaming angeht ist das eher diese drei würde ich sagen Witcher, Fallout, Last of Us ich hätte jetzt echt ein richtig geiles Flugzeug erwartet oder so einen richtig kleinen Flughafen von dem du schwärmst ja äh aber das ist ja eben kein Game also wenn ich das jetzt nur auf die pass auf ich gebe dir mal die Top 3 der Flugsimulation ja ok super na endlich mal Mann dass man dir auch alles aus der Nase ziehen muss da würde ich sagen ähm wie ich vorhin schon sagte äh die Prepared Version 3.0 also der Flugsimulator an sich und dann äh den Airport Naja eigentlich sind es drei Airports ähm also sind es vier dann ähm San Francisco von Flightbeam sehr gut gemachter Airport ähm Warschau von D-Design weil ich den Namen nicht aussprechen kann die heißen Vicky also Slevy wird das irgendwie hinkriegen D-R-Z-W-E 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 D-R-Z-D-D-Z-R-W-E was die Polen halt so haben zu Anfang Irgendeine Katze ist mal über die Tastatur gelaufen also D-Design sagen wir immer dazu weil die im zweiten Teil Design heißen und äh Schreib mal dann lese ich es dir vor ja das ist äh ich bin gespannt aber ich such das mal und äh ich würde sagen ich weiß gar nicht ob das dieses Jahr war aber ich glaube schon ähm ähm äh von Flighttemper das ist eine Firma äh Kopenhagen der Airport also die drei Airports sind super hammergeil also dass die sind so fotorealistisch so realistisch gemacht also wenn man da mal war auf diesen Airports dann 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 sieht man da also weiß ich nicht jeden Einkaufswagen der da rumfährt oder also so ein Rollding da oder also jedes Auto steht da an der an der Stelle wo es normalerweise dann halt steht und jeder Blumenkübel steht da und so so geil ist das simuliert ich guck hier gerade mal EPWA Design vielleicht find ich das ja Beispiel zahlt man für so einen guten Flughaber äh äh zwischen zwischen 30 und 30 und ja im Falle von Flightbeam auch schon gerne mal so fast an die 50 Euro ran also 30, 40 Euro also so wie der B2 B1201 das geschreibt wenn das jetzt tatsächlich so geschrieben wird dann ach so warte mal ja genau so ist das geschrieben ja und Jawiecki 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 wahrscheinlich Jawiecki wir sagen D-Design weil das ist einfacher Jawiecki das ist doch einfach Jawiecki aber nicht wenn du das so liest ja der Buchstabe auch nicht erwartet ja da musst du mal deine deine Hieroglyphen Brille anmachen und dann fangen die Buchstaben so an zu wackeln und dann siehst du da Jawiecki bam aus Ende ich mache immer Skiurlaub in einem Ort der keinen einzigen Vokal im Namen hat der heißt wie? Jawiecki 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 darunter vorstellen, als unter dem anderen Ding da eben. Moment, so. Ich hab das andere schon wieder vergessen. War falsch, so. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Ach Gott. Türk. Also ist kein einziger Lokal drin. Irgendwelche Drogen nehmen die da in Polen. Also, definitiv. Okay. Wie wär's denn, wenn wir abschließen zu, wir haben ja sonst immer noch, wir haben ja noch den Streamer der Woche, dann ist ja, wie seht ihr euch in 10 Jahren, kommt ja auch noch. Ja, ich hab noch was, ich hab noch eine Ankündigung. Und zwar geht das um Dark Age of Camelot. Es ist so gut, ja. Die ganze Zeit kommt nichts von diesem Garak heute ganz still. Nichts, ja. Totenstille und dann wow, 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 Dark Age of Camelot. Bitte Garak, das Wort. Ja, also es gibt ein Projekt, das heißt Camelot Unchained. Ja, gibt's auch eine Webseite zu. Ja, sehr zu empfehlen. Es gibt inzwischen eine Alpha und da scheint sich was anzubahnen, was in die Richtung Dark Age of Camelot Version 2 zu gehen. Die sind dann noch am Geld sammeln, damit sie das zusammenkriegen. Die haben schon ein paar Millionen zusammen. Also da bahnt sich was an. Das ist nicht das Originalstudio, also mythisch oder so, sondern so ein Crowdfunding-Ding. Und ja, also wie gesagt, Dark Age of Camelot comes back und Camelot anschäenend einfach mal reinschauen. Fällt mir gerade so ein, so ganz so spontan. Das Sauerkraut-Funding. Wurde in Bayern erfunden. Ja, Sauerkraut-Funding, wo ihr Land noch Sauerkraut zusammensammelt. Sehr cool. Und da bezahlt man dann die Mitarbeiter. Stell mal einen dicken Topf in. Ja. Aber die Frage, die ich jetzt noch gestellt hätte, so am Ende, weil wir haben jetzt mittlerweile schon Holy Guacamole, wir sind schon wieder drei Stunden drin. Ich wollte eigentlich noch viel mehr Sachen bequatschen, aber wir hatten so viele Spiele und haben noch nicht mal alle mitgenommen. Also ich sage euch mal, wir haben eine ganz dünne Auswahl gehabt. Also ich hätte hier noch so einige gehabt für dieses Jahr. Aber was ich gerne fragen würde, abschließend, was mich interessieren würde, ist, was war dieses Jahr euer schönstes Erlebnis im Stream? Ah, im Stream? Ja. Da habe ich keinen. Was man selbst gemacht hat. Oder nicht irgendwo anders gesehen hat. Äh, pfff. Nehmt beides. Denn nehmt, was ihr auf Twitch gesehen habt und was euch passiert ist selber. Ich habe schon die ganze Zeit als Erster geredet, ne? Ja. Garak. Ich würde super gerne Garak reden hören. Also da kommt bestimmt gleich noch so eine Anekdote zu Dark Age of Camelon bei mir. Ne, also das beste so super Erlebnis im Stream. Als ich das mit dem Sauerkrautfunding gesehen habe, da sind mir die Tränen. Oh, war das schön. Also, was ich cool fand, da habe ich auch ein Highlight draus gemacht, da gibt es sogar ein YouTube-Video zu. Also in der Situation fand ich das nicht cool, aber im Nachhinein war das echt die coolste Situation im Stream. Wir haben alle recht herzlich gelacht. Ich bin in, ich habe für meine Boeing 737 so einen virtuellen Co-Piloten, ja, mit dem kann ich reden. Das ist so über Speech-Erkennung, ja. So. Und dem sage ich dann halt, er soll die Klappen ausfahren. Also, ich sage ihm dann Flaps 15, dann fährt er die auf 15 Grad aus und Flaps 30 und so weiter. Und irgendwann sage ich ihm natürlich auch bei Flaps 15 in der Regel, er soll das Fahrwerk ausfahren, ne? Gear down. Und macht er dann auch, sagt er auch so, gear down, Fahrwerk fährt runter, alles super. Ich sehe in dem Moment nichts, ich will in Oslo landen, habe überhaupt keine Sicht, alles Nebel, total scheuchelig. Ich denke, hm, alles schwierig, ich sehe ja noch gar keine Piste, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Und habe dann dem Co-Piloten gesagt, hier, mach mal Flaps 40, ne? Und Autopilot 2 habe ich dann eingeschaltet für eine Autolandung, also in der Boeing 737 kann man mit zwei Autopiloten gleichzeitig, wenn die geschaltet sind, auch eine automatische Landung machen, das heißt, das macht man immer bei sehr, sehr schlechten Sichtbedingungen, sogenannten K3-Landungen. Ja, und ich komme also immer näher und jetzt ist das Video wieder. Schon wieder soweit. Okay. Ihr müsst alle einmal draufklicken. Jetzt wieder dunkel. Vier Stunden Warning. Warning. Okay, das ist, äh, Herr Schnitzel, kommt ihr nochmal wieder? Er muss nur auf die Kamera drücken. Auf Kamera-Symbol. Ich drücke nochmal. Ja, super. Das ist nur, wir haben nur ein bisschen gedimmt, dass ihr dann langsam zur Ruhe kommt, das ist so ein Feature am Ende. Das kommt gleich wieder, das geht gleich wieder. Also so nebelig wie jetzt ungefähr war das auch, als ich also in Oslo da im Anflug war. Wir wollten euch das nur vormachen. Und, äh, ja, ähm, ich war jetzt ungefähr so auf 300 Meter Höhe und so, das ging so langsam runter, ich bekam so leichte Bedenken und, ähm, hab dann noch mit dem, mit dem Chat geredet, ja, und ich hab eine Spracherkennung laufen und ich war dann, ich sah dann plötzlich die Piste, äh, zwei, drei Lampen und dann denke ich, geil, die Landung kann ja doch noch klappen. Ich war ungefähr 100 Meter hoch und dann hab ich irgendwas gesagt, was die Spracherkennung als Gear Up verstanden hat und da hat dieser dämliche Co-Pilot das Fahrwerk eingefahren, ja, auf 100 Meter Höhe und da musste ich relativ schnell reagieren, oh, wir sind wieder hell, ähm, reagieren und, ähm, das Fahrwerk, äh, wieder ausfahren. Das hab ich dann auch gemacht, so dass ich quasi drei oder vier Meter überm Boden war das Fahrwerk wieder draußen und dann bin ich aufgesetzt und perfekt gelandet, ja, da musste ich auch ein Highlight draus machen, das fand ich so, das war cooler, cooler, äh, also eine coole Situation im Stream, das hat echt super Spaß gemacht. Im Nachhinein, in dem Moment war ich allerdings ziemlich gestresst, aber ich dachte, ah, was ist das, ja, aber, ähm, so im Nachhinein würde ich sagen, das war einer der geilsten Augenblicke im Stream, ja. Was ein echter Simulant ist, war, jetzt haubert auch so noch eine Landung hin. Ja, natürlich. Ja, ja, habe ich auch in YouTube hochgeladen und, weil das einfach zu cool war und, ähm, ja, also das war, glaube ich, einer der Momente, wo ich sagen würde, das hat am meisten, ist schon länger her, das war irgendwann im ersten Vierteljahr oder so, März vielleicht oder so, aber, das war schon richtig gut, guter, es gab noch mehr, aber das war so, äh, da haben wir alle recht hässlich gelacht, glaube ich, das war sehr, sehr cool. so eine Situation passieren halt, wenn man mit Spracherkennung unterwegs ist. Ich habe irgendwas zu irgendeinem gesagt im Chat und, naja, da hat er das halt so verstanden. Bei dir, Slebi? Im Stream, jetzt direkt, hm? Ich, ne, im Stream hatte ich jetzt nichts, was mir wirklich hängen geblieben wäre eigentlich. War alles fantastisch bei dir? Ja, eben, war eigentlich alles immer ganz gut, also ich habe jetzt keine, keine Downlights, aber auch keine Highlights, also im Prinzip, bei mir wird jeder Tag besser, habe ich das Gefühl, deswegen könnte ich nur sagen, mein Stream vorhin war mein Highlight dieses Jahr, aber das macht ja auch keinen Sinn. Nö, ansonsten, aber werden wir denn noch über Highlights als Streamer sprechen, oder, ist das jetzt die Frage im Allgemeinen, weil ich hätte noch ein Highlight dieses Jahr, was ich im Rahmen von Twitch quasi hätte. Nimm es gleich mit dann, hau raus. Die Gamescom war mein Highlight. Okay. Dieses Jahr, also einfach da zu sein und halt die Leute tatsächlich mal, ein paar Leute halt, die ja sonst, man sonst nur über einen Namen kennt, einfach mal so zu sehen und Leute kennenzulernen, das war einfach perfekt und da war ich so richtig gehypt an dem Tag. Ich kann mich, glaube ich, an keinen Tag sonst im Jahr erinnern, wo ich so gehypt war, wie ja wirklich an dem Tag. Aber was gab es da Spezielles dann bei dir oder in welcher Form hast du da mitgemacht oder irgendwas angeschaut? So, ich habe mir eine Karte gekauft irgendwann und bin da hingefahren, ohne Erwartung, komplett, ohne Erwartung und habe da einfach über Twitter Leute getroffen, halt, die mich angetwittert haben oder die ich angetwittert habe und ganz viele Selfies natürlich gemacht, das macht man so. Die ganze Wall von den anderen Leuten halt zugeklatscht bei Twitter und neumodischer Schnickschnack. Ja. Ich hatte keinen Selfie-Stick, das hatte ich nicht. Also so neumodisch bin ich dann auch wieder nicht, aber, ja. Also keinen richtigen Anlass. Ich stand da jetzt nicht neben Gronke auf der Bühne und habe da einen aus meiner Streamer, aus meinem Streamer-Leben erzählt. Wow, du hast mich angelogen, Sleppy. Du hast gesagt, du hast Gronke getroffen und angefasst. Deswegen durftest du auch nur hierher. Gut, das gemerkt fürs nächste Mal. Das war ja nicht Gamescom, das war E3. Deswegen bist du doch hier mit dabei, weil du den mal angefasst hast. Ja, richtig. Okay, gut. Wird man rausgeworfen, wenn man das tatsächlich schon mal gemacht hat? Nein. Absolut nicht. Hast du es getan? Wir haben uns schon öfter mal getroffen, ja. Angefasst. Achso. Das ist doch cool. Ja. Dein Highlight? Bei Gamescom, da mal Leute treffen, es ist, also überhaupt, andere Leute treffen, die man sonst nur digital kennt, ist schon, ist schon eine coole Sache, auf jeden Fall. Macht Laune. Karak lässt seine Selfies malen. Ah, cool. Oh, Mann. Die alte Bockwurst. Was ist dein Highlight gewesen, Mirko? Hast du eins? Es ist immer so viel passiert, natürlich. Es war natürlich alles absolut fantastisch. Es gibt nur Sachen, die noch fantastischer waren. Ne, ähm, weiß nicht, alles, was irgendwie mit anderen Leuten gemeinsam war, hat eine Menge Spaß gemacht, wenn man sich dann irgendwie gegenseitig anblöken konnte, weil der andere irgendwie was falsch gemacht hat. Äh, und eigentlich auch alle Sachen, die in dem, in der Form was Ungewöhnliches waren. Ich hab jetzt paar Zeichen-Streams gemacht, wo ich den einfach irgendwie Quatsch gemalt habe. Das war sehr lustig und sehr unterhaltsam. Ähm, und letztes, besonderes, wenn man das so will, Event war, dass ich, äh, einen Weihnachts-Bugstream gemacht habe. Einfach mal irgendwie in der Küche den ganzen Krams aufbauen, hier den ganzen Rechner und Mischpult und Mikrofon und Licht. Einfach mal irgendwie, ja, vier, fünf Stunden in der Küche herumgewuselt und irgendwie die ganze Zeit Quatsch gemacht dabei. Das war schon ganz lustig. Ähm, letztendlich sind es, glaube ich, immer die Sachen, die, die von der, von der Norm herausfallen. Und ansonsten bin ich zu vergesslich, um irgendein spezielles Highlight zu sagen. Ich hatte viele. Ich hatte, ich hatte echt viele dieses Jahr, muss ich sagen. Was war denn dein Lieblings-Highlight? Mein Lieblings-Highlight, äh, das klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen komisch, wahrscheinlich, also ja, sehr wahrscheinlich, aber 500 Subscriber zu knacken. Da habe ich, äh, 45 Minuten lang im Chat nur Herzen gesehen, also nichts anderes, keine geschriebene Zeile, 45 Minuten lang nur Herzen durchballern und das war irgendwie für mich, äh, also ich habe das erste Mal in meinem Leben gemerkt, wie Stress einfach nur so, pfff, von dir wegfallen kann. Und dass man dann so, ach, zusammensagt und sich sagt, okay, jetzt hast du mal was geschafft. und das war sehr cool und, ähm, war ein schönes Erlebnis und das war mein Favorit dieses Jahr, definitiv. Glaube ich dir sehr gerne. Ja, das war so, huh, we did it. Das war auch schon eine stolze Zahl, ne? nichts zu unterschätzen. Ja, das war so mein Highlight und dann gab es noch viele mehr. Worms war für mich ein absolutes Highlight mit, ähm, Crazy Mola, äh, Herb von Derbsen und wer war noch dabei? Ähm, wir haben noch mit jemandem gespielt. Wer war denn noch dabei? Auf jeden Fall hat das schon wieder, das hat so gut gepackt, Ara war noch dabei, stimmt, Ara war noch dabei. Und wir haben dieses Jahr so viel gelacht, also wir haben das irgendwann mal ausgepackt und es hat vier Stunden lang, äh, ging das einfach nur und, wir haben, ich hab, ich hab so ne, ich hatte das schon lange keine so, so dermaßen Bauschmerzen mehr vom Lachen. Ja. Also es fühlte sich an wie 500 Situps oder so. Ich war richtig fertig danach. Es war sehr, sehr cool. Das war für mich auch ein Highlight, ja. Ähm, The Last of Us zu besiegen dieses Jahr war ein Highlight. Also, ihr könnt ruhig einen mit reinhauen, ja, also, ich will jetzt hier nicht alleine erzählen. Das mach ich dann irgendwann am 31. Wenn ich stream dann. Okay, lassen wir das. Lassen wir das einfach. Ich denk da gerade an unsere Kneipenschlägereien GTA Online. Oh, die war so göttlich, oder? Kennt ihr? Die war auch schön. Kennst du die gar nicht? Ne. Okay, das müsst ihr euch mal angucken. Ich suche euch das nachher nach dem Stream raus. Das ist einfach nur so geil. Ohne Witz, das ist so wie aus einem schlechten Film. Das war echt super, ja. Der Tag war auch sehr geil in GTA, muss ich sagen. Der hat richtig Spaß gemacht, als wir diesen ganzen Nonsens da veranstaltet haben. Das war echt gut, ja. Dankeschön, Leute. Wir haben Liebe bekommen. Yay. Das war für alle. Lasst uns mal, wir spielen unser Lieblingsspiel, das Neueste. Wie seht ihr euch in 10 Jahren? Ich frage mich gerade, Garak, du machst Rahmschnitzel? Was mache ich? Wie siehst du Rahmschnitzel in 10 Jahren? Da fragst du den richtigen. Deswegen ja. Deswegen ja. Gar nichts zu sagen. Ja, kommt gleich. Dann muss, äh, hast du, Sleppy, hast du schon mal Garak gemacht? Nee, ne? Nee. Nicht? Glaub nicht. Bin mir nicht sicher. Aber pass auf, ich mache, ich mache das, ich mache das einfacher jetzt. Garak, Garak macht mich jetzt, weil Garak ja, ist immer ein bisschen schwieriger mit Garak. Denn, Was? Wir machen, nee, ich muss, ich gucke die ganze Zeit auf der Kamera, was für ein, was für ein Muster ich noch nicht hatte. Ich habe hier so eine Anordnung. Garak macht mich. Ich mache Rahmschnitzel, Herr Schnitzel macht Sleppy und Sleppy macht Garak. Alrighty. Ich fange an, Herr Rahmschnitzel. Herr Rahmschnitzel wird, ähm, oh Gott. Das ist echt schwierig, aber ich glaube, du wirst, äh, weiterhin bestehen bleiben, was das, was das Spielen angeht, weil du bist da ja schon, aufgrund deiner langen Zeit hier im, im Internet-Universum, äh, hast du dich da ja durchgesetzt. Du wirst noch, äh, langsam kontinuierlich wirst du noch größer werden. Und, äh, also ich glaube, so würde ich dich jetzt einschätzen. Du wirst dann irgendwann in, in Zukunft, wenn das, ne, so weitergeht, dann wirst du deine Familie dann fertig machen. dass du dir dann eine, eine aufbaust und dann machst du eine Band mit deinen Kindern auf. Hätte ich jetzt. Was die jetzt spielen können, hat dauert dann aber auch. Ja, aber gut, das ist jetzt, äh, in zehn Jahren, ne, das ist der Plan. Ich meine, mit sechs, sieben kann man auch schon mal eine Klampfer hauen. Ja. Aber das sehe ich jetzt, wenn ich, wenn ich die letzten drei Stunden so zusammenfassen darf. Kann gut sein. Weiß ich nicht. Da siehst du weiter als ich. Ja, das ist ja gerade das Schöne an diesem Wie sehen wir den anderen in zehn Jahren? Das ist ja gerade das Schöne, weil wir wissen selbst nicht, wie wir uns wenn nicht sehen. Vor allen Dingen wechselt das auch immer alle zwei Wochen, wie wir den anderen in zehn Jahren sehen. Das ist immer ganz gut, ja. Ich weiß noch nicht mal, wo ich mich in zehn Tagen sehe. Ja. Es gibt keinen konkreten Masterplan oder so eine Linie, wie es lang gehen könnte. Deswegen machen wir das ja am Ende. Das ist ja das Schöne. Herr Rahmschnitze, Sie müssen übrigens Ihren neuen Kollegen, was die wunderbaren Spiele der Pixelwelt angeht, Herrn Slapsticker einschätzen, wie der in zehn Jahren ist. Das ist natürlich nicht so einfach. Jetzt hier. Also ihr habt am meisten geredet heute. Ihr solltet euch definitiv richtig gut kennengelernt haben. Er wird sich auf jeden Fall über Bloodborne 5 freuen. Das ist schon mal klar. Vor allen Dingen schon Bloodborne 5, ja? Auf der PS7, ja, wenn die dann mal rauskommt. Weil zehn Jahre ist vielleicht ein bisschen wenig, ne? PS6, die ist dann veraltet, aber das Spiel kommt noch raus. Und gibt es als Remake dann auf der PS7 für ein bisschen bessere Grafik und doppelt so teuer. Ansonsten, der Bart wird länger, macht sich daraus einen eigenen Schal und wird Teppichverkäufer im Orient. Okay, ja, nicht schlecht. Und die schlechten Witze bleiben natürlich nicht aus. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wow, Schleppi hat auch heute keine schlechten Witze gerissen. Nur. Aber das ist eine Konstante in seinem eigenen Leben. Wenn man nicht zu oft aufs Maul kriegt, dann behält man nie bei. Ich habe noch nie aufs Maul geguckt. Aber auch noch nie verteilt und deswegen soll ich lief es daran. Deswegen siehst du auch noch so zart und unverbraucht aus. Nein, nicht. Sag mal, Gara, was schreibst du dir heute eigentlich auf die ganze Zeit? Ich notiere mir hier Sachen. Ich muss mir das ja merken, mental habe ich darauf vorbereitet. Also, bin ich jetzt dran, ja? Nee, 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 Sleppi muss ja dich jetzt noch. Achso. Ja. Ich habe mir so Stichpunkte gemacht. Was ich kaufen muss. bis morgen. Für den Pizzateig. Fühl mir gerade ein. Okay, gut. Stark. Ja, Sleppi, ho rein. Gara in zehn Jahren wird konstant seinen Channel weiterleiten. Ich bin mir jetzt über das Alter nicht so sicher, aber ich glaube, du wirst dann ungefähr in Rente gehen oder bald schon. Das heißt, du wirst noch viel mehr Zeit haben zum Zocken. Heißt, du wirst endlich neben den Simulationen auch mal andere, nein, du wirst mal Spiele streamen können neben den Simulationen. Weil Simulationen sind ja keine Spiele. Das ist korrekt. Das hat er gerade gerettet. wie er uns schon erzogen hat, ja, wir beide schon immer vorher, dass wir dann bloß sich simulieren. 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 Ja, genau. Das heißt, du wirst jede Menge Zeit auch dafür haben und wirst dann noch schneller wachsen. Du wirst quasi dann erst richtig anfangen. Okay. Oh, shit. Okay. Oh, Mann. Jetzt bin ich dran? Ja. Also, Nils wird, also nach meiner festen Überzeugung, ja, wird er in zehn Jahren, da bin ich mir ziemlich sicher, mindestens 2000 Subscriber haben, immer noch streamen, was viele ja nicht glauben, aber das wird er immer noch tun, weil, weil dieses andere Zeugs ist eine brotlose Kunst, also Frieden ist seine Zukunft. So gut, danke schön. Und außerdem ist einem Ingenieur ja nichts zu schwören und deswegen kann er das auch. Er wird allerdings eine räumliche Veränderung vornehmen. Er wird in den richtigen Norden ziehen und in Hamburg seine Familie gründen. Wow. Ja, ja, weil das ist eine wahre Norm. Und was soll er da unten in Dresden? Der gehört nach Hamburg. Und er wird einen 20 Zentimeter langen Bart haben. Die Bart Challenge wird er natürlich gewinnen. Nee, das ist ja kein Gewinn, das ist ja nur Projekt Bart, also wir lassen ihn so wachsen. Ja, egal, du wirst trotzdem führen. Okay, danke. Achso, und ich habe mir noch aufgeschrieben hier ganz kurz, äh, du wirst, du wirst, äh, äh, Witzerteig. Du wirst, du wirst auch bei Witcher 7 ein feuchtes Höschen bekommen. Oh, bei Witcher 7 schon? Aber in zehn Jahren, glaube ich, das wird ein bisschen eng. Dankeschön, Garry. Nee, das geht. Witcher 5 eher. Aber, das, äh, in zwei Jahren noch streamen, holy moly, da hast du aber schon, du, nee, in zehn Jahren, Heidewitzker. Nein, nicht streamen und trotzdem 2000 Subscriber haben wir auch nicht, ne? So ist er nicht. Nö, aber wenn, dann muss man schon was dafür tun. Ganz ehrlich. Ja, nebenbei, ich meine, ich wollte das jetzt nicht so langatmig machen, weil nebenbei arbeitest du natürlich bei irgendeiner Gaming-Bude als, als Berater für schlechte Spiele und so. Vor allem nicht für schlechte Spiele, ja? Du musst für Shooter sagen, bitte, für Shooter. Damit kenne ich mich am meisten aus. Du wirst, du wirst Shooting Star quasi. Wow, dankeschön. Oh, Garry, da hast du aber, jetzt hast du aber dick aufgetragen heute. Dankeschön. Garry, danke. Das war, oh Gott. Witcher 5 plus, ja, siehste, die wissen das besser, ich hätte Witcher 5 plus DLCs. Ja, wow, dankeschön, das ist sehr nett. Also ich bin emotional gerade gerührt. Fisch. Klasse. Aber das fand ich gut, das hat mir gefallen. Mögo, habe ich dir eigentlich gesagt, dass du das letzte Wort hast heute? Nö. Also du schließt die Runde heute. Ich schließe die Runde? Ja, kannst du schon mal, naja, du hältst hier die Schlussrede heute. Bin ich jetzt der Käse des Goumet-Menüs? Ja doch, aber ich wollte ihn schon mal mental darauf vorbereiten. Ach so. Ja, ich wollte jetzt nicht am Ende sagen, so und Mögo, Schlusswort, aber, oh Gott, so und. Bin ich spontan. Ich bin nicht spontan, ich muss mir das aufschreiben. Pizzateig. Ich habe wirklich eine Einkaufsliste gemacht nebenbei. Es ist klasse, was du alles gemacht hast so nebenbei. Heute. Den Streamer der Woche. Wer möchte denn anfangen? Streamer der Woche. Wie wäre es mit Garak? Komm, Garak. Ja, fange ich mal an. Ich habe ein Mädel auf der Liste. Oh, warte, ich habe die, oh, oh, Regie. Regie. Okay. Mach mal einen Link auf Mia Maus. Hade. Ich habe nämlich, haben wir hier schon mal einen Link auf Mia Maus? Oder so? Ach, du musst es ja da irgendwo einspielen. Ist alles offen. Ja, okay. Also, ich hatte, ich muss ehrlich sagen, ich hatte vergessen, mir Streamer der Woche raus. Ich war da ein wenig desorientiert vorhin. Und deswegen habe ich meine Geheimwaffe gezogen, nämlich Mia Maus. Die kann man immer gucken. Und der eine oder andere kennt sie ja vielleicht noch gar nicht. Und das ist so eine Mischung aus, ich spiele mal eben Sims und ich spiele CS. Und das Ganze mit einer, also obwohl sie ein Mädel ist, also ein, ein, ich weiß nicht, eine, ja, die meisten sitzen da ja, um ihre Boots zu zeigen. Sie ist komplett anders. Und vor allen Dingen hat die ihren Chat im Griff. Also das ist da, das geht da richtig gesittet zu. Völlig unnormal für Channels. Äh, dieser Art. Und, äh, ja, ich finde es angenehm. Ich mag da gerne zugucken. Der Chat ist okay. Und, äh, die Community anscheinend auch. Und deswegen, ähm, da ich mir keine großen Gedanken gemacht habe für heute, ist Mia Maus meine Geheimwaffe von heute. Aber schön, wie ehrlich du bist. Also, äh, dass du das auch noch so zugibst, ja? Und dir dabei auch gar nicht schlecht vorkommst, dass du... Nö, überhaupt nicht. Ich meine, jeder kann mal was, ne? Ist halt so. Das lernt man mit der Zeit. Ja. Slappy. Da bin ich ja Profi, ne? Ich wollte ja auch eigentlich, äh, Mia Maus nehmen, aber das würde mir... Nö, nö, du wolltest wen anders nehmen, okay? Ja, ja. Also, pass auf, heute, ihr könnt das, erzählt das ruhig richtig. Ja, ja. Heute war ja Roulette, ja? Ich hab ja die letzten vier, fünf Male immer meinen abgegeben. Ja. Weil, war ja immer Slappy hat er in irgendwen und dann kam, kam, äh, Garag und hat irgendwen genommen. Zwischendurch hat Rahmschnitzel noch angerufen auf dem Telefon. Und Dizzy, du, pass auf, in drei Wochen nimm ich den, du jetzt dann nicht, ja? Dann musste ich da auch wieder zurückstecken. Das, äh, das war ja dann, äh, so ein Higgi-Huggi. So, heute hab ich mal Anspruch erhoben und hab mal halt den Mond markiert. Slappy, wen hast du denn diese Woche? Äh, ja, gut. Ich wollte eigentlich den Streamer des Jahres wählen, weil das so gut gepasst hätte. Den hast du mir dann weggenommen. Dann wollte ich meinen Streamer der letzten zwei Wochen nehmen und die Mia-Maus war tatsächlich diejenige, bei der ich am meisten zugeguckt hab. Das hat mir dann der Garag weggenommen. Und dann, ähm, naja, dann hab ich im Prinzip, äh, jemanden genommen, den ich sowieso immer gucke und schon gucke, seit er, glaub ich, nur 300 Leute bei ihm zugucken und als er nur noch, nur Boshi gespielt hat. Sag aber nicht, dass jetzt nur noch der Bodensatz übrig ist. Bitte? Ne, schon gut. Äh, warte mal, jetzt nochmal kurz nachgucken, weil bei der Verwirrung muss ich erstmal sehen, ah, okay, ja, okay, alles klar. Ähm, äh, Witwigs hab ich genommen, genau, zum einen. Äh, er ist einfach einer der besten Streamer der, der, Englisch, oder der, der Twitch-Landschaft, muss man sagen. Ich hab dem schon immer gerne zugeguckt, weil er einfach, a, einer der geskilltesten, ähm, Streamer ist, die es gibt, in vielerlei Hinsicht, also nicht nur in einem Spiel, ja, die meisten spielen dann immer nur ein Spiel, irgendwie auf, auf Speedrun-Niveau und alles andere dann halt so ein bisschen nebenher. Der kann einfach mal an einem Abend drei Spiele auf sehr, sehr hohem Niveau Speedrun und ist auch der beste Boschi Speedrunner, glaub ich, immer noch, ungeschlagen. Ähm, nimmt dann seine Guitar Hero Gitarre raus und wämpft, wämpft einen da weg mit, also original wie in, ähm, wie hieß der Film, ach, habt ihr doch gerade, Back to the Future, ja, in dem Moment, wo Marty die Gitarre nimmt und reinschlägt, so ist das, wenn er seine Guitar Hero Gitarre rausholt und da drauf anfängt, loszuklampfen. Äh, und zudem, dass er auch noch unfassbar geskillt ist in so vielen Spielen, ist er einfach super lustig. Wirklich, wirklich witzig und wo man teilweise denkt, äh, ich lach mich jetzt schlapp, also wirklich. Deswegen, Whitweeks, mein Streamer der Woche. Mögo, jo. Möchtest du? Ich hatte auch auf, äh, erst überlegt, ob ich die Möhamaus vielleicht nehmen sollte, aber das, äh, wurde mir ein bisschen, ich hab zwischen zwei Leuten geschwankt und dann wurde mir das anscheinend abgenommen, äh, der Da Kiekste, ein alter Freund, ein alter Bekannter, mit ihm hab ich jetzt schon seit drei Jahren zu tun und streamt seit dieses Jahr auch, äh, fast jeden Tag und, ähm, das macht immer Spaß, da reinzuschauen. Thematisch hat er im Moment, oder hat er seit, seit es rausgekommen ist oder erschienen ist, immer sehr viel mit Ark, Survival Evolved zu tun gehabt, hab ich zwischendurch auch ein bisschen gespielt, ähm, aber er ist halt ein, ein guter Kumpel und, das war jetzt nicht schwierig zu überlegen, wen ich da wähle, und, äh, vielleicht, weil wir uns so lange kennen, aber ich find ihn auch sehr unterhaltsam, schau ich immer gerne mal rein und hab da meinen Spaß bei der Basti. Bei dem Basti. Ja. Er ist so ein ulkiger Halunke. Mit ihm kann man wirklich, wenn wir gemeinsam gestreamt haben, mit ihm kann man wirklich so viel Unsinn reden. Das schaukelt sich dann immer gegenseitig hoch. Das ist immer schön. Das gleiche Bestehung. Wenn zwei Leute den gleichen Schaden haben und dann sich immer gegenseitig pushen, das macht schon echt eine Menge Laune. Und gleichzeitig eine Sekunde später kann man über das ernsteste Thema der Welt reden und welche Ansichten austauschen. Also auf jeden Fall ein cooler Typ und, äh, auch eine super Community, was im Chat da passiert. Äh, sehr viel Interaktion da, sehr viel Unterhaltung. Macht eine ganze Menge Laune. Hm, alright. Ich hab, äh, ich bin ganz zurück zu meinen Wurzeln gegangen. Back to the roots. Back to the roots. Ich guck seit, äh, geraumer Zeit guck ich selber wieder Wild. Ähm, auch. Einer der für mich persönlich, äh, besten, ähm, Streamer auf, auf, auf Twitch. Also er ist seit dem, seit zwei Jahren konstant auf einem Level. Er hat ein bisschen, äh, konterigen Mund gekriegt. Also er ist ein bisschen älter geworden. Ähm, demnach benutzt er ab und zu mal ein paar schmuddelige Wörter. Aber der Mager hat richtig Ahnung von Minecraft. Und das von dem allerletzten Block im allerletzten Minecraft-Universum. Und davon hat er noch Ahnung. Und er baut, äh, mit einer, mit einer ruhigen und, äh, sehr netten Art seine Community auf. Und ist dazu noch sehr schlau. Und ist ein älterer Typ. Also könnte auch was für, also so im Garak sein, naja, ein bisschen weniger, alter sein. Und, ähm, ich mag ihn einfach für seine Art. Er ist ein Australier, hat demnach englisch, quasi britisches Englisch drauf. Also australischen Akzent. Und ist ein sehr, sehr cooler Typ. Und hat auch was im, im Kopf. Und lässt das so raus. Und, ich mag ihn. Ich gucke ihn sehr gerne, auch wenn ich überhaupt kein Minecraft mehr spiele. Ist ein cooler Typ. Bam. Eins meiner Vorbilder und wahrscheinlich der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe zu streamen. Ja. So. Freunde der Sonne. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir machen nach holy moly fast vier Stunden, was schon wieder extrem lange ist, wenn man sich überlegt, äh, dass man noch hätte fünf weitere Stunden spielen können oder reden können. Ähm. Wahnsinn. Ich spüre auch schon ein leichtes Hüngerchen. Ich auch. Zumal, weil hier noch, ihr wisst ja vorhin, äh. Da riecht noch eine kalte rum. Da riecht noch eine kalte. Die will vernascht werden. Wie gesagt, wirf sie auf den Toaster. Nee. Auf jeden Fall, äh, ich würde anfangen und sagen, äh, tschüss Leute. Äh, vielen lieben Dank an, äh, euch drei, dass ihr da wart. Auch, ähm, ganz großes, äh, Dankeschön, dass ihr euch, äh, Gedanken gemacht habt über das Ganze hier. Ähm, Slappy mal wieder skandalös gut vorbereitet mit wirklich Top 10 und alle anderen haben wieder nur so, ja, ich hab was, äh, super gemacht, auf jeden Fall. Danke. und, äh, und, äh, ich glaube, wir sehen uns dann erst wieder im nächsten Jahr. Rahmschnitzel, Mirko, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das hat mich nämlich sehr gefreut heute. Kicken wir gerne hin. War sehr locker und leger. Ansonsten, mein Salut an euch und ich bin raus. Ich gebe das Wort weiter. Dann? Ich mag heute gerne Garak picken. Heute hat er das. Garak ist mein Favorit heute. Ist in Ordnung. Ähm, ja, ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuschauern fürs, äh, Ertragen meiner DAOC-Werbung. Ähm, und, äh, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wie immer. Ich gehe davon aus und, äh, ja, da habe ich eigentlich nichts zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, ne? Wir sehen uns ja wahrscheinlich in dieser Form erst nächstes Jahr wieder dann. Im nächsten Klangenschnack in zwei Wochen. Und, äh, und wer vielleicht doch nochmal Flugsimulation gucken will, naja, ihr wisst ja, wo ihr mich findet, ne? Viel Spaß, Sylvester. Ja. Ich, äh, mach kurz ein bisschen länger. Ähm, boah. Ach, warte mal, worauf ich, genau. Ich habe ja den alten Trick verwendet. Ich habe eine Liste gemacht mit Zahlen vorne dran. Dadurch wirkte das nur vorbereitet. Aber im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht als ihr. Äh, und nur eine, eine Spalte mehr dran gehangen. Ich hatte aber noch eine viel längere Liste. Ähm, ich kann einmal mal, ich zähle einfach mal kurz auf, was ich noch stehen hatte, was nicht in die Top Ten reingekommen ist, weil ich es entweder nicht gespielt habe oder, ähm, es noch spielen werde oder sonst irgendwas. Da ist Rocket League zum Beispiel rausgekommen, dann ist ein Journey für die PS4 rausgekommen, das ist auch noch sehr wichtig. Mario Maker, Xenoblade Chronicles für die Wii U und Bayonetta 2, auch sehr gut. Talos Principle, Kerbal haben wir genannt, Majora's Mask, Downwell, Darkest Dungeon und es gab noch dieses RNG, ähm, Kartenspiel, das habe ich ganz vergessen, wie das hieß. Das hast du, glaube ich, Interfade? Ja, Interfade, Interfade, genau. Das waren, glaube ich, noch, die kann man nochmal kurz nennen, wenn man das, ähm, da haben wir nochmal kurz drüber redet. Ich kann dir auch noch einen ganzen Sack Triple-A-Titel, kann ich dir auch noch reinschmeißen. Ja, die stehen bei mir alle unter Mittelmaß, äh, in der Mittelmaß-Liste, aber die möchte ich jetzt nicht noch an, äh, Achso, ja. Ne, ja, schon zu jeder, da, jeden, das ist seine, Slappy. Wir müssen uns auch mal lernen, zu respektieren. Achso, ja, okay. Es geht gleich los, Slappy, mach mal schnell zu Ende hier. R-E-S-P-E-C-T. Ähm, ich, äh, danke auch. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Meine Twitch-Adresse ist Slapstick. Postet doch mal alle nochmal euer Twitch rein, bitte. Genau. Slapstick. Herr Rahmschnitzel kriegt nochmal, äh, ich glaube, ich muss Herr Rahmschnitzel permitten. Was? Rahmschnitzel, let's go. Da finden sich die Schlabberstücke. Bei mir. Achso, soll ich jetzt auch meinen? Ja, bitte. Mann, ihr braucht hier immer dann noch eine Aufforderung, wie ihr nicht mal für eure eigene Werbung den Link parat haben könnt, ja? Also, es ist grauenvoll. Eigentlich tue ich nur so. Eigentlich habe ich einen Hot-Button, auf dem ich den direkt habe. Ein Hot? Was ist denn ein Hot-Button? Na ja. Bäm! Da ist halt direkt mein Link in der, ähm, Zwischen, inzwischen, wie heißt das? Zwischensprecher. Ja, genau. Ja, ähm, danke auch dem Herrn Rahmschnitzel, dem ich ja schon lange, lange folge, dem ich auch immer mal wieder gerne zugucke. Wir müssen mal zusammen die Karte spielen. Ähm. Ähm. Und, äh, ja. Ansonsten danke ich euch fürs Zugucken. Und, ähm, ja. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen, dann zumindest die, die von mir sind und alle anderen. Wir sehen uns in zwei Wochen. Tschüssing! Ja. Du hast das Wort. Ich hab, ich hab, ich hab das Schlusswort. Ja. Ohne Einwände. Ja. Okay, äh, sehr herzlichen Dank für die Einladung, fürs dabei sein können, äh, fürs nicht nur den Podcast hören und zwischendurch reinbrüllen und niemand reagiert, sondern es kommt direkt was zurück. Äh, ja, sehr herzlichen Dank. Äh, ich hab, es hat Spaß gemacht. War sehr lang, aber schön. Ähm, wo ihr mich finden könnt, pff, googelt nach Rahmstutzel. Alles, was nicht nach einem Rezept aussieht, da landet ihr dann bei mir so ziemlich. Sehr cool. Fimmt tatsächlich. Ähm, und, äh, ja. Abonniert auch den Herrn, äh, Dizzy, damit der nächste Herz-Bam noch länger als eine Dreiviertelstunde wird. Wow, Rahmstutzel, das war, aber du musst doch, du musst für die anderen beiden auch noch was sagen. Ja, die, den, den könnt ihr auch folgen. Oh, Mann. Ich glaube, es wird wieder Endfollowen hier, das geht ja gar nicht. Vielen Dank für die schöne Runde, Leute. Ich glaube, wir winken einmal in die Kamera, sagen Tschüss und bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Und, bis nächstes Mal.